So, moin! Lorenz Dölschner, wie immer, Main Orga des Bundesparteitages. Ich möchte noch ein paar Sachen vorab klären, dass die Leute wissen, wo sie hin müssen, wenn sie irgendwas wollen, etc. Zum einen haben wir, wie immer, ein Sunny-Team vor Ort, genauso wie das Awareness-Team, die findet ihr linke Hand, beziehungsweise von euch rechts von der Bühne. Dann haben wir für die Leute, die in der Halle übernachten, die Duschen, die sind hier im Untergeschoss, das heißt, im Foyer sind zwei Treppenaufgänge, die müsst ihr runter. Dann sind die Duschen auch entsprechend ausgeschildert. Wenn ihr Besprechungszimmer gebucht habt oder immer noch buchen könnt, wenn ihr wollt, die gibt es über die homepage-piraten-bpt.de, die sind auch dort unten. Dann möchte ich mal noch ein kurzes Dank an unsere Netzwerk-Crew ausgeben. Die haben nämlich bis heute Morgen um halb fünf noch Kabel gezogen. An die Raucher unter euch, wir sind gerade dabei, noch zwei Pavillons außen am Gelände aufzubauen, dass ihr nicht nass werdet, sollte es regnen. Die haben auch ein bisschen Windschutz, also dann könnt ihr in Ruhe rauchen. Wenig Raucher heute da, ich sehe das schon, oder die sind noch draußen. Und wir haben hier vorne links, beziehungsweise momentan die Akkreditierung stehen. Da wird später dann auch die Akkreditierung für den Basisentscheid sein, beziehungsweise da gibt es auch einen Infostand zu dem Thema, wer sich da noch nie sicher ist. Ansonsten haben wir hier vorne in der Mitte später das Frage-Mikrofon. Und im ersten Mittelgang sind Pro- und Kontrarede, sollte dann sowas benötigt werden. Ich denke mal, das wird der Flo von der Versammlungsleitung auch noch gleich erklären. Ansonsten war es das von mir. Wenn ihr noch sonst irgendwelche Infos braucht, könnt ihr euch vorne hier bei der Sicherheit melden. Die helfen euch gerne weiter. Ansonsten überlege ich jetzt an Bernd. Ja, nun ist die Zeit gekommen. Ich würde euch bitten, jetzt die Plätze einzunehmen und vielleicht ein bisschen konzentriert meiner Stimme zu lauschen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier in Bremen beim zweiten Bundesparteitag der Piratenpartei Deutschland. Es ist der Parteitag, an dem der Bundesvorstand, der jetzt noch im Amt ist, neu ergänzt wird, neu ersetzt wird durch neue Nachfolger. Und ich möchte die wenigen Minuten jetzt noch einmal nutzen, um Dankeschön zu sagen. Danke an euch allen, die ihr in den letzten Wochen und Monaten im Rahmen verschiedenster Wahlkämpfe, insbesondere der Bundestagswahlkampf, alles gegeben habt. Es hat leider nur zu 2,2 Prozent gereicht. Aber wir haben, glaube ich, insgesamt zeigen können, dass unsere Programmatik, unsere Positionen sehr gut sind. Ich möchte meinen Kollegen danken aus dem Bundesvorstand. Und dieser Dank bedeutet, dass wir immer, dass ich den Eindruck hatte, dass wir sehr konstruktiv und gut zusammengearbeitet haben. Ich möchte mich besonders auch bedanken bei meinen ehemaligen Kollegen, Matthias Schrade, Julia Schramm und Johannes Ponader, die ja im Laufe des letzten Jahres auf eigenen Wunsch aus dem Bundesvorstand ausgeschieden sind. Und ich habe eine Bitte an euch Mitglieder. Wir werden in den nächsten beiden Tagen einen neuen Bundesvorstand wählen. Und ich würde mich sehr freuen darüber, wenn wir diesem neuen Bundesvorstand mit einer gehörigen Portion Vertrauensvorschuss, mit Unterstützung und insgesamt serviceorientierter Dienstleistung ein bisschen aufbauen und helfen. Die neuen Kollegen werden es nicht einfach haben. Und wir haben in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel diskutiert, sehr emotional diskutiert. Und ich glaube, sie brauchen unser Vertrauen, um gute Arbeit leisten zu können. Denkt darüber nach in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ihr Kritik äußern wollt, haltet sie vielleicht ein bisschen zurück. Und denkt darüber nach, ob ihr damit den Kollegen, unseren Führungskräften, Gutes tut. Das soll es von mir aus gewesen sein. Vielen Dank. Vielleicht magst du noch einige Worte zu deiner Person sagen. Und dann würde ich sofort zur Abstimmung kommen wollen. Hallo, mein Name ist Jochen Bokor. Bitte nicht mit dem Typen verwechseln, der gleich kommt. Ich habe ein Team aufgestellt mit dem Michael Ebner, dem Martin Hase, der Daniela Berger und so weiter. Wir suchen noch Helfer, aber da sind meine schon vorhandenen dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir das zutraut, hier Wahlen durchzuführen und natürlich auch Abstimmungen. So, da habt ihr den Vorschlag gehört. Es gibt einen Kandidaten mit einem Team. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich stelle fest, es gibt keine Wortmeldungen. Ihr müsstet jetzt Ja- und Nein-Karten haben. Und ich würde jetzt einfach das per offene Entscheidung jetzt auch zur Abstimmung stellen. Wer ist dafür, dass Herr Bokor Wahlleiter beim Bundesparteitag wird und sein Team entsprechend anleitet und alle Wahlen durchführt? Dankeschön. Einmal die Nein-Stimmen. Ich stelle fest, du bist gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Dann würde ich jetzt zur Wahl der Versammlungsleitung an dich abgeben. Herzlichen Dank. So, jetzt haben wir das erste Versammlungsamt festgelegt. Das zweite Versammlungsamt ist die Versammlungsleitung. Soweit ich im Vorfeld gehört habe, gibt es dazu mehrere Kandidaten. Die bitte ich jetzt mal auf die Bühne zu kommen. Irgendwo sollte jetzt hier noch ein zweiter Kandidat Richtung Bühne rennen. So, die Kandidaten sollten jetzt eigentlich bereit sein, sich vorzustellen. Gut. Ja, kommt einfach mal rauf. Mike, komm auch hoch. Mach so untereinander aus, wer sich zuerst vorstellt. Gut. Dann bitte. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Piratenpartei. Mein Name ist Florian Bokor. Ich glaube, die meisten von euch oder viele von euch kennen mich. Ich bin an der Versammlungsleitung aller Bundesparteitage seit Chemnitz beteiligt gewesen. Ich bin zurzeit Beauftragter des Bundesvorstands für die Vorbereitung von Versammlungsleitungsdingen auf Bundesparteitagen. Mein Team und ich sind seit der Bundestagswahl wöchentlich mindestens einen halben Tag damit beschäftigt gewesen, diese Versammlungsleitung vorzubereiten. Wir würden das gerne machen. Das sieht so aus. Wenn ich gewählt werde, bin ich der Versammlungsleiter, der den Hut aufmacht, der sich um die ganze Orga etc. kümmert. Und auf der Bühne lasse ich mich vertreten von Miriam Seifert, Lara Lemke, Nora Chaudry und Julia Reda. Ich würde mich sehr über euer Vertrauen freuen. Danke. Moin Moin. Mein Name ist Mike Saunus. Ich trete auch mit dem VL-Team an. Wir sind nicht in die Vorbereitung, also wir waren bei der Vorbereitung mit dabei, aber wir sind nicht eingebunden gewesen. Mein Team hat schon Versammlungen geleitet. Wir haben noch keinen Bundesparteitag gemacht, aber wir trauen uns das zu. Solltet ihr uns wählen, dann wird mich auf der Bühne, es ist dieselbe Konzeption wie bei dem Floh, ich werde den Hut aufhaben und mich hinten kümmern. Auf der Bühne werden mich vertreten Alex Lessmann, Jürgen Erkmann, Uli König und Claudia Koller. Dankeschön dafür erstmal. Und jetzt lasst es uns nicht so lang machen und abstimmen. Genau, nachdem wir hier zwei Kandidaten zur Auswahl haben, laut GO ist die erste Option die Ja-Karte und die zweite Option die Nein-Karte. Dann wird noch ein weiteres Mal abgestimmt, ob ihr, also das ist eine Approval. Außer irgendjemand besteht jetzt auf eine geheime Wahl. Das wäre toll, wenn das nicht so ist, weil ich noch nicht genügend Urnen rumstehen habe. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Hebt bitte die Ja-Karte, wenn ihr für Florian Bokor seid. Hebt bitte die Nein-Karte, wenn ihr für Mike Saunus seid. Gut, das ist klar gelb. Damit müssen wir jetzt noch abstimmen, ob ihr tatsächlich Florian Bokor als Versammlungsleiter haben wollt oder nicht. Also jetzt bitte Ja-Nein. Flo, du hast den Job. Damit übergebe ich jetzt an die Versammlungsleitung. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ich übergebe an Miriam Seifert. So, guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr uns gewählt habt. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das ihr uns entgegengebracht habt. Wir machen jetzt weiter in der Tagesordnung. Als nächstes sind noch weitere Versammlungsämter zu bestimmen. Da geht es zunächst um das Protokoll. Wir haben eine Kandidatin für das Protokoll. Die Kandidatin ist Helena Schmidt. Auf Twitter heißt sie Kate Trust. Draflo ist leider verhindert. Allerdings ist sie bei ihm in die Lehre gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, er hat wahrscheinlich sein Geheimwissen auf sie übertragen. Dann würde ich euch jetzt bitten, darüber abzustimmen, ob ihr für respektive dagegen seid, dass Helena Schmidt das Protokoll für uns schreibt. Bitte zeigt die Ja-Karten, wenn ihr dafür seid und die Nein-Karten, wenn ihr dagegen seid. Vielen Dank. Das sieht mir sehr einstimmig aus. Damit ist Helena Schmidt zum Protokoll gewählt. Vielen Dank. Da wir leider bisher nur Sie haben, ist es so, dass wir noch Unterstützung brauchen. Das heißt, wenn es Leute im Saal gibt, die möglicherweise schon Erfahrung darin haben, Protokoll zu führen, optimal wäre, wenn die Person mindestens schon auf einem Landesparteitag mal Protokoll geführt hat. Besser wäre natürlich mehr Erfahrung. Wenn es so jemanden gibt, der diese Erfahrung hat und bereit wäre, sie zu unterstützen, es muss ja jetzt nicht irgendwie einen halben Tag sein oder so, aber vielleicht einfach zwischendurch mal für eine halbe Stunde oder so, damit sie sich entspannen kann, wäre das super, wenn es da ein oder zwei Freiwillige gäbe. Es wäre cool, wenn ihr euch hier vorne beim Frontoffice melden könntet und Bescheid sagen könnt, dass ihr da seid, um das Protokoll zu unterstützen. Ich soll euch außerdem von dem Protokoll ausrichten, dass wenn Leute Reden ablesen, später, vielleicht wenn es darum geht, irgendwie Antragsbegründungen oder so vorzutragen und das abgelesene Reden sind, wäre es cool, wenn ihr die später an das Backoffice geben könntet, damit die das ans Protokoll weiterreichen, damit das dann leichter in das Protokoll übertragen werden kann. So, dann nochmal eine Ansage vom Awareness-Team. Florenz hat es vorhin schon angesprochen, das Awareness-Team steht für Antidiskriminierung, Konfliktprävention und Lösung und die sitzen hier, also von euch aus gesehen rechts an der Wand. Da hinten wird jetzt gewunken, da wo das Awareness-Team ist, schaut darüber, da wo die Personen winken. Ihr erkennt sie daran, dass sie blaue T-Shirts tragen mit orangenen Herzen. Wenn es irgendeine Art von Konflikt gibt oder Streit, Leute schreien sich an, Leute sind sich nicht einig, sonst irgendwas, ihr fühlt euch belästigt, bedroht, bedrängt, könnt ihr da hinten zum Awareness-Team gehen, die kümmern sich um euch. Es ist auch egal, worum es geht, es gibt kein Problem, dass es irgendwie lächerlich ist oder so, die betüdeln euch. Sobald ihr euch unwohl fühlt, könnt ihr da hingehen. Das Awareness-Team hat elf Personen und twittert unter dem Twitter-Account Awareness-Team. So, kommen wir jetzt zu einer Formalie und zwar zur Zulassung von Gästen, Streaming und Presse. Ich bitte euch jetzt darum abzustimmen, ob ihr für, respektive dagegen seid, dass Gäste, Streaming, Presse, Bild- und Tonaufnahmen zulässig sind. Bitte zeigt an, ob ihr für, respektive dagegen seid. Vielen Dank. Das ist eindeutig die überwiegende Mehrheit. Damit sind sowohl die Gäste als auch Streaming, Presse, Bild- und Tonaufnahmen zugelassen und erlaubt. Gut, es gibt eine Durchsage an die Wahlhelfer. Die Wahlhelfer sollen bitte erstmal sitzen bleiben. Also keine Ahnung, ob die jetzt hier aufgeregt durch die Halle rennen oder so. Wahlhelfer sollen jetzt erstmal sitzen bleiben. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass der Bundesparteitag eine Geschäfts- und Wahlordnung braucht. Da ist es der Fall, dass wir verschiedene Vorschläge haben, alternative Geschäftsordnungsvorschläge. Ich bitte jetzt die Personen, die da Geschäftsordnungsvorschläge haben, auf die Bühne zu kommen und die vorzustellen. Das wäre einmal der Florian Bokor. Und ich weiß nicht, wer da noch eine alternative Geschäftsordnung gestellt hat. Du stehst schon da. Genau. Ich weise euch darauf hin, wenn jetzt, die werden jetzt, Bernd Schreiner, genau. Bernd Schreiner und Florian Bokor haben alternative Geschäfts- und Wahlordnungen, die sie euch jetzt vorstellen werden. Das ist jetzt sehr wichtig. Ich bitte euch darum, dass ihr sehr ruhig und aufmerksam zuhört. Denn die Geschäfts- und Wahlordnung, die wir uns jetzt geben, gilt für den Rest des Parteitages. Das heißt, bis morgen Abend, was da drin steht, ist sehr wichtig. Es gibt relativ wenige Unterschiede zwischen den beiden, aber das werden sie euch jetzt genau erklären, welche die Unterschiede sind. Es ist sehr wichtig, dass ihr da gut zuhört, dass wir gleich die schnell und zügig abstimmen können und nicht viel Zeit damit verplempern, da noch Fragen zu stellen oder irgendwie, was ist hier vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Also hört bitte sehr genau zu. Solange wir noch keine beschlossen haben, gilt weiterhin die Wahl- und Geschäftsordnung von Neumarkt. Das heißt, in dem Verfahren sind wir sonst in der Debatte gleich, orientieren wir uns an der Geschäftsordnung von Neumarkt. Dann erteile ich jetzt zunächst Florian Bokor das Wort, um die Geschäftsordnung vorzustellen, die er ausgearbeitet hat. Bitte schön. Einen schönen guten Morgen, ich schon wieder. Wir, also mein Team und ich, haben im Vorfeld uns die Geschäftsordnung des Bundesparteitags in Neumarkt angeschaut, haben festgestellt, da waren ein paar Bugs drin, haben die diese Bugs gefixt, haben diese Geschäftsordnung unter Slash-Geschäftsordnung ins Wiki gestellt. Dann haben wir in der Wahlordnung noch die Möglichkeit eingefügt, eine Präferenzwahl durchzuführen und nicht nur ein Approval-Verfahren. Und das ist es eigentlich. Nachdem wir die Geschäftsordnung dann ins Wiki gestellt hatten, kam sehr viel Kritik auf uns zu. Weshalb sollten wir diese Geschäftsordnung annehmen? Zwei Geschäftsordnungsänderungsanträge von mir gestellt werden. Der eine ist, dass die Zweidrittelmehrheit zur Änderung der Geschäftsordnung rauskommt. Und der andere Punkt ist, dass wir rausstreichen, dass der Wahlleiter das Wahlverfahren bestimmen kann. Das kann dann nur noch der Bundesparteitag. Ansonsten, wie gesagt, die Geschäftsordnung von Neumarkt an ein paar Stellen gefixt. So. Gut, dann mache ich gleich weiter mit der zweiten GO. Guten Morgen, Piraten erstmal. Im Endeffekt ist die zweite, die alternative GO, die natürlich auch im Wiki verlinkt ist, genau die Arbeit, die das Team vom Flo gemacht hat, zu 99 Prozent, mit ein paar Änderungen. Einerseits die zwei Änderungen, die Flo gerade vorgeschlagen hat, stammen aus unserer GO. Die hat das Team übernommen, will sie bei sich selber einbauen, weil, wie gesagt, das Wichtige ist, dass hier die Versammlung entscheidet, wie wir wählen wollen, wie wir agieren wollen und nicht hier oben irgendwer. Wir brauchen die Möglichkeit, den Parteitag zu bestimmen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Änderungen, die sind allerdings auch eigentlich in unserer Diskussion, die wir die Woche hatten und es war eine große Diskussion, auch in vielen Bereichen Konsens. Konkret erwähnt schon, das Wahlverfahren legt die Versammlung fest. Die GO-Änderungen können mit einfacher Mehrheit statt zwei Drittel Mehrheit erfolgen, was vielleicht sehr entscheidend sein kann. Dann gab es sprachliche Änderungen, es ist die korrekte deutsche Rechtschreibung in dem gesamten Text vorhanden. Dann können wir weiter. GO-Änderungen auch nach 15 Uhr hier vom Parteitag beschließen lassen. Kann auch sehr wichtig sein für den Ablauf. Und dann gibt es noch fünf, sechs kleine weitere Änderungen, die zum Beispiel die Wiedereröffnung von Kandidatenlisten betreffen oder auch die Befragung, dass wir da feste Blöcke von zehn Minuten haben und nicht einfach nur ein Losverfahren, wo letztendlich der Zufall über die sinnvollen Fragen zu den Kandidaten entscheidet. Ich will es jetzt auch gar nicht weiter ausdehnen. Wie gesagt, es ist die alternative GO in vielen Bereichen sehr identisch. Das waren die wesentlichen Änderungen. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ihr es annehmen könntet. Alles klar. Vielen Dank für die Vorstellung der beiden alternativ zur Wahl stehenden Geschäfts- und Wahlordnungen. Gibt es jetzt zunächst Fragen? Wenn es Fragen gibt zu diesen beiden Geschäftsordnungen, die zur Wahl stehen, bitte an das Mikrofon, das hier vorne in der Mitte ist. Das ist für Fragen zuständig. Wir haben jetzt sozusagen kurz die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich sehe schon, da sind Personen auf dem Weg. Ja? Bitte schön. Dann bist du jetzt dran. Probier es mal. Hallo. Okay. Ich würde gerne noch mal erklärt haben, wie das bei der Befragung funktionieren soll. Also das bedeutet, den letzten Punkt, den du erwähnt hast, Bernd, wie das mit der Befragung genau werden soll und wieso ihr da diese 10-Minuten-Slots habt, zum Unterschied zu dem originären Vorschlag. Also in der GO steht drin, ich muss selber scrollen, aber wie ich es im Kopf habe, 10 Minuten Block oder 10 Antworten. Klärt das deine Frage, Wigbold? Ich sehe dich fast nicht, das blendet hier, verdammt euch. Bei uns in der Geschäftsordnung ist, wie bereits in Neumünster und Neumarkt, das mit den Urnen, in die dann Fragen eingeworfen werden und dann werden sieben Fragen auf der Bühne gezogen drin. Wir glauben oder sind davon überzeugt, dass das ein deutlich gutes Verfahren ist, vor allem weil es unseres Erachtens nach fairer ist und nicht die Leute bevorzugt, die am schnellsten rennen können, beziehungsweise am lautesten sind. Gut, da ist noch eine Frage, bitteschön. Eins, eins, okay. Eine Frage an Flo. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass in deiner vorgeschlagene GO hinterher ein Antrag reinkommt, der diese zwei Drittel wieder rausnimmt, aber dieser Antrag bedürfte der zwei Drittel Mehrheit. Wenn wir da eine annehmen, bedeutet das, wir brauchen für die Änderung auf wieder eine einfache Mehrheit, eine zwei Drittel Mehrheit, das ist in der Alternative GO bereits eingebaut und das bedeutet, die bräuchte nur eine einfache Mehrheit und wir müssen das nicht ändern. Verstehe ich das richtig? Ja, das verstehst du richtig. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja, kann sich bitte jemand darum kümmern? Keine Frage, sondern ein GO-Antrag nach der alten, noch gültigen GO und zwar Antrag auf eine Pause für bis fünf Minuten nach Herstellung des kabelgebundenen Netzes, weil ich kann nichts nachlesen, was mir die Entscheidung möglich macht. Ich habe die ganze GO zwar im Vorfeld gelesen, aber ich kann sie nicht auswendig, ich hätte gern das eine oder andere noch mal nachgelesen, daher Antrag auf Pause bis fünf Minuten nach Herstellung des Netzes. Gut, ich würde jetzt einfach darüber abstimmen lassen. Zu der Anmerkung, beziehungsweise zu dem Antrag jetzt eine Gegenrede, weil gleich mit einer Pause anfangen, bis das Netz da ist. Wir wissen, dass das mit dem Netz zur Not bis länger dauern kann. Ich würde gerne den Parteitag schon mal fortsetzen. Zu den Geschäftsordnungen, das ist der Grund, warum ich gleich zu meiner eigenen Geschäftsordnung Geschäftsordnungsänderungsanträge stelle. Das haben wir so gemacht, dass die Geschäftsordnungen, so wie sie im Wiki vorgeschlagen sind, stabil bleiben, weil wir nicht noch irgendwie wenige Stunden vorher in einer Nacht- und Nebelaktion unseren eigenen Vorschlag ändern wollten. Gut, dann würde ich jetzt gerne über diesen Geschäftsordnungsantrag abstimmen lassen, und zwar die Unterbrechung auf fünf Minuten, damit entweder das Netz da ist oder wir in der Lage sind, eine Geschäftsordnung für diesen Piraten zu besorgen, damit sie nachgucken können, wer ist für, respektive gegen die Unterbrechung des Parteitages für fünf Minuten. Ich bitte jetzt um die Stimmzeichen. Das ist eindeutig dagegen. Der Geschäftsordnungsantrag auf Unterbrechung ist abgelehnt. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu den alternativ stehenden Anträgen? Wenn du eine Frage stellen möchtest, du da hinten, du hast gewunken, dann musst du zu dem mittleren Mikrofon kommen, das hier vorne in der Mitte ist. Genau dich meine ich. Fragen hier vorne an dem mittleren Mikrofon. Ich erkläre das mal ganz kurz, das gilt nämlich dann auch für den Rest des Parteitages. Wir haben da zwei Mikrofone in der Mitte des Saales, das sind das Pro- und das Kontra-Mikrofon. Das Mikrofon hier vorne in der Mitte ist immer nur für Fragen. Bitte schön. Ja, es ist anders, Mikro, ja. Wenn die zweite EGO schon diese ganzen sinnvollen Änderungen der ersten GO quasi enthält, wäre es dann nicht sinnvoll, die erste GO zurückzuziehen? Nein, wäre es nicht, weil die zweite GO auch ein paar Änderungen drin hat, die wir für wenig sinnvoll erachten. Also es gibt zwei kleine Fehler, die wir da gemacht haben. Dazu die GO-Änderungsanträge von mir, zu dem Rest unserer GO stehen wir. Und das sind halt so Sachen wie Befragung irgendwie über geloste Fragen, Zeichen, also Reder, Dings, Zeichen, Schlangen, Dinger da, dass nicht immer die gleichen Leute reden und so Sachen, die alle in der zweiten GO nicht drin sind. So, es gibt weitere Fragen, wie ich sehe. Bitte schön. Ich habe eine Frage zu den Kandidatenlisten oder Wahllisten. Wie lange werden die offen gehalten? Werden die bis nach der Befragung offen gehalten in euren Vorschlägen? Also, dass noch spontan Kandidaturen zum Beispiel möglich sind von Leuten, wenn sie unzufrieden sind? Oder zu welchem Zeitpunkt sollen die Kandidatenlisten geschlossen werden in Bezug auf die Befragung der Kandidaten? Also, ihr merkt, Flo muss auch kurz nachschauen, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die Frage mal jetzt schnell zu beantworten. Bei seiner GO oder bei der VersammlungsleitungsGO vorgeschlagenen, da wird sie am Anfang geschlossen. Bei uns bleiben sie im Prinzip offen, bis sich die Kandidaten vorgestellt haben. Richtig. Im Paragraf 9 unserer Geschäftsordnung befindet sich kein Zeitpunkt dazu. Also, es wird einen letzten Aufruf geben und dann wird das geschlossen, halt so, wie wir das immer gemacht haben. Bitteschön, eine weitere Frage? In der zweiten GO war eben die Rede davon, dass da korrektes Deutsch verwendet wurde, deutsche Rechtschreibung. Ist das nicht nur eine Anschreibung dafür, dass ihr alles, was mit Gendern zu tun hat, rausgeschmissen habt? Ja, da gab es verschiedene Ausdrucksfehler und so weiter und es ist auch richtig, dass die Sternchen entfernt würden. Gut, eine weitere Frage? Ja, Frage an Florian und zwar, habe ich das richtig verstanden? Also, der Unterschied zwischen eurer GO und der GO, der alternative GO, ist in Teilen nur unwesentlich. Können wir nicht, kannst du nicht deine zurückziehen, weil deine GO bedarf ja auch noch hinterher Änderungsanträge. Wenn du einfach die Änderungsanträge, was dir dort nicht gefällt, einfach dort Änderungsanträge stellst, deine zurückziehst und jetzt im Grunde uns schnell abstimmen lässt, dass wir mit diesem Parteitag weiterkommen, wäre meiner Meinung nach der einfachere Weg. Ganz kurz, ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Frage schon mal gestellt wurde in dieser Fragerunde und darauf auch schon geantwortet wurde. Ich würde gerne, dass wir die Fragerunde jetzt relativ zügig zu Ende bringen und dann einfach darüber abstimmen, denn wir brauchen einfach eine Wahl- und Geschäftsordnung und wir haben noch sehr, sehr viele Dinge zu tun an diesem Wochenende. Wenn diese Frage jetzt tatsächlich nochmal beantwortet wird, möchte ich, dass sie nicht nochmal gestellt wird. Dankeschön. Also Klaus, ich muss mich schon wieder wiederholen. Nein, ich werde meine GO nicht zurückziehen. Das hat unter anderem was damit zu tun, dass wir wochenlang an dieser GO gearbeitet haben und sich niemand dafür interessiert hat. Und plötzlich kamen Leute an, als wir dann gesagt haben, wir sind fertig, die davor keine Zeit hatten, sich darum zu kümmern, dass wir eine Geschäftsordnung machen und wussten alles besser. Ein Zustand, den ich unter Piraten als leider normal bezeichnen muss manchmal. Wenn ich das von dir jetzt vorgeschlagene Verfahren wählen würde, dass ich meine GO zurückziehe und den anderen GO-Vorschlag mit GO-Änderungsanträgen ändere, anstelle meinen GO-Vorschlag mit GO-Änderungsanträgen zu ändern, wären wir heute Nachmittag noch mit GO-Änderungsanträgen beschäftigt und hätten nicht nur zweimal kurz Schnellkarten heben, wie das bei meinem von mir vorgeschlagenen Verfahren ist. So, weitere Fragen noch? Ein oder zwei? Ja, bitteschön. Ja, ich hätte mal eine ganz konkrete Frage zu der Geschäftsordnung, zu der ersten von der Versammlungsleitung. Und zwar gibt es da einen Paragrafen 17Q und der sagt jetzt halt Abweichung von der Geschäftsordnung. Die Versammlungsleitung kann von der Geschäftsordnung abweichen, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt und so weiter. Da hätte ich gerne mal von dir gewusst, welchen Sinn das halt macht, eine Geschäftsordnung erst zu beschließen und dann gewissermaßen die Hintertür einzubauen, dass man sich daran gar nicht halten muss. Das wäre mir unverständlich. Ich möchte es gerne von Ihnen hören. In jeder Geschäftsordnung gibt es Situationen, beziehungsweise im Ablauf eines jeden Parteitages gibt es Situationen, die sich als formale Verklemmung beschreiben lassen. Mit 17Q können wir diese formalen Verklemmungen lösen. Des Weiteren ist das der ohnehin durch Gesetze vorgegebene Rahmen, was Versammlungsleitungen machen dürfen und was nicht. Wir haben einfach nur das gesetzlich Offensichtliche hier mal in die Geschäftsordnung mit reingeschrieben. Okay, das heißt, im Neumarkt hat uns das gefehlt und in der Version 2 ist es auch nicht drin? Weiß ich gar nicht, ob das rausgefallen ist in der anderen Version. Okay. Ja, danke dann. Mal eine Frage an Bernd Schreiner. Ich glaube, achso, warte mal ganz kurz, die gucken gerade noch kurz was nach, Augenblick. Wir haben es jetzt ganz im Auge, aber ich glaube, er ist rausgefallen. Es haben sich die Sortierungen geändert. Gut, dann kommen wir jetzt zu der anderen Frage an Bernd, bitteschön. Eine Frage an Bernd Schreiner. Es gab ja am Montag ein langes Mumble zum Thema GO, alternative GO und so weiter. Und da gab es auch den Vorschlag, dass man eure Änderungen als Module in die GO von Flo einpflegt. Das habt ihr abgelehnt. Das hätte uns sehr, sehr viel Zeit gespart und viele Diskussionen jetzt gespart. Warum habt ihr das abgelehnt? Du weißt genau, wie das lief, dass der überwiegende Teil der Anwesenden gemeint hat, wir stellen diesen Komplettantrag einfach, um auch Zeit zu sparen. Wir haben am Sonntag die ganz große Sitzung gehabt, nachdem die GO, die hier vorgeschlagene vom Flo, GO bekannt wurde, breit bekannt wurde. Und da drin eigentlich sichtbar war, dass hier die Versammlung, ihr alle miteinander eigentlich gar nicht mehr überall mitreden könnt. Und das war Anlass, dass sich da 50, 60, 70 Piraten zusammengefunden haben und auf Grundlage seiner GO, sage ich jetzt mal, sie an diesen im Prinzip 6, 7, 8 Punkten verändert hat, die wir jetzt hier auch kurz gehört haben. Und daraufhin gab es am Montag diese Versammlung, die du ansprichst und die Mehrheit hat beschlossen, dass wir hier die inklusive den Änderungen, die auch Flo ja jetzt anschließend noch einbringen will, hier komplett stellen, weil dann können wir alles im Paket annehmen und die Versammlung hat weiterhin die Kontrolle über diesen Parteitag. So, ich sehe noch zwei weitere Fragen. Hoffentlich können wir dann zum Ende kommen. Bitteschön. Ich finde es übrigens persönlich eine Frechheit, dass mir und meinem Team unterstellt wird, wir wollten den Bundesparteitag entmachten. Bitteschön, Peter. Ja, da wollte ich gerne anschließen. Ich wollte von Bernd wissen, warum in seiner Geschäftsordnung auch dieser Paragraf 17Q vorkommt, nachdem die Versammlungsleitung von der Geschäftsordnung abweichen kann, weil ich es der Frechheit finde, dass hier der Eindruck erweckt wird, das stände nur in einer der beiden Geschäftsordnungen. Danke. Also ich kann das jetzt nicht überprüfen, weil in der Version, die ich hier habe, ist der Q nicht drin. Wenn er drin ist, gab es vielleicht eben wirklich den guten Grund, um irgendwelche, wie hast du gesagt, Verklemmungen, formalen Verklemmungen zu lösen. Aber in der Version, die ich jetzt hier auf dem Rechner habe, ist er nicht drin. Müssen wir mal schnell kontrollieren. Gut, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Danach würde ich wirklich sehr gerne die Debatte abschließen und darüber abstimmen lassen, welche der beiden Wahl- und Geschäftsordnungen wir benutzen. Bitteschön, die letzte Frage. Ja, die Frage geht an Flo auch. Du hattest vorhin gesagt, du hast noch einige Änderungsanträge eingestellt. Die waren, soweit ich weiß, nicht im Wiki. Sehe ich das richtig, dass diese Änderungsanträge entfallen, wenn die zweite GO jetzt angenommen würde? Also die gelten nicht für die zweite GO, deine Änderungsanträge? Meine Änderungsanträge, die beiden gelten nur für die erste GO. Nein, die sind nicht im Wiki. Da bin ich leider nicht mehr dazugekommen. Sollte die zweite GO angenommen werden, kann es allerdings passieren, dass irgendwie im Verlauf des Tages bis zu 120 GO Änderungsanträge kommen. Gut, vielen Dank. Ich habe diese Formulierung gerade nicht sehr glücklich von dir, Flo. So, ich soll euch ganz kurz mitteilen, dass ihr ein bisschen sehr laut seid. Ich bitte euch darum, dass ihr ein bisschen leiser seid und ein bisschen ruhiger der Versammlung folgt. Dann kommen wir jetzt zu der Abstimmung. Das ist eine Approval-Abstimmung. Es stehen zwei Wahl- und Geschäftsordnungen zur Alternative, zur Wahl. Wir machen es wieder so. Die Option 1, das ist die Wahl- und Geschäftsordnung von Flo, bekommt die Stimmkarte Ja. Das ist die gelbe Karte. Und die Wahl- und Geschäftsordnung von Bernd, das ist die zweite Option, bekommt die Stimmkarte Nein. Das ist rot. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, welche von beiden ihr wollt. Das ist eine Stichwahl. Bitte zeigt die gelbe Karte, wenn ihr für die Wahl- und Geschäftsordnung von Flo seid. Und zeigt die rote Karte, wenn ihr für die Wahl- und Geschäftsordnung von Bernd seid. Bitte gleichzeitig zeigen, heben, halten. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt bitte ich mal, meine Wahlhelfer aufzustehen. Die Wahlhelfer aufstehen und Arm heben. Karten runter, auch ihr hier vorne. Und die Wahlhelfer die Arme heben. So, nachdem ihr sehr unregelmäßig verteilt seid, kommt ihr bitte mal alle schnell hier vor. Hier vor, zu Daniela. Alle Wahlhelfer schnell hier vor. Während hier vorne sich die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen einfinden und vom Wahlleiter eingewiesen werden, bräuchte ich mal den Tazun hier vorne an der Bühne. Es wäre cool, wenn Tazun herkommen könnte. Vielen Dank. So, wir könnten jetzt zu einer Abstimmung kommen. Ich sehe, dass meine Wahlhelfer anständig verteilt sind. Wenn ihr mitstimmen wollt, bitte setzt euch hin. Hört auf, euch zu bewegen. Es wäre das Beste, wenn tatsächlich alle außer den Wahlhelfern sitzen. Wenn ihr rumlauft, wird eure Stimme auf gar keinen Fall gezählt. Und noch eine weitere Bitte. Es gibt immer wieder Menschen, die den lustigen Trick machen, beide Stimmkarten so verbunden hochzuheben, in der Hoffnung, dass die richtige Seite schon gesehen wird. Das funktioniert nicht. Hebt bitte nur eine Karte hoch. So, damit kommen wir jetzt zur Abstimmung über die Wahl- und Geschäftsordnung. Wer für den Vorschlag von Florian Boker ist, hebt die Ja-Stimme. Wer für den Vorschlag von Bernd Schreiner ist, hebt die Nein-Stimme. Die Wahlhelfer zählen das bitte, schreiben das Ergebnis auf. Wenn die Wahlhelfer mit dem Zählen ihrer Reihen fertig sind, werden sie euch anweisen, die Stimmkarten runterzunehmen. Und die Ergebnisse bitte dann hier vorne auf die Bühne bringen. Wir hatten gerade eine kleine Panne auf der Bühne. Können bitte alle Wahlhelfer mit Ergebnissen noch einmal hochkommen? Bitte alle Wahlhelfer noch einmal. So, wir haben Ergebnisse. Ich bitte um Ruhe im Saal. Bitte um Ruhe im Saal, es gibt ein Ergebnis. Ich glaube, damit war das Beamer-Team gemeint, das auch umschalten soll. Okay, Blue Screen ist nicht unbedingt ein Ergebnis, das ich sehen will. Also, für Ja haben gestimmt 51,59 und für Nein 100% Minus diese 51,59. Und wir bringen jetzt einen Viewer am Start. Sorry, wir haben noch ein bisschen technisches Fack ab hier. Gut, damit ist die Geschäftsordnung, Vorschlag, Versammlungsleitung, die präferierte. Nach der alten Wahl- und Geschäftsordnung müssen wir noch einmal endgültig über dieses Ergebnis abstimmen. Wenn ihr mit diesem Ergebnis zufrieden seid, hebt bitte jetzt die Ja-Karte. Wenn ihr die ganze Sache nochmal machen wollt, hebt bitte die Nein-Karte. Das ist sehr deutlich. Ja, damit haben wir eine Wahl- und Geschäftsordnung. Vielen Dank. Gut, ganz vielen herzlichen Dank. Dann haben wir jetzt eine Wahl- und Geschäftsordnung. Das macht uns gleich signifikant handlungsfähiger. Und erspart mir vor allem, dass ich auf zwei Geschäftsordnungen gleichzeitig vorbereitet sein muss, nämlich die von Neumarkt und die aktuelle. Der Punkt ist, was wir jetzt als nächstes machen, ist, was ja vorhin schon Flo angekündigt hat. Es wird verschiedene Änderungsanträge zu der jetzt gültigen Wahl- und Geschäftsordnung geben. Die sind, glaube ich, da auch schon beim Front- und Backoffice. Die sind da allerdings noch irgendwo in diesem Workflow stecken geblieben. Das heißt, das dauert jetzt noch kurz, bis die kommen, bis wir die haben, um die abstimmen zu kommen. Das dauert jetzt noch einen kurzen Moment, aber gleich kommen diese GO-Änderungsanträge. Gut, hier haben wir den ersten Geschäftsordnungsantrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Das ist der, auf den euch Florian Burkohr eben in seiner Vorstellung schon vorbereitet hat. Das ist der Änderungsantrag, dass nämlich Änderungen der Geschäftsordnung jetzt nur noch mit 50 Prozent, also mit einfacher Mehrheit, möglich sein sollen. Ich biete dazu Florian Burkohr auf die Bühne, dass er den vorstellen kann. Ich habe dazu noch einen Hinweis. Gemäß der Geschäftsordnung, die wir angenommen haben, und zwar Paragraf 17 Absatz 10, kann die Versammlungsleitung eigene GO-Änderungsanträge stellen. Das ist hiermit passiert. Er wird jetzt erklären, warum das sinnvoll ist. Und dann stimmen wir darüber ab. Vielen Dank. Ja, das ist so einer der Punkte, der am heftigsten kritisiert wurde. Ich wäre dafür, dass ihr den annimmt, bitte. Gut, das war eine relativ einfache Erläuterung. Gibt es irgendwelche Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Gut. Du hast nicht gehört, was er gesagt hat? Er soll es nochmal sagen? Flo, kannst du es nochmal sagen, und zwar ganz laut? Das war der wohl meist kritisierte Punkt in unserem Geschäftsordnungsvorschlag. Und ich hatte im Vorfeld gesagt, dass ich diesen GO-Änderungsantrag stellen werde. Also stelle ich ihn. Ich bitte darum, ihn anzunehmen. Alles klar, vielen Dank. So, ihr habt das gehört. Das ist der Geschäftsordnungsänderungsantrag mit der Ticketnummer 176. Das ist übrigens eine Information, die nur für das Backoffice relevant ist. Wir werden heute immer, wenn Anträge vorgelesen werden, auch eine Ticketnummer vorlesen. Die könnt ihr ignorieren. Das ist der Geschäftsordnungsantrag mit der Ticketnummer 176 von Florian Bokor. Es geht darum, dass Änderungen der Geschäftsordnung ab jetzt mit einfacher Mehrheit möglich sein sollen, statt mit Zweidrittelmehrheit. Ich weise darauf hin, dass dieser Antrag gemäß der Geschäftsordnung, die wir eben angenommen haben, eine Zweidrittelmehrheit braucht, um genau diese Zweidrittelmehrheit rauskicken zu können. So, dann bitte ich euch jetzt um die Abstimmung. Bitte zeigt an, ob ihr für, respektive gegen die Annahme dieses Geschäftsordnungsänderungsantrages seid. Dieser Geschäftsordnungsänderungsantrag bräuchte eine Zweidrittelmehrheit. Bitte zeigt an, ob ihr für, respektive gegen die Annahme dieses Änderungsantrages seid. Das ist eindeutig die Zweidrittelmehrheit, ne? Die Zweidrittelmehrheit ist eindeutig erreicht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Super, damit ist dieser Antrag angenommen. Ab jetzt sind Geschäftsordnungsänderungsanträge mit einfacher Mehrheit möglich. Wir haben einen weiteren Änderungsantrag zur Wahl- und Geschäftsordnung. Der ist auch von der Versammlungsleitung, also auch von Florian Burkohr. Dieser Geschäftsordnungsantrag hat die Ticketnummer 177. Es geht darum, um die verschiedenen Wahlverfahren. Bitte stell den Antrag kurz vor. An zwei Stellen in der Geschäftsordnung haben wir drinstehen, dass der Wahlleiter bestimmen kann, was für ein Wahlverfahren verwendet wird. Wir dachten, dass das eine gute Idee ist, weil meistens ohnehin klar ist, was die Versammlung will. Wenn wir das an diesen beiden Stellen rausstreichen, muss jedes Mal die Versammlung gefragt werden. Das ist auch ein Punkt, der im Vorfeld für heftige Kritik an dieser Geschäftsordnung gesorgt hat, wo ich sage, okay, die 25 Abstimmungen mehr oder weniger, auf die kommt es dann auch nicht mehr an. Gut, vielen Dank. Ich bitte euch um Ruhe. Bitte seid noch mal ein bisschen ruhiger, damit ihr besser versteht, was da eigentlich vorgestellt wird und worüber ihr gleich abstimmt. Gibt es Fragen zu diesem Geschäftsordnungsänderungsantrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir jetzt darüber ab. Der Geschäftsordnungsänderungsantrag hat die Ticketnummer 177 und bräuchte eine einfache Mehrheit, um die Geschäftsordnung zu ändern. Wer ist für, respektive gegen die Annahme dieses Antrages von Florian Bokor zur Änderung der Geschäftsordnung? Bitte zeigt mir an, ob ihr für, respektive dagegen seid. Die einfache Mehrheit ist eindeutig erreicht. Vielen Dank, damit ist dieser Antrag angenommen und die Geschäftsordnung wird dementsprechend geändert. So, dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt Wahl der Rechnungsprüfer. Es gab im Wiki keine Gelegenheit, sich für die Rechnungsprüfer einzutragen. Rechnungsprüfer sind ein Parteitagsamt. Das heißt, das ist nur für den Parteitag gültig und auch nur, bis der noch amtierende Vorstand entlastet ist. Wir brauchen jetzt gleich dafür Freiwillige. Ich bitte euch, dass ihr schon mal anfangt, euch zu überlegen, ob ihr euch vorstellen könntet, Rechnungsprüfer zu sein. Ich weise darauf hin, dass unser Justizieriat gesagt hat, dass das auch durchaus die derzeit aktuellen Kassenprüfer sein können. Also zum Beispiel Sabine Augustin. Wir brauchen zwei davon. Um euch zu erklären, was die Rechnungsprüfer machen, werde ich ganz kurz aus dem Parteiengesetz zitieren. Und zwar Parteiengesetz § 9 Absatz 5. Der Parteitag nimmt mindestens alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht des Vorstandes entgegen und fasst über ihn Beschluss. Der finanzielle Teil des Berichts ist von der Berichterstattung durch Rechnungsprüfer, die von dem Parteitag gewählt werden, zu überprüfen. Das gleiche sagt übrigens auch unsere Bundessatzung. Aus der werde ich auch kurz zitieren. Das ist § 9b der Bundesparteitag in unserer Bundessatzung und das ist Absatz 7. Da steht, der Bundesparteitag wählt zwei Rechnungsprüfer, die den finanziellen Teil des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes vor der Beschlussfassung über ihn prüfen. Das Ergebnis der Prüfung wird im Parteitag verkündet und zu Protokoll genommen. Danach sind die Rechnungsprüfer aus ihrer Funktion entlassen. Da das ein Parteitagsamt ist, können wir die gleich zusammen und offen abstimmen. Dafür brauchen wir allerdings erstmal Kandidatinnen und Kandidaten. Im Optimalfall bräuchten wir zwei. Ich brauche jetzt sofort mindestens zwei Kandidatinnen und Kandidaten für Rechnungsprüfer. Es gibt einen Hinweis von Herrn Preukert. Bitte schön. Diese Kandidaten sollten die aktuellen Kassenprüfer sein, weil sie diese Prüfung sonst gar nicht machen können. Das ist ein Bug in unserer Satzung, dass wir sowohl Kassenprüfer als auch Rechnungsprüfer wählen. Das sind eigentlich personidentische Leute. Wir sollten hier einfach fix die beiden Kassenprüfer bestimmen. Dann können sie die Prüfung, die sie unter des Jahres gemacht haben, hier vortragen und die Entlastung empfehlen oder eben auch nicht. Gut, es verhält sich so, dass der eine Kassenprüfer da ist. Das ist der hier vorne. Der kann sich auch gleich kurz vorstellen. Das Problem ist, dass die anderen beiden Kassenprüfer noch nicht da sind, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir brauchen eine weitere Person. Wir brauchen eine weitere freiwillige Person, die helfen würde, dem aktuellen Kassenprüfer kurz den Rechenschaftsbericht durchzugucken. Gibt es eine freiwillige Person, die schon mal Zahlen angeschaut hat und sich das zutraut? Da vorne hier, ich nehme dich. Dankeschön. I choose you. Du gehst bitte schön zu ihm. Ihr beide stellt euch mal kurz hier vorne am Pult bitte vor. Sagt kurz euren Namen, wer ihr seid, warum ihr dafür qualifiziert seid. Und dann stimmen wir euch kurz offen und zusammen ab gleich. Also mit einem Satz bitte kurz vorstellen. Danke. Hallo, ich bin Wika. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung und kandidiere als Kassenprüfer. Habe es bisher bei der Bundespartei noch nicht gemacht. Und deswegen möchte ich mir jetzt mal anschauen. Mein Name ist Christoph Löhr. Ich bin amtierender Kassenprüfer seit einigen Jahren. Mein Name ist Christoph Löhr. Ich bin amtierender Kassenprüfer. Ich mache das jetzt seit mehreren Jahren und mache das auch immer gerne weiter. Alles klar. Vielen Dank. Das heißt, wir haben zwei Freiwillige, die als Rechnungsprüfer zur Verfügung stehen. Wie gesagt, wir können jetzt offen und gemeinsam wählen. Ich schlage vor, dass wir es so machen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Dann bitte ich euch jetzt mit euren Stimmkarten anzuzeigen, ob ihr dafür respektive dagegen seid, dass diese beiden Personen, die sich gerade vorgestellt haben, den Rechenschaftsbericht des Bufos prüfen und euch nachher darüber berichten, was sie festgestellt haben. Vielen Dank. Das ist einstimmig. Ihr seid hiermit die Rechnungsprüfer dieses Parteitages. Dankeschön. Dann haben wir diesen Tagesordnungspunkt auch abgehakt. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, der nächste Tagesordnungspunkt, der dran ist, ist, dass wir eine Tagesordnung beschließen müssen. Und da gibt es drei verschiedene Vorschläge. Der erste Vorschlag ist vom Bundesvorstand. Der zweite Vorschlag ist von Patrick Breyer. Und der dritte ist von Malte Seidler. Ich bitte jeweils einen Vertreter, also in diesem Fall Patrick Breyer, Malte Seidler und einen Mitglied des... Ach nee, hier, Silvi wird das machen. Genau, auf die Bühne, um die jeweiligen Tagesordnungen kurz vorzustellen. Ah ja, genau, ganz kurz, die Ticketnummern. Die Ticketnummern der Tagesordnungsvorschläge für den Vorschlag vom Bundesvorstand ist die Ticketnummer 165. Für den Tagesordnungsvorschlag von Patrick Breyer ist die Ticketnummer 164. Und der Tagesordnungsvorschlag von Malte Seidler ist die Ticketnummer 163. Ich erteile Silvi das Wort, um den Tagesordnungsvorschlag des Bundesvorstandes kurz vorzustellen. Bitteschön. Hallo, ich bin Silvia von der Antragskommission und wir haben den Antrag zusammen mit Klaus, dem zuständigen Bufo, ausgearbeitet. Die Prämissen waren, dass wir auf diesem Parteitag unbedingt einen Vorstand und ein Schiedsgericht sowie Kassenprüfer wählen müssen. Und der Wahlparteitag üblicherweise dazu dient, Dinge, die die Satzung betreffen, auch noch abzuarbeiten. Und dann ganz am Ende, wenn ihr alle brav wart und wir noch genug Zeit haben, weil wir diszipliniert und vorgegangen sind, noch Europawahlprogramm zu machen. Da ja in Bochum auch nur begrenzt Zeit sein wird. Genau, dann sehen wir noch vor, dass wir die Schiedsgerichtsordnung machen sowie Anträge zum BO, da die halt typisch, also wichtige Satzungsblöcke sind, die wir endlich behandeln müssen, damit es da auch weitergeht. Ja, und ansonsten haben wir natürlich, wenn ganz viel Platz ist, eine Umfrage gemacht, nach der am Samstag weitere Satzungsanträge behandelt werden können, Samstagabend und natürlich Sonntagnachmittag, wenn da noch Zeit ist, haben wir noch eine Reihenfolge der Anträge für das Wahlprogramm vorgelegt. Gut, ja, und unser Vorschlag sieht, wie gesagt, vor, den Satzungsanträgen sowie natürlich vor allem den Wahlen die Priorität zu geben, im Gegensatz zu den anderen beiden Vorschlägen, die das Europawahlprogramm irgendwie nach der Vorsitzwahl oder auf Sonntagmorgen verlegen. Und da sehen wir halt das Problem, dass wir eventuell nicht mit den Vorstandswahlen fertig werden und dann bleibt der aktuelle Vorstand im Amt und das wollen wir alle nicht. So, das war der Vorschlag von Silvi. Ich möchte noch mal ganz kurz darum bitten, dass ihr wirklich ruhig seid. Wir sind wirklich in diesem Punkt, das sind diese ganz Formalkrempel, ganz am Anfang. Wir können das relativ zügig abfeiern gleich. Bitte seid konzentriert und hört zu, damit wir uns gleich rund abstimmen können und wir nicht noch ganz viele Fragen dazu haben, weil ihr nicht aufgepasst habt. Ich bitte darum, den zweiten Tagesordnungsvorschlag von Patrick Breyer vorzuschlagen und danach Malte Seidler. Bitte schön, Patrick, ich erteile dir das Wort. Ja, moin, liebe Piraten. Ich stelle euch den Tagesordnungsvorschlag X028 vor, falls ihr den nachlesen wollt. Und der ist eigentlich schnell erklärt. Im Unterschied zu dem Tagesordnungsvorschlag vom Bundesvorstand wird konsequent auf Satzungsdebatten und Satzungsänderungen verzichtet und stattdessen die Anträge behandelt, die für die Europawahl relevant und wichtig sind. Wir könnten nach diesem Antrag schon heute über das Europawahlprogramm, über die gemeinsamen Anträge beraten. Wir hätten Anträge drauf, die die Mitgliedschaft in der PPEU betreffen. Wir könnten heute und morgen über die Anträge zum Europawahlprogramm sprechen, die ihr gevotet habt im Vorfeld dieser Versammlung. Warum schlage ich das vor? Es gibt natürlich eine Zeit für die Beschäftigung mit unserer internen Willensbindung, mit der Schiedsordnung, mit dem Mitgliederausschluss und so weiter. Aber diese Zeit ist nicht jetzt. Denn diese Fragen sind ebenso grundlegend wie kontrovers unter uns. Sie spalten uns auch ein Stück weit. Sie signalisieren nach außen hin, dass wir uns streiten, und zwar über Fragen, mit denen wir uns mit uns selbst beschäftigen. Wir haben sowieso dieses Wochenende mit der Wahl des Bundesvorstands viel interne Fragen auf der Tagesordnung. Und ich glaube, wir sollten diese grundsätzlichen Fragen in Ruhe aber nächstes Jahr klären. Jetzt ist die Zeit, eine Antwort auf die krachende Niederlage zu geben, die wir bei der Bundestagswahl eingefahren haben. Und zwar, die Antwort muss heißen, jetzt erst recht. Die Antwort muss heißen, wenn es darauf ankommt. Patrick, Entschuldigung, es geht nur darum, du schlägst nur vor, warum dein Tagesordnungsvorschlag sinnvoll ist. Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Bitte fass dich kurz. Danke. Ich komme zum Ende. Lasst uns jetzt alle Energie darauf konzentrieren, die EU demokratischer, transparenter und bürgerrechtsfreundlicher zu machen. Kaum irgendwo werden wir so dringend gebraucht wie im EU-Parlament. Deswegen lasst uns dieses Wochenende ein hervorragendes und gründlich diskutiertes Programm zur Reform der EU zusammenstellen. Und lasst uns das EU-Parlament rocken. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu dem dritten Geschäftsordnungsantrag. Der dritte Tagesordnungsvorschlag von Malte Seidler mit der Ticketnummer 163. Bitte schön. Ja, moin. Unser Tagesordnungsvorschlag hat genau dasselbe Ziel. Wir haben jetzt eine Wahl vor uns, die das Leben von 500 Millionen Menschen beeinflusst. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, die Pflicht muss gemacht werden. Das ist, glaube ich, jeder hier einer Meinung. Ja, wir müssen den Vorstand wählen. Aber ich glaube, wir haben eben die letzte halbe Stunde gesehen, was wirklich hier uns hindert, daran, den Vorstand zu wählen. Und das ist die Programmdebatte. Das ist Formalfu. Und in unserem Tagesordnungsvorschlag haben wir die Programmdebatte für das Europawahlprogramm auf Sonntagvormittag gelegt und auch die Anträge für PPEU und andere Anträge, die wichtig sind zur Vorbereitung dieser Europawahl. Damit wäre der ganze Samstag für Vorstandswahlen reserviert und SMV-Debatte könnte am Sonntagnachmittag stattfinden, wenn auch Zeit ist. Ich möchte dazu sagen, dass wir den Antrag von Patrick auch sehr gut finden. Und wenn ihr beide unterstützt, dann unterstützt einfach beide, damit wir uns nicht gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Danke sehr. Martina will auch noch was sagen. Aber bitte nur ganz kurz. Genau. Mein Name ist Martina Pöser. Ich bin Beauftragte für die Gründung der Europäischen Piratenpartei. Und ich bitte auch ganz dringend darum, einen der beiden Alternativ-TO-Vorschläge anzunehmen. Da nur in diesen beiden TO-Vorschlägen auch die Abstimmung über die Mitgliedschaft in der Europäischen Piratenpartei und das gemeinsame europäische Wahlprogramm möglich ist, die auf der Tagesordnung des Bufos fehlen. Und wir sollten dringend auch im internationalen Bereich tätig sein, denn wir sind eine internationale Bewegung. Gut, vielen Dank. So, jetzt habt ihr also die drei verschiedenen zur Wahl stehenden Tagesordnungen gehört. Es gibt jetzt eine Fragerunde. Gibt es Fragen zu den drei vorgestellten Tagesordnungen? Dann bitte auch wieder hier vorne, wo schon der Herr Polkert steht, am mittleren Saalmikrofon sich anstellen und Fragen stellen. Bitte adressieren genau, an wen die Frage ist, damit die Personen dann antworten können. Bitte schön, Tatsun, du hast das Wort. Wir haben es jetzt 11.16 Uhr. Wir sollten seit einer Viertelstunde bei den Tätigkeitsberichten des Bundesvorstands sein, laut der bisherigen Planung. Ich finde es ja super, dass ihr zur Konsolidierung des Parteitags erstmal zwei verschiedene Anträge stellt, die sich weiter im Europa handeln. Habt ihr euch nicht abgesprochen? Das war eine Frage, ob ihr euch abgesprochen habt. Wollt ihr darauf antworten? Könnt ihr dazu kurz was sagen, bitte schön? Wir würden gerne den Parteitag entscheiden lassen, ja. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt den Europa-Block heute Nachmittag machen, dann machen wir ihn dann. Wenn wir einen Sonntagvormittag so machen wollen, dann machen wir ihn dann, ja. Wir könnten auch ein Meinungsbild machen, wo ihr darüber abstimmt, welcher dieser beiden Anträge von Patrick oder von mir, von Malte, ihr besser findet. Dann würden wir auch vielleicht einen zurückziehen. Wäre das eine Möglichkeit? Wir haben vorher miteinander gesprochen, aber wir schlagen unterschiedliches vor. Der dritte Vorschlag sieht einfach eine zeitliche Umordnung vor, während mein Vorschlag vorsieht, konsequent auf Satzungsdebatten zu verzichten. Das ist einfach ein inhaltlicher Unterschied. So, eine weitere Frage. Bitte zügig mit den Fragen voranschreiten. Ja, in dem Tagesordnungsvorschlag der Antragskommission steht ja für heute Abend 21 Uhr Vertagung auf Sonntag. Dann steht am Sonntag Wiedereröffnung. Jetzt ist natürlich meine Frage, weil ja der Samstag sehr vollgepackt ist bei dem Antrag. Wird dann mit diesen Satzungsänderungsanträgen und der Mitgliederversammlung weitergemacht oder wird dann auch mit dem weitergemacht, was dann am Sonntag dort steht? Also Wahlgang zum Schatzmeister. Es würde nicht mehr mit Anträgen von Samstagabend weitergemacht. Diese Zeit am Samstagabend ist nur dazu da, vor allem erstmal Zeit zu haben, die Vorstandswahlen, die vorgesehen sind, zu schaffen. Und nur wenn danach noch Zeit ist, überhaupt Anträge zu machen, es geht Sonntagfrüh definitiv mit der Wahl des Schatzmeisters los. Gut, eine weitere Frage. Wurde beim X027 die SMV-Debatte mit Absicht auf Sonntagnachmittag 16.30 Uhr gelegt, zu einer Zeit, wo schon viele heimgehen, um auf jeden Fall einen Antrag noch durchdrücken zu können? An wen stellst du die Frage? An X027. Es war nicht Absicht, dass ein Antrag durchgedrückt wird. Es war Absicht, dass wir der Meinung sind, dass die SMV-Debatte jetzt nicht notwendig ist. Die SMV hilft uns jetzt nicht, ein Europawahlprogramm abzustimmen. Wir müssen das Europawahlprogramm an diesem Parteitag abstimmen. Wir können es auch nicht in Bremen abstimmen. In sechs Tagen ist die Antragsfrist für Bremen vorbei. Wenn dann keiner in Bochum, meine ich. So, ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in der Fragerunde zu den drei alternativen Tagesordnungen sind. Dies ist keine SMV-Debatte. Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte. Ich möchte darauf hinweisen, dass viele Menschen sich auf die aktuelle TO eingearbeitet haben, dort alle mehr oder weniger Firmen sind. Ich glaube, viele Leute in der Halle haben sich noch nicht intensiv mit Europa beschäftigt. Und insofern besteht eine Gefahr, dass wir hier in eine Debatte kommen, wo wir viel mehrheitlich zurzeit noch nicht wirklich sprachfähig sind. Danke. Ist das eine Frage? Sagt der Frau was sagen? Die nächste Frage, bitte. Ich habe eine Frage an den Patrick. Und zwar ist es korrekt, dass wir nach seiner Tagesordnung heute ausschließlich Vorsitz und Stellvertreter wählen würden. Und eine Frage an die Gruppe vom dritten Antrag. Ist es korrekt, dass wir am Sonntag innerhalb von einer halben Stunde die Beisitzer vorstellen und wählen und offene Wahlgänge vom Samstag zu Ende machen würden? Also der Frage an mich. Die Wahlen sind alle auch auf meinem Tagesordnungsvorschlag enthalten. Es gibt eine geringe zeitliche Verschiebung. Gut. Gibt es weitere Fragen zu den drei Tagesordnungsvorschlägen? Ich glaube, ich muss noch auf meine Frage antworten. Ach so, Entschuldigung. Ja, es gab noch eine zweite Frage. Bitte schön. Es steht explizit über den Tagesordnungsvorschlag, dass die Uhrzeiten Vorschläge sind. Ja, genauso Klaus, wie bei dir, glaube ich, die Uhrzeiten eher Vorschläge sind. Das hast du ja neulich auch in einem PET-Gespräch, kann man so sagen, angedeutet. So, die letzte Frage, bitte. Ja, noch mal eine Frage sozusagen zu den Tagesordnungen, wo der EU-Part drin vorkommt. Wir haben ja auf vergangenen Parteitagen diese Paris- und die Prag-Declaration beschlossen. Und es ist richtig, dass eigentlich der Bundesparteitag die Partei damit und dann den Bundesvorstand damit beauftragt hat, dass wir sozusagen diese PPU-Gründung vorantreiben und dass wir es eigentlich jetzt hier vorlegen müssen, dass es eigentlich auf die Tagesordnung kommt, weil das quasi die Parteitage zuvor mit der Paris-Declaration gefordert haben. Hallo, Alios. Hallo, Sylvie. Im Prinzip schon. Und es wäre viel einfacher, wenn auch sich die Internationalpiraten an die üblichen Vorgänge halten würden, um Dinge auf die Tagesordnung zu bekommen. Außerdem gibt es eigentlich nach der Annahme eines Tagesordnungsvorschlags, egal welchem der drei, noch die Möglichkeit, Anträge oder diese beschlossene Tagesordnung zu ändern. Und ihr habt keinen Änderungsvorschlag eingereicht, so wie ich das verstanden habe. Aber das war jetzt keine Antwort auf meine Frage. Ja, das stimmt. Und zwar nur, weil irgendwann mal ein BPT etwas beschlossen hat, folgt daraus nicht, dass wir zwingend alles immer von der internationalen Koordination, immer wenn ihr Lust habt, auf jeden Parteitag behandeln müssen. Dann ergänze ich nochmal, wir haben die Anträge auch eingereicht, fristgerecht. Also von daher kann man uns nicht vorwürfen, dass wir uns nicht daran halten. Es war über alles abgesprochen, dass wir halt über den Vorstand, es gab Kommunikationsprobleme im Vorstand. Das ist jetzt zu unseren Lasten ausgelegt worden. Aber man kann nicht sagen, dass wir uns nicht daran gehalten hätten, die Anträge rechtzeitig einzureichen. So, eine letzte Frage bitte. Okay, langsam werde ich ein bisschen sauer. Einfach deswegen, weil dieses Theater mit diesen Anträgen zur PPU sehr viel Zeit gekostet hat. Wir sehr viel darüber geredet haben und es einen super Vorschlag gab, nämlich dass wir die Tageordnung jetzt ohne Diskussion annehmen und ihr dann in der Vorbereitung einen Antrag stellt, euren Antrag, den wichtigen X017, heute Abend 18.15 Uhr nach der Wahl des Polgf zu behandeln. Und warum habt ihr das nicht getan, sondern stellt uns jetzt die Zeit, indem wir jetzt zwei oder drei verschiedene Vorschläge noch behandeln müssen. Gut, vielen Dank. Das war die Fragerunde. Die Redeliste ist erschöpft. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Klaus, eine solche Vereinbarung ist uns nicht bekannt. Also wir haben solche Vereinbarungen mit dir eben genau nicht getroffen. Das war ja genau das Problem. Deswegen auch hier eben der Vorstoß des alternativen TO-Vorschlags. So. Bitte belügt doch nicht den Parteitag. Klaus, Klaus, Ruhe. Die Aussprache ist beendet. Ich möchte, du gehst auch weg vom Pult. Dankeschön. Die Aussprache zu den drei alternativen Tagesordnungsvorschlägen ist hiermit beendet. Es ist ein Meinungsbild beantragt und zwar von den Antragstellern Malte und Patrick. Die haben ja zwei Tagesordnungen gestellt, die sich ein bisschen ähnlich sind. Da wir gleich über diese drei Tagesordnungsvorschläge per Approval abstimmen würden, befürchten sie, dass sie sich gegenseitig Stimmen klauen und wollen deswegen vorher ein Meinungsbild abfragen. Das Meinungsbild machen wir folgendermaßen. Wir fragen gleichzeitig ab. Die Ja-Karte hebt ihr, wenn ihr den Antrag oder den Vorschlag von Patrick befürwortet? Würdet gleich. Es ist ja ein Meinungsbild, es ist keine Abstimmung, es ist nur ein Meinungsbild. Ihr hebt die Ja-Karte, wenn ihr den von Patrick besser findet. Ihr hebt die Nein-Karte, wenn ihr den von Malte besser findet. Das ist ein Meinungsbild. Bitte hebt jetzt kurz die Karten. Wir machen das so, damit die beiden wissen. Wenn sich da eine eindeutige Tendenz ergibt, werden sie den einen Antrag zurückziehen. Was dann bedeutet, dass wir nur noch über zwei der alternativen Tagesordnung abstimmen würden. Also die Ja-Karte für den Vorschlag von Patrick, die Nein-Karte für den von Malte. Wenn es eine eindeutige Mehrheit gibt, ziehen sie den einen Antrag zurück. Patrick, hebt nochmal kurz deine Hand. Wenn ihr für den Vorschlag von Patrick seid, der jetzt winkt, dann hebt ihr die Ja-Karte. Genau, die rote Karte ist für die von Malte, das ist der andere. Dankeschön, das ist eine eindeutige Mehrheit. Das Meinungsbild ist eindeutig positiv ausgefallen für den Antrag von Patrick. Malte, hast du es mitbekommen? Ja, das war auch Sinn der Sache, denn ziehe ich meinen Antrag zurück und unterstütze auch voll und ganz den von Patrick. Alles klar, damit haben wir nur noch zwei alternativ zur Wahl stehenden Tagesordnungsanträge. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die beiden alternativ zur Wahl stehenden Tagesordnungen. Die eine Tagesordnung... Jetzt habe ich dich doch gerade gefragt. Ist das okay jetzt ohnehin, dass wir einfach abstimmen? Gut, ein letztes Schlusswort von dem einen Antragsteller. Bitte fass dich sehr kurz. Okay, ich möchte nochmal darum werben, jetzt für den alternativen TO-Vorschlag von Patrick Breyer. Einfach deswegen, weil bei dem Thema PPEU sind diese ganzen Verhandlungen durch. Das ist alles fertig, ist alles komplett ausgegoren. Bei dem Thema SMV ist es halt so, dass sich da Experten noch streiten und dass wir damit größere Debatten... Das ist nicht mehr kurz, Entschuldigung, vorbei. So, das war das Schlusswort. Jetzt gehen wir in die Abstimmung über die beiden Tagesordnungen. Es ist wieder Approval, wir haben nur zwei Vorschläge, das heißt, wir gehen gleich in die Stichwahl. Die erste Option, für die ihr die Ja-Karte hebt, wenn ihr die gut findet, ist die vom Bundesvorstand. Das ist der Geschäftsordnungsantrag mit der Ticketnummer 165, das ist der Antrag, den Silvi vorgeschlagen hat. Wenn ihr den Antrag des Bundesvorstandes gut findet, hebt ihr die Ja-Karte. Wenn ihr den Antrag von Patrick Breyer unterstützt, das ist der Geschäftsordnungsantrag mit der Ticketnummer 164, dann hebt ihr die Nein-Karte, das ist eine Stichwahl, das heißt, ihr müsst euch entscheiden. Die Ja-Karte für den Antrag des Bundesvorstandes, die Nein-Karte für den Antrag von Patrick Breyer. Die Bereichsleiter sollen bitte mithilfe ihres Tools, soweit es geht, an den Wahlleiter ihre Ergebnisse und ihre Beobachtungen melden. So, das ist jetzt wieder so ein Fall wie vorhin, als wir über die Geschäftsordnung abgestimmt haben. Es ist nicht eindeutig, das heißt, wir werden das auszählen lassen. Das heißt, ich übergebe an die Wahlleiterung und wir brauchen gleich die Wahlhelfer hier. So, liebe Wahlhelfer, bitte geht in die Positionen, die ihr bei der letzten Auszählung hattet. Liebe Andere, setzt euch bitte hin, hebt die Karten noch nicht hoch. Und abweichend vom sonstigen Verfahren nicht die Ergebnisse an die Bereichsleiter melden, sondern direkt auf die Bühne kommen. Wir haben da noch ein bisschen Netzwerk-Fu. Ihr könnt auch hier vorne links die Karten noch runterlassen, aber ihr hört mir eh nicht zu. Gut, das schaut jetzt so aus, als ob meine Helferlein alle in Position sind. Vielen Dank dafür. So, und hebt bitte jetzt die Karten hoch. Und wenn die Helfer mit dem Zählen fertig sind, werden sie euch sagen, dass ihr die Karten wieder runternehmen könnt. Und die Leute, die nicht zählen, setzen sich bitte hin. Und insbesondere bewegliche Ziele werden nicht gezählt. So, wir haben ein Ergebnis. Der Tagesordnungsvorschlag des Bundesvorstandes hat 46,6 Prozent erreicht. Der alternative Tagesordnungsvorschlag von Patrick Breyer hat 53,4 Prozent erreicht. Das war nur die Auswahl. Wir müssen jetzt noch endgültig darüber abstimmen, ob ihr mit diesem Ergebnis leben könnt oder nicht. Wenn ihr jetzt also dafür seid, tatsächlich die alternative Tagesordnung von Patrick Breyer anzunehmen, stimmt bitte mit Ja. Wenn ihr dagegen seid, stimmt mit Nein. Das ist sehr deutlich. Ihr habt diese Tagesordnung damit bestätigt. Vielen Dank. Ich gebe zurück an die Versammlung. Gut, vielen Dank. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine Wahl- und Geschäftsordnung, wir haben jetzt auch endlich eine Tagesordnung. So, weiter im Text. Wir haben die Tagesordnung von Patrick Breyer angenommen. Es liegt ein Geschäftsordnungsantrag vor, und zwar auf Änderungen der Tagesordnung, die wir gerade beschlossen haben. Der Antragsteller ist Markus von Kreller. Der Antrag hat die Ticketnummer 155, beziehungsweise im Antragsportal die Nummer X021. Ich würde den Antragsteller Markus von Kreller auf die Bühne bitten, um ganz kurz diesen Geschäftsordnungsantrag vorzustellen. Du bist das, wa? Gut. Moin. Es geht einfach darum, einen Tagesordnungspunkt mit auf die Tagesordnung zu nehmen, nach dem Formaljahr vor den Wahlen. Und zwar würde ich ganz gerne darüber diskutieren, ob wir Aufahnsentschädigungen für die Bundesvorstände bezahlen wollen. Das ist der Antrag X021. In diesem Antrag sind acht Module drin, aber die würde ich dann nachher vorstellen. Und zur Finanzierung wäre dann auch noch was Näheres zu sagen. Also jetzt geht es nur darum, ob wir überhaupt darüber diskutieren möchten, ob Aufahnsentschädigungen bezahlt werden sollen für die Bundesvorstände. Ich habe eine ganz kurze Frage an dich. Einen Moment. Und zwar hast du nur da geschrieben, dass das vor der Wahl des Bundesvorstandes stattfinden soll. Wir haben da ja noch zwei Satzungsänderungsanträge, die den Bundesvorstand betreffen, die auch vor der Wahl stattfinden. Wäre das okay, wenn die sozusagen dahinter eingefügt würden? Also vor der Wahl, aber nach den anderen Satzungsänderungsanträgen. Okay, das heißt, der Geschäftsordnungsantrag auf Änderung der Tagesordnung, Diskussionen über den Antrag X021, nach den Satzungsänderungsanträgen, die den Bufo betreffen, aber noch vor der Bufo-Wahl. Gibt es Fragen zu dem Antrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir jetzt über diesen Geschäftsordnungsantrag ab. Wer ist für, respektive gegen diesen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, dass der X021 vor die Bufo-Wahl gezogen wird? Wer ist dafür, respektive dagegen? Ich bitte euch, eure Karten zu heben. Das ist eine Mehrheit, damit ist dieser GO-Antrag angenommen und die Tagesordnung wird dahingehend geändert. Dankeschön. Gut, ich werde jetzt gleich die Versammlungsleitung übergeben und zwar an Julia Reda und die macht jetzt gleich weiter mit den Satzungsänderungsanträgen. Da sind die Antragsteller Düsenberg und Tarzun. Ihr könnt ja schon mal zur Bühne kommen, damit ihr gleich diese Anträge vorstellen könnt, damit ihr schon mal hier vorne seid. Düsenberg und Tarzun, bitte kommt schon mal zur Bühne, damit ihr gleich eure Satzungsänderungsanträge vorstellen könnt. Ich übergebe jetzt die Versammlungsleitung an Julia Reda. Vielen Dank. Gut, wir machen dann weiter. Ich bitte euch, wieder zur Ruhe zu kommen. Wir kommen jetzt zu den Anträgen mit der Ticketnummer 84 und 75. Das sind die Satzungsänderungsanträge 022 und 013. Diese beiden Satzungsänderungsanträge beschäftigen sich mit der Zusammensetzung des Bundesvorstands und sie sind konkurrierend. Ich erkläre kurz das Verfahren. Wir haben hier hinten zwei Mikrofone für die Redeschlangen. Zu meiner linken ist die Redeschlange mit Pro-Beiträgen und zu meiner rechten ist die Redeschlange mit Contra-Beiträgen. Ich bitte euch, euch vorher zu überlegen, wenn ihr einen Redebeitrag macht, ob ihr Pro- oder Contra einem dieser beiden Redebeiträge sprechen wollt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man für den einen ist und gegen den anderen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, dass man gegen beide ist. Deshalb machen wir das mit den Pro- und Contra-Redeschlangen. Während der Diskussion werden dann abwechselnd von den beiden Redeschlangen bis zu fünf Beiträge angenommen und dann entscheiden wir darüber, ob die Diskussion weitergeführt werden soll. Die beiden Antragsteller sind da. Dann bitte ich zunächst mal Vorstellung des Satzungsänderungsantrags 022. Das ist der mit der Ticketnummer 84. Darf es ein wenig mehr sein oder weniger? Flexible Regelungen der Vorstandsgröße. Bitteschön. Kann ich? Ja, ich habe gerade gelernt, dass es dem Parteitag sehr wichtig ist, Europa... Ja, ich muss lauter sprechen. Ich habe es verstanden. Dankeschön. Ich habe gerade gelernt, dass der Parteitag sehr viel Wert darauf legt, Zeit zu verbringen, das Europawahlprogramm zu beschließen. Und diese Zeit möchte ihm geben, ziehe den Antrag daher zurück. Gut, dann den anderen Antrag, SEA 013, der Düsenberg. So, also ich stelle stellvertretend für andere, die diesen Antrag ausgearbeitet haben, diesen Antrag hier vor. Er ist auch ein Denkanstoß, ein Impuls für die internen, strukturellen Probleme, die wir lösen müssen innerhalb unserer Partei. Deswegen, selbst wenn der heute nicht angenommen werden sollte, weil er sehr massiv auch in das Wahlverfahren und die Größe des Bundesvorstandes eingreift, über diese Dinge nachzudenken. Ich muss dem Klaus da recht geben. Wir haben heute wieder dieses Damoklesschwert, lasst uns husch, 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 schnell die Wahlen durchziehen, beschlossen, um möglichst viel Programm zu machen. Ehrlich, unsere Wahlprogrammatiken interessiert kein Mensch, solange wir nicht in der Lage sind, unsere internen Probleme zu lösen. Und gut, jetzt haben wir wieder dieses, ich sage das Damoklesschwert, ich kenne das von vielen Bundesparteitagen, lasst uns diese unnötige Wahl, das wird oft so gesprochen, es ist aber nicht so. Unsere Bundesvorstände sind Leute, die stehen für uns in der Öffentlichkeit, die halten für uns oft genug den Kopf hin. Und wenn wir einfach mal resümieren, was da in letzter Zeit passiert ist und wie auch mit den Leuten umgegangen worden ist, sind wir da auf einem ganz, ganz schlechten Weg. Weil dieses Menschenbild, was wir da vermitteln, nehmen die Menschen draußen, die uns wählen wollen, auch als Leitmotiv unserer ganzen Partei mit. Und über diese interne Parteikultur müssen wir nachdenken. Und wenn wir uns jetzt das Kandidatenfeld anschauen, für die Leute, die sich für breiter klären, dankenswerterweise für den neuen Bundesvorstand, der es richtig verdammt schwer haben wird, kandidieren, haben wir nicht so viele Alternativen. Das ist darin begründet. Und wir müssen, wenn wir jetzt diesen Antrag nicht annehmen, müssen wir, ich sage jetzt mal provokant, auf Teufel komm raus, neun Leute wählen. Das heißt, wir konstruieren unter Umständen wieder ein Team, was aus den vielfältigsten Gründen nicht funktioniert. Und dahin geht unser Satzungsänderungsantrag, der zusammengefasst wesentlich beinhaltet, dass wir diesen Bundesvorstand nicht auffüllen müssen. Wir wählen halt drei Ressorts, die politische Vertretung, Finanzen und Orga und haben somit mit mindestens sechs Leuten einen funktionierenden Bundesvorstand und können den dann optional über die Stellvertreter auffüllen. Das heißt, wir erlangen eine große Flexibilität. Der nächste Punkt ist, dass es tatsächlich so ist, dass die Beisitzer in unserem Bundesvorstand bis jetzt immer, ich sage mal, ein Schattendasein geführt hat. Obwohl das eigentlich ungerechtfertigt ist. Die Arbeit leistet auf allen gleich. Und nur, weil jetzt irgendjemand einen anderen Titel hat, wird er anders wahrgenommen. Deswegen ist diese Stellvertreterlösung effizienter, hebt auch die Arbeit dieser Menschen und ob die jetzt letztendlich Beisitzer oder Stellvertreter heißen, spielt da nicht wirklich eine große Rolle. Und zum letzten Punkt, der mir jetzt gerade entfallen ist, weil ich im Kopf noch irgendwas anderes habe. Schaut euch das bitte nochmal an. Ich würde mich trotzdem sehr, sehr freuen, wenn wir diesen Antrag annehmen, weil es ist tatsächlich so, es gibt da ja auch Untersuchungen drüber, dass die Vorstände ab einer gewissen Größe, so wie wir organisiert sind, auch unbeweglich werden. Also ein kleiner Vorstand, wie wir es früher hatten mit sieben Leuten, ist da auch viel leichter, intern zu organisieren. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir viele organisatorisches Wissen, Know-how und Arbeit in bezahlte Kräfte auslagern. Warum? Wenn wir Bundesvorstände mit bestimmten Aufgaben betrauen, die tatsächlich organisatorische Kernarbeit sind und die fallen aus, aus welchen Gründen auch immer, dann haben wir erst beim nächsten Wahlbundesparteitag die Möglichkeit, dieses Problem zu fixen. Lagern wir das aber aus, dann können wir dort im Notfall jemanden beistellen, jemanden unterstützen oder auch sogar austauschen. Das ist nämlich die große Frage, wollen wir politisch verantwortliche Bundesvorstände, das gilt auch für die Landesvorstände, oder wollen wir rein verwaltende organisatorische Bundesvorstände und dass das für diese Menschen, die diese Aufgabe erfüllen sollen, nahezu unmöglich erscheint, weil sie einfach nicht, bin ich jetzt politisch aktiv oder bin ich jetzt nur verwaltend aktiv. Kannst du bitte zum Ende kommen? Ein Bundesvorstand arbeitet auch politisch. Er ist in einem führenden Gremium einer politischen Partei und wir sind eine parlamentarisch vertretene Partei. Deswegen bitte schaut euch diesen Satzungsänderungsantrag 13 an und überlegt euch, ob ihr mit diesem Ding heute leben könnt oder ob ihr zumindest mal diesen Prozess mittragt. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben die Stellvertreter im Bundesvorstand von Anfang an volles Stimmrecht oder erst, wenn sie ihre Stellvertreterposition quasi dann wahrnehmen, wenn der erste zurücktritt oder ausfällt? Okay, also jeder, der in diesem Bundesvorstand durch die Basis, also durch den Parteitag gewählt ist, hat natürlich sofort volles Stimmrecht. Also das jetzt zu beschneiden, macht ja auch keinen Sinn. Gut, ich sehe, es gibt aktuell keine weiteren Verständnisfragen. Dann beginnen wir mit dem ersten Pro-Rede-Beitrag. Das Mikro scheint nicht an zu sein. Bei mir schon. Musst du bei dir schalten. Ja, vielleicht mal reinsprechen. Ja, ich spreche die ganze Zeit. Hallo. Hallo. Ah. Vielen Dank. Ich möchte mich, wenn ich das richtig gesehen habe, war das der Antrag 22, der maximal drei... Also, ich möchte mich für den Antrag... Warte mal gerade, kurze Ansage, die Technik, das klippt über die PA, nicht über die Monitore. So, wir versuchen das nochmal. Bitte schön. Ich möchte mich dafür aussprechen, dass man einen Bundesvorstand wählt, der aus maximal, ich betone maximal sieben Personen besteht, weil die Erfahrung zeigt, dass mehr Personen nicht bedeutende Arbeit verteilt sich auf mehr Köpfe, sondern, dass der Kommunikationsaufwand, der intern besteht, exponentiell mit der Zahl der Mitglieder steigt. Das heißt, effektiv verliert man viel, viel mehr Zeit intern durch Diskussionen, als dass man durch mehr Arbeit, die sich verteilt, dass man durch die bessere Arbeitsverteilung gewinnt. Unterm Strich bleibt die Arbeit dann doch wieder nur an wenigen Köpfen hängen, die aber für die wiederum kaum Zeit haben, weil sie dann eben ständig mit Mails schreiben und telefonieren und so weiter beschäftigt sind. Also dringende Empfehlung, auf keinen Fall den Vorstand auf neun Leute oder gar noch mehr vergrößern, maximal sieben. Besser fände ich persönlich fünf, aber ich glaube, das ist derzeit nicht möglich. Dankeschön. Dann haben wir einen Kontraredebeitrag. Ja, oh schön, es funktioniert. Also ich habe erstmal ein großes Problem mit diesen optionalen Stellvertretern, weil ich kann irgendwie nicht aus diesem Antrag herauslesen, wie, was die gewählt werden sollen. Dann die Größe kann ich nur meinen eigentlich pro Redner vorreden. Ich finde es zu groß. Also bis auf neun Ämter wird lustig. Ich habe auch ein Problem damit, es stehen überall Stellvertreter. Und Kinnas wählt doch einfach den jetzigen Bufo, so wie er war, gibt den, was ich toll finde übrigens, dass du Geschäftsaufgaben zugeteilt hast, ganz explizit. Am besten, nimm dieses ganze Stellvertreter raus, gib denen einzelne Aufgaben exakt, Schatzmeister, mach das und so weiter und so weiter. Dann läuft das auch, aber bis zu neun Ämter wird, denke ich, halt sehr, sehr schwierig in der Kommunikation intern. Das hat ja schon der Tatjohn gesagt. Das ist also, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber schön, dass du dir den Kopf drüber machst. Ja, also ich habe ja... Entschuldigung, das Prozedere ist folgendermaßen, wenn keine Fragen gestellt wurden, hast du als Antragsteller am Ende nochmal die Möglichkeit, zu allen Punkten Stellung zu nehmen. Aber zunächst mal, ich sehe an der Pro- und an der Kontra-Rede-Schlange steht aktuell niemand. Ist das richtig? Wenn noch jemand dazu was sagen möchte, bitte ich Sie, sich zügig und bemerkbar zu den Mikros zu begeben. Das scheint nicht der Fall zu sein. Das heißt, mit der Aussprache sind wir jetzt am Ende und die beiden Antragsteller haben nochmal die Möglichkeit, zu ihren Anträgen und den Punkten Stellung zu nehmen. Bitteschön. Ich gehe mal davon aus, dass der Klaus jetzt nichts mehr sagt. Okay. Also nochmal, ich sage dir eingangs, wir wissen, dass dieser Antrag nicht die optimale Königslösung ist. Wir haben da einfach mal Ideen auch zusammengebracht. Wenn wir den annehmen sollten, würde uns das eine gewisse Flexibilität geben. Nochmal, wir müssen dann nicht auffüllen und dann unter Umständen irgendwelche Lösungen dann in Kauf nehmen, mit denen wir dann in drei Wochen wieder todsterbensunglücklich sind. und der Antrag hat so viel Flexibilität, dass wir das, was er auch sagte mit den sechs oder sieben oder neun Vorständen, das sehr flexibel handhaben könnten. Das Wording, ob das jetzt Stellvertreter oder Beisitzer sind, das spielt unterm Strich keine Rolle, weil die Aufteilung der Ressourcen, das ist das ganz, ganz Wichtige, damit wir diesem neuen Bundesvorstand ein klares organisatorisches, eine klares organisatorische Struktur mitgeben können, in dem Rahmen, die sich bewegen können und wir nicht wieder in drei Monaten auf die Idee kommen müssen, wir kloppen jetzt mal auf die ein wie die Blöden, weil uns irgendetwas nicht gefällt. Dankeschön. Dankeschön. Ist der Tatsohn hier? Du hast zurückgezogen. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den SEA 013. vom Düsenberg. Das ist der Antrag mit der Ticketnummer 75. Kompakter Vorstand mit klar abgegrenzten Geschäftsgebieten. Dieser Antrag ist ein Satzungsänderungsantrag und erfordert eine Zweidrittelmehrheit. Ich bitte euch jetzt, wenn ihr diesem Antrag zustimmt, die gelbe Karte zu heben und wenn ihr ihn ablehnt, die rote Karte. Gut. Ihr könnt die Karten runternehmen. Der Satzungsänderungsantrag 013 ist angenommen. Als nächstes kommen wir zu dem sonstigen Antrag X 021. Das ist der Antrag mit der Ticketnummer 154 und der Antragsteller ist Markus von Creller. Das ist der Antrag Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Bundesvorstandes. Ich bitte den Markus von Creller, sich zum Mikrofon zu begeben. Dieser Antrag ist modular und die Module konkurrieren gegeneinander. Das heißt, Markus wird die verschiedenen Module vorstellen, dann kommen wir zu der Diskussion und dann entscheiden wir über die einzelnen Module. Bitteschön. Ja, wie vorhin schon angekündigt, würde ich gerne darüber diskutieren, ob wir den Bundesvorständen Aufwandsentschädigungen im Monat zahlen möchten. Ich habe der Presse verfolgt, dass wir potenziell Kandidaten haben für den Bundesvorstand, die sich dieses Amt allerdings nicht leisten können. Und das möchte ich mit diesem Antrag, mit diesen Aufwandsentschädigungen umgehen. Ich bin mir bewusst, dass wenn wir eines dieser Module annehmen, es vielleicht den einen oder anderen geben könnte, der sagt, oh, da gibt es jetzt Kohle, jetzt mache ich das doch, das weiß ich. Aber ich setze hier eher die Priorität zu sagen, wir geben auch denjenigen potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten eine Chance, sich im Bundesvorstand Vollzeit quasi einzusetzen. Zur Finanzierung. Ich habe in diesem Antrag explizit keinen Finanzierungsvorschlag genannt. der würde dann quasi folgen, wenn dieser Antrag in einem der Module angenommen werden würde. Mal kurz zu den Zahlen. Eine mögliche Finanzierung wäre natürlich über die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen. Das heißt, wenn wir das Modul 1 annehmen würden, das wären dann quasi 1.000 Euro für Beisitzer und so weiter ist im Modulantrag jeweils angegeben und 2.000 Euro zum Beispiel für den Vorstandsvorsitzenden, für den Schatzmeister und für den Genseck, dann würden auf die Mitglieder ein neuer Mitgliedsbeitrag pro Monat von circa 9,36 Euro, 9,50 Euro zukommen bis hin zu einem Monatsbeitrag von 15,84 Euro. Das heißt, es wäre aus meiner Sicht noch im Rahmen und was da noch mit berücksichtigt ist, weiterhin wäre natürlich noch möglich, eine Beitragsreduzierung zu beantragen. Soweit von mir. Gut, Dankeschön. Zum Prozedere, wir haben jetzt diese sechs Module, die Module konkurrieren gegeneinander. Es gibt gerade Uneinigkeit über das Verfahren mit diesem Antrag und deshalb unterbreche ich die Sitzung für fünf Minuten. Gut, ich bitte euch dann wieder zur Ruhe zu kommen, damit wir weitermachen können. Gut, jetzt da ihr alle wieder so vorbildlich ruhig seid, können wir weitermachen. Wir haben bei den beiden Satzungsänderungsanträgen zur Zusammensetzung des Bundesvorstands versäumt zu fragen, ob jemand den Satzungsänderungsantrag 022 von Klaus Polkert übernehmen möchte. Das ist jetzt noch möglich. Wenn jemand diesen Antrag übernimmt und er angenommen werden würde, dann würde er die Satzungsänderungsantrag vom Düsenberg, den Satzungsänderungsantrag 013 überschreiben. Ist das eine Übernahme? Der Antrag SA 022 darf es ein wenig mehr sein oder weniger. Flexible Regelung der Vorstandsgröße wurde übernommen. Gut, da der SA 022 bereits vorgestellt wurde, schreiten wir gleich zur Abstimmung. Das ist ein Satzungsänderungsantrag. Wisst ihr alle jetzt Bescheid, worüber wir abstimmen? Gut, wunderbar. Also der Satzungsänderungsantrag 022. Wenn ihr für die Annahme dieses Satzungsänderungsantrags seid, hebt bitte die gelbe Karte und sonst hebt bitte die rote Karte. Gut, wir können feststellen, dass es eine Mehrheit ist, aber sind uns nicht sicher, ob es eine Zweidrittelmehrheit ist, also müssen wir den jetzt auszählen. Für die Auszählung dieses Antrages SA 022 übergebe ich jetzt an die Wahlleitung. Ja, wir machen das wieder wie gehabt, also die einzelnen Bereichsleiter kommen nach vorne und sagen uns das Ergebnis. Außerdem bei der Gelegenheit würde ich noch mal darauf hinweisen, wir haben auch Leute, die den Saal beobachten, von diesen acht Leuten ist im Moment niemand tätig gewesen. Es wäre also schön, wenn das auch klappen würde. So, ich sehe, dass meine Wahlhelfer schon in Position sind, damit hier oben auf der Bühne nicht so viel Rennerei ist, meldet ihr die Ergebnisse bitte an die Bereichsleiter und die Bereichsleiter kommen vor. Christoph, hast du eine Frage oder was ist los? Eine Verfahrensfrage, kann man noch mal erklären, warum ich den übernommen habe? Also ist das für mich möglich? Nein, weil wir eigentlich in der laufenden Abstimmung sind. Und die laufende Abstimmung würde ich auch gerne irgendwann abschließen, deshalb hebt bitte jetzt eure Karten deutlich und eindeutig, so dass die Helfer anfangen können zu zählen und die Ergebnisse an die Bereichsleiter geben und die Bereichsleiter kommen hier hoch. Irgendwie klappt unser Netzwerk immer noch nicht so ganz. Und liebe Tontechnik, habt ihr mir einen anderen Mikrofonständer? Das hier ist eine Krankheit. Eine kurze Orga-Durchsage, wir bräuchten hier vorne ein Netzteil für ein ThinkPad X60 bitte am Front Office abgeben, wenn ihr sowas habt, ein ThinkPad X60. Dankeschön. So, noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr hier vor an die Bühne kommt und versucht uns irgendetwas zu sagen, es bringt nichts, wir hören euch nicht, wir haben dort einen Anlaufpunkt für euch geschaffen, dort könnt ihr alle Fragen klären. Wir haben ein paar organisatorische Durchsagen. Zunächst mal die Rechnungsprüfer werden gebeten, sich zur Akkreditierung zu begeben, hier vorne rechts, die Rechnungsprüfer bitte zur Akkreditierung und ich kann euch auch schon mal darauf hinweisen, dass alle Kandidierenden für Parteiämter, wenn sie kandidieren wollen, eine Liste mit 20 Unterschriften hier vorne abgeben müssen. Das heißt, wenn ihr kandidieren wollt, könnt ihr euch eine Liste abholen und diese Unterschriften jetzt schon sammeln. Wir haben außerdem einen Gewinner. Der Gewinner hat die Akkreditierungsnummer 48074 48074 Wir haben deine Ja- und Nein-Karten. Bitte hier vorne beim Frontoffice abholen. Dankeschön. Es haben sich jetzt mehrere Leute hier vorne gemeldet, die sich beschwert haben, dass die Wortmeldungen relativ schwer zu verstehen sind. Die Technik ist da dran. Ich würde euch bitten, von weiteren Beschwerden hier vorne abzusehen. Uns ist das bewusst, dass das Problem existiert und wir versuchen, es zu fixen. Gleichzeitig helft ihr euch und allen anderen aber natürlich dabei, wenn ihr selber Ruhe bewahrt und wenn ihr euch unterhalten möchtet, bitte dafür nach draußen geht. Dankeschön. Wir haben ein Ergebnis und zwar haben mit Ja gestimmt 283 Anwesende mit Nein 225. Das heißt, es sind 55,7% für diesen Satzungsänderungsantrag. Damit sind zwei Drittel nicht erreicht. Er ist abgelehnt. Damit kommen wir wieder zurück zu dem Antrag X021. Ich bitte euch, bitte zur Ruhe zu kommen. Der Antrag Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Bundesvorstands. Der Antragsteller Markus von Greller möchte dazu noch etwas sagen. Ja, darauf war ich natürlich nicht vorbereitet, dass es jetzt keine Beisitzer mehr gibt. Dementsprechend macht mein Antrag so, wie er formuliert ist, leider keinen Sinn mehr. Und ich würde den deswegen zurückziehen und für Bochum neu einreichen. Der Antrag X021 ist zurückgezogen. Möchte den jemand übernehmen? Ich sehe, den möchte jemand übernehmen. Gut, dann bitte ich dich kurz, dich hier vorne zu melden. Der Antrag wurde übernommen und wir kommen jetzt zu Verständnisfragen, wenn es welche gibt und dann zur Aussprache über diesen Antrag Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Bundesvorstands. In der Zwischenzeit sind bei uns zwei konkurrierende Anträge zu dem X021 eingereicht worden. Das sind die Anträge mit den Ticketnummern 156 und 157. Der erste Antrag ist der X023 Vergütung Hauptamtlicher Vorstandstätigkeit von Pavel Meier und der zweite ist Sicherstellung der nebenamtlicher Vorstandsmitglieder mit geringem Einkommen, das ist der X024 ebenfalls von Pavel Meier. Da diese Anträge konkurrieren, werde ich jetzt den Pavel bitten, seine beiden Anträge erst mal vorzustellen und im Anschluss kommen wir dann zur Diskussion über diese drei Anträge. Pavel kann dann hier zum Mikro kommen und seine Anträge X023 und X024 vorstellen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Erstmal vorab noch eine Klarstellung. Der Parteitag kann nicht ohne weiteres eine Vergütung für Vorstandsmitglieder beschließen. Das ist nach unserer Satzung Aufgabe des Vorstands über die Vergütung von Ämtern zu entscheiden. Daher sind die beiden Anträge, die ich jetzt gestellt habe, auch eher so etwas wie ein Appell an den Vorstand, solche Beschlüsse zur Vergütung zu fassen und sie legen dort ein paar Leitlinien fest, an denen sich der Vorstand dann orientieren kann. Aber nicht unbedingt muss. Das heißt, die letzte Entscheidung darüber wird beim neuen Vorstand liegen. Aber ich glaube nicht, dass der neue Vorstand sich ohne ein Parteitagsvotum trauen wird, für sich selbst eine Vergütung zu beschließen. Insofern halte ich es für notwendig, dass der Parteitag sich hier dafür oder dagegen ausspricht, dass der Vorstand so etwas macht. Bei den Anträgen, die orientieren sich ein bisschen an dem, wie das andere Parteien und von der Höhe her gibt es keine klare Vorgabe, aber die Empfehlung ist, nicht unter die Vergütung eines Landtagsabgeordneten in einem deutschen Parlament zu gehen, was halt für Hamburg ungefähr 2.800 und für Berlin ungefähr 3.500 Euro im Monat bedeuten würde. Und die Empfehlung sieht es weiteren vor in X023, dass die vier Ämter, die wir jetzt zufällig auch gerade in dem Satzungsänderungsantrag herausgehoben haben, dass wir feststellen, dass die halt vorwiegend hauptamtlichen Charakter haben und deswegen eine Bezahlung gerechtfertigt sind. Es gibt noch ein paar weitere Regelungen an der Stelle, nämlich dass anderweitig erzieltes Einkommen zu 50 Prozent angerechnet wird, das heißt jemand, der irgendwo Abgeordneter ist oder nebenher arbeitet, was im Übrigen auch durchaus erwünscht ist, der bekommt halt weniger Geld an der Stelle und die Stellvertreter, die wir jetzt gerade auch beschlossen haben, würden für die Zeit, wo sie stellvertretend auch vergütet werden. Ja, das ist, wie gesagt, der X023 ist das Thema Vorstandsvorsitzender, Schatzmeister, Gensek und politischer Geschäftsführer sind bei einer 30.000 Mitglieder Partei vorwiegend haben halt hauptamtlichen Charakter, das würden wir damit dann beschließen und eben dem Vorstand dem neuen nahelegen, einen entsprechenden konkreten Beschluss zu fassen, der sich daran orientiert. Der X024 bezieht sich auf weitere Mitglieder des Vorstands, Beisitzer haben wir jetzt nicht mehr, aber wir haben halt die Stellvertreter in dem Sinne und der soll vor allem sicherstellen, dass Vorstandsmitglieder nicht wieder in die Situation geraten, von staatlicher Unterstützung abhängig zu sein und für den Fall, dass jetzt ein Vorstandsmitglied vor oder während der Amtszeit in eine solche Situation gerät, würde dieser Beschluss den Vorstand auffordern, dass er dann in der Höhe vergütet wird, sodass diese Abhängigkeit entfällt. Ja, das zu den beiden Anträgen. Wie gesagt, wenn wir sie beschließen, fordern wir den Vorstand auf, entsprechende Vergütungsbeschlüsse zu treffen. Danke. Gut, Dankeschön. Ich bitte nochmal die Person, die den Antrag X021 übernommen hat, sich hier vorne zu melden. Wir brauchen bitte den Antragsteller von dem X021, denn zu diesem X021 gibt es noch einen Änderungsantrag. Der hatte bisher fünf Module, die unterschiedliche Höhen von Vorstandsvergütungen festgelegt haben. Zu diesem Antrag soll noch ein Modul 0 hinzugefügt werden, das nochmal eine Stufe niedrigere Vorstandsvergütungen vorsieht, nämlich von 700 für den Vorstandsvorsitzenden, den politischen Geschäftsführer und den Schatzmeister und 400 für die anderen. Das soll hinzugefügt werden und dafür bitte ich den Antragsteller einfach kurz mal nach vorne zu kommen. In der Zwischenzeit Pawel hat jetzt seine beiden Anträge vorgestellt, den X023 und den X024, die sind konkurrierend zu dem aktuell behandelten Antrag, aber bisher nicht auf der Tagesordnung. Deshalb müssen wir jetzt erstmal darüber abstimmen, ob wir diese beiden Anträge zulassen. Zunächst mal den X023 Vergütung hauptamtlicher Vorstandstätigkeit. Wenn ihr diesen Antrag auf der Tagesordnung zulassen wollt, dann bitte ich euch, die gelbe Karte zu heben und sonst die rote Karte. Dankeschön, dieser Antrag ist zugelassen. Und der Antrag X024, Sicherstellung der Mitarbeit nebenamtlicher Vorstandsmitglieder mit geringem Einkommen. Hier bitte ich euch auch mal um die Karten, ob der Antrag zugelassen ist. Der Antrag ist ebenfalls zugelassen. Dankeschön. Der Markus von Kreller bitte mal zur Bühne. Markus von Kreller bitte. Der ist der Antragsteller des Änderungsantrags an dem X021 und den brauchen wir hier mal gerade an der Bühne. Ich bin nicht der Antragsteller des Änderungsantrags mit Modul 0. Das muss jemand anders sein. Also ich habe hier einen Antrag vorliegen auf hinzufügen eines Moduls 0 und da steht Markus von Kreller als Antragsteller. Wenn das nicht korrekt ist, dann komm bitte mal kurz zum Antragsbüro. Gut, wir haben jetzt den richtigen Antragsteller für den Änderungsantrag, das ist der Andreas Hüvel. Es geht darum, zu dem X021 noch eine weitere Variante hinzuzufügen für eine niedrigere Vergütung des Vorstandes. Der Andreas Hüvel kann diesen Antrag jetzt kurz vorstellen und dann stimmen wir darüber ab, ob wir diesen Antrag zulassen. Genau, also ich Also wie vergüten wir jetzt unsere Leute, das ist natürlich ein heißes Thema und da ist die Frage, wie viel kann die Partei sich tatsächlich leisten, ohne dass der Mitgliedsbeitrag dann monatlich 10 oder noch mehr Euro wird, weil auch die Länder, die werden sich ja auch überlegen, hey, aber ich eben eben nicht die Parteikasse so überstapaziert und dafür habe ich jetzt das Modul 0 eingefügt, was ja von den Beträgen her eher klein aussieht, aber zumindest nicht nichts ist und in diese Größenordnung finde ich sollten die Leute sich entsprechend orientieren, bis wir genug Mitglieder haben, sodass wir viel mehr auch leisten können. Dankeschön, wir stimmen jetzt darüber ab, ob wir diesen Änderungsantrag zuzulassen, hebt die gelbe Karte, ansonsten die rote Karte, der Antrag ist zugelassen. Gut, wir haben jetzt drei konkurrierende Anträge. Ich habe da eine Verfahrensfrage zu. 23 und 24 stehen als konkurrierend zusammen mit 21. 23 und 24 scheinen sich aber viel mehr zu ergänzen. Sind das wirklich, kann man nur einen von 23 oder nur 24 annehmen? Sind die wirklich streng konkurrierend? Ich erkläre das Prozedere noch mal kurz. Beide, sowohl 23 als auch 24 konkurrieren zu 21. Aber Pavel kann sich noch mal dazu äußern, ob seine beiden Anträge untereinander konkurrieren. Gut, also die 23 und die 24 ergänzen sich. Und was die Konkurrenzsituation zu dem anderen Antrag oder zu dem anderen Antragsmodulen, wir haben ja noch das Problem, der 21er besteht ja eigentlich aus fünf konkurrierenden Modulen mit fünf verschiedenen Beträgen, wirft aber noch andere Probleme auf, weil eigentlich meiner Meinung nach die Module aus 21 ja, der Parteitag nach Satzung eigentlich nicht über die Vorstandsvergütung entscheiden kann, sondern höchstens den Vorstand auffordern. Das wäre jetzt auch noch so ein anderes Problem. Mein Vorschlag wäre auch, dass man vielleicht, damit wir nicht ganz so viele Module haben, dass man ja, nee, Versammlungsleitung soll das Chaos entwirren. Gut, die Versammlungsleitung schlägt folgendes Prozedere vor, danach machen wir weiter mit Verständnisfragen. Wir haben den 021 und die beiden miteinander kompatiblen 23 und 24. Wir stimmen erstmal darüber ab, welcher von diesen beiden behandelt werden soll. Also wenn der 21 behandelt wird, dann fallen die anderen beiden weg und wenn 23 und 24 behandelt werden sollen, dann fällt der 21 weg. Falls der 21 behandelt werden sollte, dann stimmen wir danach über die einzelnen Module dieses Antrages ab. Aber zunächst mal besteht natürlich die Möglichkeit Fragen zu stellen und dann diese konkurrierenden Anträge zu diskutieren. Also jetzt erstmal bitte die erste Verständnisfrage. Der Antrag zur Aufwandsentschädigung ist der nicht eigentlich überflüssig, weil Aufwandsentschädigung bedeutet, dass Aufwendungen ersetzt werden, Aufwendungen für Übernachtung, für Reisekosten und das ist doch schon so. Die Vorstandsmitglieder bekommen doch schon eine Aufwandsentschädigung und für mein Empfinden ist der irrelevant. Möchten die Antragsteller darauf antworten? Ich bin jetzt tatsächlich für 21 Modul 0, also sprich eine Aufwandsentschädigung im kleinen Rahmen, zusätzlich zu den entstandenen Kosten. Für mich ist eine Aufwandsentschädigung, die nur die reinen Kosten abdeckt und den Kaffee, den man meinetwegen noch zwischendurch trinkt, nicht, weil man da kein Beleg für abgeben kann, das finde ich ein bisschen zu kleinlich und deswegen sollte man sagen, wir stellen sie nicht fest ein, das sind keine hauptamtlichen Leute, die Berufspolitiker sind, sondern die machen das aus Herzblut, aber immerhin kriegen sie ein bisschen Geld dafür und deswegen finde ich eine reine Kostenerstattung nicht das, was ich eigentlich möchte, da muss ein bisschen drauf. Gut, die anderen beiden Antragsteller ist damit für euch die Frage auch beantwortet, das keine Meinungsäußerung zu diesem Antrag, sondern Fragen zum Verständnis des Antrages, bitteschön. Aufwand ist ein Begriff, der ist gesetzlich geregelt, ich würde gerne wissen, wie Sie das Wort Aufwand verstehen. Die Frage ist, wie ihr das Wort Aufwand versteht, möchtet ihr dazu Stellung nehmen? Also da ich kein Jurist bin und auch kein Mensch, der Personalverträge und so weiter macht, kann ich und den Antrag auch selber nicht entworfen habe, sondern halt nur dieses Modul eingefügt habe. Ich persönlich verstehe darunter, das ist ja auch eine Empfehlung an den Vorstand, woran sollen die sich bitte orientieren? Ihr habt Kosten, kriegt ihr erstattet und zusätzlich kriegt ihr noch einen Aufwand zusätzlich erstattet in diesen Höhen, sagen wir mal 700 Euro für den Vorstand und so weiter. Das ist das, was ich mir vorstelle, das ist sozusagen zuzüglich zu den echten Kosten wie Reisen und so weiter zu sehen. Gut, danke schön, die nächste Verständnisfrage bitte. Ja, und zwar zu den Anträgen 23 und 24, ob die schon mal durchgerechnet wurden und ob sie überhaupt für den Haushalt der Piratenpartei leistbar ist. Wir können natürlich gerne weiter in Kugelschreiber und anderes Werbe- und Streumaterial investieren. Ich denke, wir haben das Geld, das steht auch in der Antragsbegründung, rund 230.000 Euro, die uns der X023 im Jahr kosten würde und ich glaube, wenn wir in der Größenordnung von 20% unserer Einnahmen für Personal ausgeben, dann bin ich der Meinung, ist das bei etwas wie einer Partei mehr als gerechtfertigt. Dann bitte die nächste Verständnisfrage. Ja, meine Frage geht zum Antrag X023. Der letzte Punkt der Empfehlung besagt dort, freiwilliger Verzicht auf die Vergütung soll nicht möglich sein. Wer will, kann es dann der Partei spenden. Gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass das bedeuten würde, man muss das ja erst mal annehmen, eventuell müsste das dann auch versteuert werden und nur was dann hinterher noch übrig bleibt, könnte man der Partei wieder zurück spenden. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit der Partei das ganze Geld zu lassen, sollte man das wollen. Was ist der Sinn dahinter oder ist das so gewollt oder ist das ein Fehler? Ja, also der Sinn dahinter ist folgender. Erstens, es gibt einschlägige Gerichtsurteile, die genau das zulassen, dass nämlich von der Partei enthaltene Vergütungen wieder auch zurückgespendet werden und das Ganze entsprechend auf Seiten der Partei wie auch auf Seiten des Einzelnen steuerlich wirksam wird. Das ist einfach nur, das ist sozusagen die eine Idee, weil es geht. Die andere Idee ist aber, um zu vermeiden, dass Leute auf andere Art und Weise unter Druck gesetzt werden und dann ein Race to the Bottom stattfindet, so nach dem Motto, wer ist der Bescheidenere, wer nimmt am wenigsten an, das steckt auch noch hinter dieser Empfehlung. Aber der Vorstand kann jederzeit davon abweichen. Ich fand es nur sinnvoll zu sagen, hier, wir meinen das ernst. Wenn ich als Bundesvorstand diese Aufwandsentschädigung als Aufwandsspende quasi zurückspende, würde das Parteienfinanzierungsrelevant vom Staat wieder vergütet werden? Ja, in gewissem Rahmen ja. Das aktuelle Budget des Bundesvorstands für 2014 hat laut Planung ein Minus von 150.000 Euro ungefähr. Das liegt auch daran, dass mehrere Stellen für Buchhaltung, IT, Verwaltung, Justiziariat und so weiter eingeplant sind. Es fängt am 1. 1. ein IT-ler an. Die Buchhaltung haben wir heute eingestellt, um das zu finanzieren. Wen wollt ihr entlassen? Das war keine Verständnisfrage. Ich bitte euch, wenn ihr Redebeiträge machen wollt, euch an den Pro- und Kontraschlangen anzustellen und hier vorne nur Fragen zum Verständnis dieser Anträge zu stellen. Die nächste Frage bitte. Impliziert der Begriff Vergütung nicht irgendwo, dass ich, wenn ich in Arbeitsverhältnis stehe, eben halt diese Nebentätigkeit genehmigungspflichtig würde, seitens meines Arbeitgebers. Ja, es ist so, dass der Bereich auch jetzt Parteien und Abgeordnete, also Parteivorsitzende, die gibt es in so relativ geringer Zahl, dass da, dass das zum Teil einfach durch die gesetzlichen Bestimmungen auch oft durchfällt. In dem Fall ist es jetzt so, es gab da mehrere Sozialgerichtsverfahren darüber, auch um die Frage, ob denn vergütete hauptamtliche Parteivorsitzende sozialversicherungspflichtig sind, da also tendenziell ja, aber es ist kein normales Arbeitnehmer- Arbeitgeber- Verhältnis. So, insofern kann man da jetzt die Frage nicht mit eindeutig ja, nein beantworten, sondern man bewegt sich da so ein bisschen, ja, aber das betrifft alle Parteien so ein bisschen, will ich sagen, im rechtsfreien Raum, aber im rechtsarmen Raum. Ich bitte euch gerade nochmal sehr ruhig zu sein, diese Verständnisfragen sind für uns alle wichtig, damit wir gleich wissen, worüber wir abstimmen. Die nächste Verständnisfrage bitte. An den Antragsteller von dem Antrag 23, du willst die Vergütung ja an den Landesparlamenten ausrichten, siehst du dort auch die Vergütung im Sinne von Pensionsansprüchen und dergleichen als Teil dieser Vergütung an oder eben gerade nicht, weil ich glaube der Betrag, der drinsteht, ist ohne Pensionsansprüche und dergleichen, aber es ist im Text halt nicht festgelegt. Ja, also die Vorstellung war jetzt keine Pensionsansprüche zu gewähren, wie gesagt, am Ende obliegt es dem Vorstand, aber so wie es gemeint ist, ist halt eine Summe, wie gesagt, wenn man sich an Hamburg orientiert, ungefähr von 2800 Euro im Monat, wenn man sich an Berlin orientiert, ungefähr von 3500, also in dem Bereich sollte das liegen und ansonsten eben nur eine Erstattung der tatsächlichen Kosten, aber ja, keine Pensionsansprüche, das wäre dann etwas, wo dann, wie gesagt, wenn eine Sozialversicherungspflicht besteht, wäre das über die normalen Sozialversicherungsabgaben dann abgegolten, die dann, wo man dann wahrscheinlich eine hälftige Teilung nochmal zwischen Partei und demjenigen herstellen müsste, ja, aber wie gesagt, die absoluten Details müsste dann der Vorstand nochmal auch in entsprechenden vertraglichen Regelungen fassen. So, wir haben jetzt noch zwei Leute an der Redeschlange für Verständnisfragen, die lasse ich jetzt noch zu und danach möchte ich dann aber bitte weitermachen mit der Diskussion. Die nächste Verständnisfrage bitte. Ich möchte meine Frage nochmal konkretisieren, es ging mir nicht um Sozialversicherungspflicht, es geht darum, dass in vielen Arbeitsverträgen drinsteht, dass jede Nebentätigkeit genehmigungspflichtig ist seitens des Arbeitgebers. Nach meinem Wissen müssen Lehrer sich sogar eine Tätigkeit bei der Volkshochschule von ihrem Dienstherrn genehmigen lassen. Wenn wir das jetzt eben halt hauptamtliche Vorstandstätigkeit und nebenamtliche Vorstandstätigkeit einführen, wird damit eben halt unsere Parteiämter genehmigungspflichtig seitens meines Arbeitgebers, kann mein Arbeitgeber mir versagen, hauptamtliche Vorstandstätigkeit und nebenamtliche Vorstandstätigkeit auszuüben. Gegebenenfalls egal, wie das Votum des Parteitags ausgefallen ist. Aus meiner Sicht in dem Fall ja. Wir haben noch eine letzte Verständnisfrage und danach kommen wir zur Aussprache. Bitte schön. Es sind ja hier Summen genannt worden. Handelt es sich um das Arbeitgeberbrutto, das Arbeitnehmerbrutto oder das Arbeitnehmernetto? Also in meinem X023er handelt es sich ums Arbeitnehmerbrutto. Der andere Antragsteller möchte dazu auch noch Kurzstellung nehmen. Um das Ganze arbeitsrechtlich nicht zu kompliziert zu machen und mögliche Filter- und Sortiereffekte vonseiten der Arbeitgeber zu vermeiden. Aufwandsentschädigungen sind relativ klar geregelt, sind relativ unkompliziert. Jeder kann in einem Verein tätig werden und da irgendwelche Ämter ausfüllen, die ehrenamtlich sind und Aufwandsentschädigungen an der Stelle sind relativ einfach umsetzbar und werfen auch wenig Fragen auf, wofür so komplizierte Sachen aufbauen, wenn die Kassen es eh nicht hergeben. Dankeschön, damit sind wir mit den Verständnisfragen durch. Bevor wir zur Diskussion kommen, noch eine kurze Durchsage. Wir haben ja jetzt einen Satzungsänderungsantrag beschlossen, dass es keine Beisitzer mehr gibt. Es haben schon Leute Beisitzer- Unterstützerlisten hier vorne abzugeben. Wer eine Beisitzer- Unterstützerliste bereits abgegeben hat, möge sich bitte beim Antragsbüro melden. Ich erkläre jetzt noch mal das Prozedere. Wir diskutieren jetzt diese drei konkurrierenden Anträge, also den X021, noch mal mit dem Änderungsantrag Modul 0, den X023 und den X024, die jeweils mit dem X021 konkurrieren, aber nicht miteinander. Wenn wir diese fertig diskutiert haben, stimmen wir erstmal darüber ab, ob wir den X021 abstimmen möchten oder die beiden anderen und dann kommen wir zur eigentlichen Abstimmung. Ich sehe jetzt, es ist noch eine Verständnisfrage, nein, ist keine Verständnisfrage, damit kommen wir jetzt zur Aussprache über diese Anträge. Bitte begebt euch dazu an die Pro- und Kontraschlangen hier hinten, wenn ihr für einen der Anträge sprechen möchtet auf der linken Seite und wenn ihr dagegen sprechen möchtet auf der rechten Seite und ich bitte dann jetzt um den ersten Pro-Beitrag. Ja, ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet. ich muss noch langsam auf Toilette. Ich bin für eine Aufwandsentschädigung von Bundesvorständen, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das mit der Ehrenamtlichkeit bei der Größe, die wir erreicht haben, nicht mehr funktioniert. Wenn du einen etwas konservativen Arbeitgeber hast, dann guckt er sich vielleicht ein Geld an, das du während deiner Arbeitszeit telefonisch bearbeitest, vielleicht auch zwei. Beim dritten fliegst du dann. In meiner kurzen Amtszeit als Landesvorsitzender NRW haben zwei Leute den Job verloren, die im Vorstand waren. Insofern kann man sich das auch dann nicht mehr aussuchen, wann man da jetzt gerade gebraucht wird. Das ist also ein Volltime-Job. Zum anderen möchte ich einmal fragen, was haben wir da für ein Menschenbild? Auf der einen Seite fordern wir ein BGE, wir fordern faire Löhne und so weiter und so fort, Honigkuchen. Und auf der heute dürfen sich unsere Vorstände für lau den Arsch aufreißen und beschimpfen lassen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Der erste Kontrabeitrag bitte. Ich möchte erstmal betonen, ich bin grundsätzlich dafür, dass Mitglieder des Vorstands bezahlt werden. Ich denke insbesondere an den Vorsitzenden und an den Polgf, weil das sind repräsentative Aufgaben, die größtenteils unter der Woche tagsüber zu erfüllen sind. Und das ist schlichtweg abends und am Wochenende nicht machbar auf eine Veranstaltung die Piraten zu vertreten oder bei irgendwelchen Vorträgen zu halten, was auch immer, Pressetermine. Aber ich lehne all diese Anträge ab, weil sie unausgegoren sind und die Probleme der Praxis schlichtweg ignorieren. Punkt eins ist, fangen wir mit dem eigentlich ursprünglichen, was war das, 24, glaube ich, an. Die Summen alleine, die hier drinstehen, sind so dermaßen illusorisch, da fehlen mir die Worte, da reden wir glaube ich zwischen 120.000 und eine halbe Million pro Jahr. Das Geld wächst aber dummerweise hier nicht irgendwo auf Bäumen. Dieser Antrag ist schlichtweg Schwachsinn. Zu den Anträgen von Pavel, ich glaube, das hat Pavel selber schon gemerkt, er will das Richtige, aber es ist nicht so richtig ausgegoren, wie es ausgearbeitet ist, da sind auch Probleme drin. Du hast das Thema Sozialversicherungspflicht erwähnt, das Problem ist hier die Frage nicht, ob es eine Tätigkeit ist, die zum Beispiel genehmigungspflichtig wäre, das war die Verständnisfrage, sondern ob das Ganze als Vorstand, wie beispielsweise eine Aktiengesellschaft zu werten ist, da zahlt man keine Abgaben oder ob es quasi eine Art Geschäftsführendtätigkeit ist, da hätte man Abgaben, sofern man nicht Inhaber eines Unternehmens ist. Darum geht es bei diesen Sozialthemen. Grundsätzlich ist eine solche Tätigkeit aber genehmigungspflichtig, das wiederum müsste ein Arbeitgeber genehmigen, das würde Leute, die heute das Ganze nebenbei machen können, von einer Kandidatur abhalten. Wir haben solche Fälle, ich glaube, der steht auch hier, nein, davon abhängig gemacht hat, dass ein solcher Antrag nicht angenommen hat, weil dann könnte sie nicht mehr kandidieren. Umgekehrt berücksichtigt ist nicht die Situation in der Praxis, dass Leute, die vielleicht nicht genau das Amt, das hier vergütet werden soll, diese Vergütung eigentlich gar nicht brauchen, während andere, die vielleicht nur in Anführungszeichen Beisitzer sind, ihre Tätigkeit nur dann wahrnehmen können, in der Form, wie es für die Partei sinnvoll ist, wenn sie eine zumindest mal Sockelvergütung hätten. Unterm Strich ist meine dringende Empfehlung, überlasst es dem Vorstand selbst, wie er das Budget plant, wen er gegebenenfalls bezahlen möchte und das ist heute bereits in der Satzung möglich. Deshalb alle Anträge ablehnen. Danke. Wir haben einen Gewinner, die Nummer 48046, Akkreditierungsnummer 48046 kann ihre Nein-Karte am Front Office abholen. Ich weiß noch mal kurz darauf hin, wir haben aktuell in der Tagesordnung eine Verspätung von ungefähr zwei Stunden. Eigentlich sollte jetzt die Tätigkeitsberichte des Bundesvorstands schon fertig sein und die Wahl zum Bundesvorsitz zu beginnen. Die Redezeiten betragen im Moment drei Minuten. Ich bitte euch aber trotzdem, euch möglichst kurz zu fassen, damit wir mit der Tagesordnung weiterkommen. Jetzt kommt erst mal der nächste Pro-Beitrag. Ich bin dafür, dass Sicherstellungen der Mitarbeit nebenamtlicher Vorstandsmitglieder mit geringem Einkommen, weil es handelt sich ja nur um Vorstandsmitglieder mit geringem Einkommen, dass die in der Lage sind, sich wirklich auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht mit Jobsuche beschäftigt sind oder einfach keine Sicherheit haben. Und die Zahlen greifen wirklich nur auf die Personen, die es brauchen und ansonsten entscheidet ja die Basis, also der Parteitag darüber, ob wir das wollen und nicht der Vorstand, also da die große Stärke der Piraten Parteitag die Basisentscheidung ist, bin ich dafür, dass wir darüber abstimmen. Der nächste Kontrabeitrag bitte. Ja, also bei dieser Sache geht es um drei konkrete Anträge. Diese drei konkreten Anträge sind schlecht ausarbeitet, vielleicht in guter Motivation. Sie sind abzulehnen deswegen. Generell ist es nötig, dass wir diskutieren über die Vergütung unserer Vorstände und das sollten wir tun. Aber nicht auf der Versammlung hier, sondern parteiübergreifend über mehrere Monate das Thema ist wichtig. Und dass unser Vorstand seine Gehälter selbst bestimmen kann, ein No-Go. Das sollten wir bestimmen als Basis. Da gibt es einige Vorschläge schon und die sollten mal diskutiert werden. Danke. Ich bitte die Diskutierenden darauf zu achten, ob die Argumente, die sie bringen, schon genannt wurden. Es geht weiter mit dem nächsten Probeitrag. Ich versuche mich kurz zu halten. Zumindest mit den Anträgen von Pavel würden wir einfach nur ein Zeichen setzen, dass das Thema von uns gewollt ist und dass wir wollen, dass da was passiert und dass es nicht so weitergehen kann, wie bisher. Das Zeichen kann uns nur helfen. Von daher kann man zumindest über den 24er, meiner Meinung nach, über den 23er nachdenken. Und dann haben wir darüber abgestimmt und dann können wir zu wichtigeren Dingen weitergehen. den nächsten Kontrabeitrag bitte. Ich bitte euch, alle drei Anträge abzulehnen, da sie alle die Höhe für Aufwandsentschädigungen, Entlohnung, wie auch immer, unnötig pauschalisieren. Wir können Aufwandsentschädigungen tatsächlich nach Aufwand, nach Sitzungstagen, nach Reisekosten etc. vergeben. Alles problemlos möglich, aber nicht mit diesen Anträgen, die ketten uns fest. Wenn wir ein positives Zeichen wollen für Aufwandsentschädigungen, dann können wir das auch per Meinungsbild machen. Wir können auch weiter sonstige Anträge stellen des ganzen Parteitags wegen. Wir brauchen nicht unausgegorene Anträge annehmen. Danke. Den nächsten Probeitrag, bitte. Ja, ich wollte nochmal sagen, bei Modul 0, die Leute, die da sagen, es kostet zu viel Geld und da wird Geld verfolgen, sollten wir mal überlegen, wie viel die Minute Bundesparteitag hier gerade kostet. Ich habe da vorhin was für 100 Euro gelesen. Nur mal so als kleine Erinnerung. Den nächsten Kontrabeitrag, bitte. Ich wollte nochmal fragen, wie viele Piratinnen und Piraten das betrifft, wenn sie unter diese Bezahlung fallen. Und das ist im Prinzip schon kurz davor ungefähr ausgedrückt worden. Und kann man uns versichern, dass dann anschließend keine Erhöhungen des Beitrags kommen, weil ich glaube, jeder Pirat war sich bewusst, wo er Pirat wurde, dass wir anders sind wie andere Parteien. Danke. So, jetzt haben wir jeweils vier Pro und Contra gehabt. Das heißt, es gibt jetzt noch die Möglichkeit für einen Pro- und Kontra-Beitrag, danach stimmen wir darüber ab, ob wir die Diskussion fortsetzen. Der nächste Pro-Beitrag bitte. Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass wir professioneller werden. Wir brauchen Leute, die das nicht nebenbei machen, sondern für die Sache brennen. Und das heißt, sie brauchen auch zumindest so eine Grundsicherung, dass sie die Arbeit auch gut machen können. Ich lebe wirklich seit 20 Jahren mit 500 Euro. Ich kann euch sagen, das ist schlecht. Ich kann noch kaum hierher fahren. Und ich denke, wir sollten gute Leute und gute Leute müssen in etwa ein Gehalt haben, wovon sie gut leben können und sich auch bewegen können. Und wenn sie das nicht brauchen, können sie es zurückspenden. Das ist super. Punkt. So, jetzt noch ein Kontrabeitrag. Also mal ganz von der Sache weg, ob wir bezahlen wollen oder nicht. Der Antrag X021 ist schon so formuliert, dass eigentlich gar keiner bezahlt wird. Wir haben keine Vorstandsvorsitzenden. Wir haben auch in der Satzung keine stellvertretenden Vorstände definiert. Wir haben nur Vorsitzende und wir haben auch eine stellvertretende Vorsitzende. Das heißt, dieser Antrag ist sowieso schon mal Müll. Daher bitte ich den schon mal komplett abzulehnen und ich bitte doch in Zukunft unsere Vorsitzenden auch Vorsitzende oder Parteivorsitzenden zu nennen, weil sie für die ganze Partei wirken und nicht Vorstandsvorsitzende. Dann ja, ich sympathisiere zwar mit dem Gedanken von Pawels Antrag, der ist toll, leider habe ich ein Problem damit, wenn wir unsere gesamten Personalkosten in den Vorstand stecken und uns darunter kein anderes Personal mehr leisten können. Ich denke, wir sollten eine gemäßigte Bezahlung für die Vorstände finden, weil wir uns nicht mehr leisten können und dann dafür sorgen, dass wir andere Jobs in der Partei auch noch finanzieren können, weil wir es nötig haben. So, das waren jetzt zehn Redebeiträge. Wir kommen jetzt zur Abstimmung darüber, ob wir die Diskussion fortsetzen wollen. Wenn ihr sie fortsetzen wollt, hebt bitte die gelbe Karte beenden wollt, die rote Karte. Damit ist die Diskussion jetzt beendet und die vier Antragsteller haben die Möglichkeit für Abschluss Statements. Dazu zunächst den X021 Torsten Fram bitte. Das Ganze ist ja eh nur als Empfehlung und Leitlinie, damit der Vorstand Orientierung hat. Das Ganze wird ja eh nicht sozusagen bindend und deswegen bin ich dafür, dass wir jetzt über X021 entscheiden und nicht fest anstellen, sondern eben das Ganze als Aufwandsentschädigung lösen. Relativ unkompliziert und dann können wir noch schauen, wie viel tatsächlich denn so als Leitplanke angesehen wird und da können wir dann ja die verschiedenen Module mal angucken. So, wenn mal auf den Vorwurf eingehen, die ganze Sache sei unausgeboren, ich habe mich ungefähr seit anderthalb Jahren mit dem Thema beschäftigt, wie machen es denn die anderen Parteien, welche Erfahrungen haben sie damit gemacht und der X023 orientiert sich in vielen Dingen tatsächlich ganz stark an der Praxis, wie es in der Partei der Linken gebräuchlich ist. In den anderen Parteien ist es leider schwer an konkrete Informationen auch ranzukommen und zu der Frage, warum direkt die Vorstandsmitglieder bezahlen, warum nicht andere stellen, die entlasten und supporten, den Weg ist die Linke auch mal gegangen, haben dann aber festgestellt, dass dann die nicht demokratisch legitimierten Angestellten faktisch die Partei geführt haben, weil sie die Zeit hatten und haben deswegen davon Abstand genommen. So, insofern die X023 ist etwas, was in der Praxis funktioniert, angewandt wird und mit den Behauptungen, das sei nicht bezahlbar, das sind Behauptungen, die nicht mit den realen Zahlen, was wir an Einnahmen haben, korrespondieren. Ich sehe nicht, dass uns irgendwas daran hindert, roundabout 230.000 Euro im Jahr für unser Spitzenpersonal auszugeben. Danke. Gut. Dankeschön. Ich brauche jetzt eure ganz ungeteilte Aufmerksamkeit, das ist sehr wichtig und auch ein wenig kompliziert. Wir kommen jetzt nämlich zur ersten Abstimmung und ich erkläre nochmal ganz genau das Prozedere. Wir haben einen GO-Antrag. Meinungsbild. Wir haben einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Kannst du bitte das Meinungsbild als Ja oder Nein Frage formulieren? Sehr einfach. Ich möchte wissen, ob wir überhaupt irgendwas annehmen wollen. Deswegen die Frage, ist die Versammlung allgemein dafür, dass wir Vorstände bezahlen? Ja oder Nein? Die Frage ist, ist die Versammlung dafür, dass wir Vorstände bezahlen? Ich trage dem Antragsteller mit, das Meinungsbild fällt überwiegend positiv aus. Dann kommen wir jetzt zur Erklärung des Prozedere. Wir haben vier Anträge. Der X021 ist ein modularer Antrag, der verschiedene Vergütungen des Vorstands vorschlägt. Dazu gibt es den X021 E1, ein Änderungsantrag, der noch ein weiteres Modul dazu hinzufügt. Dieser X021 mit seinem Änderungsantrag ist konkurrierend zu den beiden Anträgen X023 und X024 von Pawel, die untereinander nicht konkurrierend sind. Als erstes stimmen wir darüber ab, ob wir X021 und seinen Änderungsantrag behandeln wollen oder X023 und X024. Wenn der X021 mit seinem Änderungsantrag behandelt wird, kommt es danach zu einer Aussprache über die einzelnen Module, weil die bisher noch nicht diskutiert wurden. Wenn der X023 und X024 behandelt werden, gibt es keine Aussprache mehr, weil diese beiden Anträge bereits diskutiert wurden. Ich hoffe, das habt ihr alle verstanden. Wir kommen jetzt zu der Abstimmung über die Behandlung entweder X021 und der Änderungsantrag daran, X021 E1 oder 23 und 24. Wenn ihr X021 und seinen Änderungsantrag behandeln wollt, hebt bitte die gelbe Karte. Wenn ihr X023 und 24 behandeln wollt, hebt bitte die rote Karte. Wir sind uns einig, dass es überwiegend rot ist. Damit werden der X023 und X024 behandelt. Die Aussprache über diese Anträge fand bereits statt. Und da sie nicht miteinander konkurrieren, stimmen wir die jetzt einfach nacheinander ab. Das sind sonstige Anträge, die eine einfache Mehrheit erfordern. Als erstes stimmen wir ab über den X023 Vergütung hauptamtlicher Vorstandstätigkeit. Wer diesem Antrag zustimmen kann, hebe bitte die gelbe Karte und wer ihn ablehnt, bitte die rote Karte. Liebe Wahlbereichsleiter, ihr Der Antrag X023 ist abgelehnt. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den X024 Sicherstellung der Mitarbeit nebenamtlicher Vorstandsmitglieder mit geringem Einkommen. Wer diesem Antrag zustimmen kann, hebe bitte die gelbe Karte und wer ihn ablehnt, bitte die rote Karte. Der Antrag ist angenommen. So, ich habe jetzt noch ein paar Ansagen. Zum einen brauche ich noch Personal und zwar relativ dringend zwei Bereichsleiter. Bereichsleiter sind so etwas wie kleine Wahlleiter für einzelne Bereiche in der Halle. Ganz konkret geht es mir hier vorne um den Bereich und dort hinten. Insbesondere dort hinten ist wichtig, weil da erstaunlich mehr Leute sitzen, als wir eigentlich erwartet hatten. Bitte, wenn ihr irgendwie einen Windows-Rechner dabei habt, wäre das super. Wenn ihr das nicht habt, können wir euch einen leihen. Also wer sich zutraut, für drei bis vier Wahlurnen verantwortlich zu sein, bitte kommt auf die Bühne und meldet euch bei Daniela, die momentan noch hier vorne steht. Beziehungsweise Philipp kann das auch machen, den sehe ich gerade nicht. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben vorhin die Satzung geändert, das gibt erhebliche Auswirkungen auf das, was wir jetzt noch zu wählen haben. Damit hier keine Verwirrungen aufkommen, bitte ich alle Kandidierenden, also falls ihr auf irgendein Vorstandsamt kandidiert, kommt bitte in das Foyer unterhalb des Pressebereiches. Das heißt hier aus der Tür raus, links bis zur Security, erklärt den Leuten, was ihr dort machen wollt. Wir treffen uns im Foyer unterhalb des Pressebereichs und dann können wir ein paar Sachen besprechen. Und zwar findet das jetzt statt. Also ich stehe jetzt gleich auf und gehe dorthin und wäre froh, wenn ich dort möglichst viele Kandidierende treffen könnte. Ich bitte die Mitglieder des aktuellen Bundesvorstands, sich schon mal bereit zu machen für ihre Tätigkeitsberichte. In der Zwischenzeit hat das Awareness Team einen Redeslot. Bevor dieser Redeslot beginnt, übergebe ich die Versammlungsleitung schon mal an Nora Schaudhry. Und während wir hier wechseln, hat jetzt das Awareness Team das Wort. Guten Mittag, guten Morgen Versammlung, hallo. Zum einen möchte ich vom Awareness Team ankündigen, dass wir demnächst umziehen werden, und zwar hier rechts vor die Bühne. Außerdem haben wir Respektkarten drucken lassen. Die sehen so aus. Die werden wir demnächst verteilen an die ganze Versammlung. Auf der Rückseite der Karte steht genau drauf, wofür die gedacht sind. Und zwar könnt ihr damit ein Zeichen setzen, falls ihr mitbekommt, dass irgendwie hier vorne am Mikrofon vor allem oder auf der Bühne irgendetwas Diskriminierendes oder irgendwas gegen Toleranz stattfindet. Also ein Zeichen für die Versammlung. Auf der Karte steht es auch noch mal genauer drauf. Außerdem liegen bei uns am Tisch Verzehrbon Gutscheine aus. Die sehen so aus. Das heißt, wer finanziell Schwierigkeiten hat, der kann sich gerne an uns wenden und bekommt solche Verzehrbon Gutscheine, falls sich jemand das Essen nicht leisten kann. Außerdem der Link, unter dem ihr weitere Informationen, ja, Applaus finde ich auch gut, unter dem ihr weitere Informationen über uns, über das Awareness Team finden könnt, wofür wir da sind. Der ist wieder gefixt, den hat irgendjemand wohl gehackt. Und noch ein Hinweis an die Raucher vor dem Eingang wird nicht geraucht. Das ist so beschlossen. Ich bitte alle darum, sich daran zu halten und den Eingangsbereich von Rauch freizuhalten. Vielen Dank. Vielen Dank an das Awareness Team. Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, der für 11 Uhr angesetzt war. Wir haben jetzt 13 Uhr noch was. Der Tätigkeitsbericht des Bundesvorstandes. Ich darf den Bundesvorstand zum Mikrofon bitten. So, ich schlage mal vor, dass alle Bundesvorstandskollegen und auch die nicht mehr im Amt sind. Ich würde gerne Julia Schramm, Matthias Schrade und Johannes Pornada auch mal bitten, dass wir mal alle hier zusammen rotten auf dem Podium. Wir haben unsere Tätigkeitsberichte in vielfältiger Form veröffentlicht, sodass ihr auch lesen konntet, was wir getan haben. Ich sage das jetzt mal, weil einige nicht mal antreten, dass die also zu Protokoll gegeben sind. Das ist eigentlich eine professionelle Bundestagsfloskel, die wir nicht wollen, aber wir haben das zu Protokoll gegeben. Wir wollen uns ja auch ein bisschen verabschieden von euch und warten wir mal, bis alle jetzt hier sind. Wenn jemand was sagen will von den Kollegen ist klar, wenn Fragen sind auch. Johannes Ponader, kommst du? Julia Schramm, ist sie hier? Svanild Götze, Sven Schumacker, Andreas Popp, Katta. Johannes, komm, schnell! Svanild Wer fehlt denn noch? Nö, Andi fehlt noch. Wir machen jetzt ein, da Andi kommt gleich. Also ich spreche jetzt mal für den gesamten Vorstand und für die ehemaligen Mitglieder des Bundesvorstands. Vielen Dank, dass wir euer Bundesvorstand sein durften. Es hat Spaß gemacht, manchmal mehr, manchmal weniger. Ihr seid aber eine tolle Partei. Dankeschön. Ich hoffe, nochmal hier alle uns präsentieren. Berlin. Das war's. Dankeschön. 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 , entlastet werden. Das wäre auch ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rechnungsprüfer schon so weit sind, aber das wäre mein Antrag an den Bundesparteitag. Gut, dann kommen wir zum Bericht der Rechnungsprüfer. Die Rechnungsprüfer bitte zur Bühne. Wo sind die Rechnungsprüfer? Ja. Ich sehe auch niemanden, der sich bewegt hier schnell zur Bühne hin. Die Rechnungsprüfer bitte zur Bühne. Jetzt ist euer Bericht dran nach der Tagesordnung. Bitte zur Bühne kommen. Wenn euer Nachbar Rechnungsprüfer ist, bitte einmal antippen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal mit dem nächsten Punkt weiter. Ich kann es nicht ändern. Der nächste Punkt ist Aussprache und Entlastung des Bundesvorstandes. Ja, Entlastung können wir erst machen, wenn die Rechnungsprüfer berichtet haben, aber wir können zumindest schon mal eine Aussprache starten, wenn die Rechnungsprüfer sich nicht bewegen. Gut, dann starten wir jetzt die Aussprache. Wer etwas zum Bundesvorstand sagen möchte, darf sich jetzt am mittleren Saal ein Mikrofon einfinden. Kein Bedarf? Doch? Ah, gut, da winkt jemand. Wunderbar. Bitte. Ja, da sonst niemand was sagen möchte, wollte ich mich eigentlich nur beim Bundesvorstand bedanken für eure Arbeit. Ich weiß, wir sind hier als Partei nicht immer einfach. Ihr habt es trotzdem geschafft durchzuhalten. Ihr seid nicht zurückgetreten. Dafür nochmal viel, viel Dank. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten, vielleicht auch in anderer Kapazität. Und ja, viel Erfolg uns allen. Ja, vielen lieben Dank. Und na klar, ich denke, wir werden euch allen erhalten bleiben irgendwie. Also ich will auf jeden Fall in diesem internationalen Bereich machen. Und natürlich stehen wir auch dem neuen Bundesvorstand, weil die werden es jetzt schwerer haben. Also ich war damals total dankbar, dass Matthias und Bernd und Sebastian, die waren sozusagen schon drin im Tagesgeschäft. Und da auf jeden Fall, wir stehen euch dann dem neuen Bufo auf jeden Fall zur Verfügung, auch hinterher noch. Ich glaube, für jeden im Bundesvorstand trifft zu, dass wir nach wie vor uns mit den Idealen und Zielen dieser Partei identifizieren. Ich für meinen Teil habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr ganz klar innerparteilich beim Thema Datenschutz wieder viel mitzuarbeiten, nachdem das im letzten halben Jahr leider ein bisschen schleifen gelassen hat. Ich glaube, im nächsten Jahr stehen so viele Dinge an. Mit der großen Koalition haben wir die Vorratsdatenspeicherung. Wir haben auf EU-Ebene ganz viel zu reparieren. Und ich bitte euch daher inständig darum, gebt dem nächsten Bundesvorstand den Rückhalt, den er braucht, um diese Aufgaben zu erfüllen. Diese Leute machen einen scheiß schwierigen Job und es ist nicht immer einfach. Und deshalb denkt immer daran, Bundesvorstände sind auch nur Menschen. Sie machen Fehler, sie lernen. Lasst uns gemeinsam zusammenarbeiten, damit wir nicht dieselben Fehler machen, weder als Mensch noch als Partei, sondern uns hintereinander stellen, um gemeinsam das im nächsten Jahr besser zu machen. Danke. Ja, ich habe meine Verständnisfrage. Eigentlich müsste ja hier ein Tätigkeitsbericht finanzieller Art vorgebreitet werden. Habe ich den überhört, übersehen? Und wo sind die Zahlen für die Amtszeit? Sie hat ja auch jetzt, glaube ich, 18 Monate gedauert. Da hätte ich ganz gerne einen Überblick grob, wie die Finanzen der Partei stehen und wie sich das alles zusammensetzt. Dankeschön. Hallo. So, ich wollte dem Bundesvorstand auch für seine Arbeit danken im letzten Jahr. Ihr hattet wirklich einen harten Job. Ihr habt viele Sachen richtig gemacht, aber nicht alles. Ich finde es zum Beispiel nicht gut, wenn sich Vorstandsmitglieder öffentlich negativ über die Partei äußern. Das sollten wir ganz, ganz dringend abstellen. Und für den nächsten Vorstand bitte wählt ein Team. Ja, ich möchte mich der Vorrednerin anschließen. Ich war ja einer der stärksten oder auch Kritiker dieses Bundesvorstands, aber ich finde, wir sollten ihn entlasten. Und er hat ja auch an vielen Stellen sehr gute Arbeit verrichtet. Dennoch, der Tätigkeitsbericht, den eben gerade Bastian ins Spiel brachte, sollte schon irgendwo transparent offengelegt werden. Das sollte man nachreichen. Hallo Klaus. Vielen Dank für deine Arbeit. Ich bin sehr zufrieden damit. Vielen Dank, dass du dich für Liquid Feedback eingesetzt hast und dass du dich immer gegen, dass du dich deutlich gegen rechts positioniert hast. So, die Rechnungsprüfer brauchen noch so etwa 20 Minuten. Das heißt, wir verschieben die Entlastung jetzt erstmal. Das ist mein Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Jetzt erstmal die Formalia und Erklärung zum Wahlsystem zu verschieben. Seid ihr damit einverstanden? Dann hebt ihr jetzt die Ja-Karte, ansonsten hebt ihr die Nein-Karte. Gut, dann verfahren wir so. Vielen Dank. Ich bitte jetzt die Wahlleitung her. Die Wahlleitung auf die Bühne und währenddessen habe ich hier noch einen Geschäftsordnungsantrag, während die Wahlleitung sich hier fertig macht. Der Geschäftsordnungsantrag Raute 187. So, der Antragstext lautet, es geht um einen Geschäftsordnungsantrag zur Änderung der Tagesordnung. Der Block EU-Wahlprogramm, Europawahlprogramm wird nach die Kassenprüferwahl verschoben und die Anträge aus dem Block PPEU werden jeweils einer in einer Auszählungspause behandelt. Zeitslots sind damit 14.15, 15.45. Die Antragsbegründung heißt hier, wir sind mittlerweile zwei Stunden hinter der Zeit und die Wahlen haben Vorrang. Sonst blieben die aktuellen Leute im Amt. Für Programm ist im Zweifel in Bochum noch Zeit. Gut, haben alle den Antrag mitbekommen? Es geht darum, um eine Verschiebung des Europawahlprogramm Blocks hinter die Wahlen der Kassenprüfer. Gibt es dazu noch Fragen oder habt ihr es verstanden? Alles klar? Gut. Dann stimmt jetzt mit Ja, wenn ihr für diesen Geschäftsordnungsantrag seid. Stimmt mit Nein, wenn ihr dagegen seid. Das ist überwiegend positiv. Somit ist er angenommen. Jetzt übergebe ich an die Wahlleitung, die zum Tagesordnungspunkt Formale Erklärung des Wahlsystems kommt. Moment. Also, wie ihr alle wisst, wählen wir hier durch Zustimmung und dazu gibt es entsprechende Wahlzettel. Es geht jetzt um die Wahl des Vorstands. Ja, dann machen wir doch eine Präferenz. Ja, genau. Schrei mal Jochen kurz aus, sonst mache ich das. Ja, Jochen wird auf die Bühne gebeten. Jochen, bitte. Also, er ist nicht da, dann Michael. So, ich bitte kurz um eure Aufmerksamkeit zum Tagesordnungspunkt Erklärung des Wahlsystems. Eigentlich muss das heißen Erklärung der Wahlsysteme, weil wir jetzt eigentlich zwei haben, die wir sicher beide mal im Lauf der Versammlung einsetzen werden. Darum erklären wir jetzt beide. Und wir fangen mit dem an, was ihr schon kennt. Das ist der Stimmzettelblock mit dem roten Stimmzettel vorne drauf, als Nummer eins. Und das ist das allzeit beliebte Akzeptanzwahlverfahren. Das kennt ihr von den vergangenen Bundesparteitagen seit Bingen. Und das heißt, dort, ihr kreuzt die Leute an, die ihr wollt oder meinetwegen auch nur erträglich findet und lasst die Felder frei, die Leute, die ihr nicht wollt. Und das zählen wir aus. Und wer 50 Prozent hat, ist theoretisch gewählt. Wenn es mehrere sind, die gewählt sein könnten, dann zählt derjenige, der die meisten Kreuze hat. So, dieses Akzeptanzwahlverfahren hat ein paar Mängel. Deswegen haben wir das Bewertungswahlverfahren jetzt zusätzlich als zusätzliche Option in die GO genommen. Und ich würde dann auch gleich im Anschluss den Antrag stellen, dass wir für die Wahl des Vorsitzenden, wo das auch sehr sinnvoll ist, diese Bewertungswahl zu verwenden, die Bewertungswahl durchführen. Das Problem bei Approval ist, ihr könnt nicht differenzieren. Zwischen jemand, den finde ich toll und jemand, okay, der geht auch noch, könnt entweder zustimmen oder ablehnen. Genauso wenig könnt ihr im negativen Bereich differenzieren. Zwischen jemand, okay, dem sind die Nummer, die Schuhe des Vorstands doch noch eine Nummer zu groß und der geht überhaupt nicht, weil er zum Beispiel ein widerlicher Rassist ist, ihr könnt nicht differenzieren. Und das ändert sich mit der Bewertungswahl. Das ist der andere Stimmzettel. Da steht jetzt was von Präferenzstimmzettel drauf. Das ist sachlich falsch. Danke an dieser Stelle an Alex Morlang, der uns darauf hingewiesen hat. Richtig, was wir jetzt durchführen, ist eine Bewertungswahl. Und zwar habt ihr Bewertungsstufen von plus drei bis minus drei. Die Bewertungsstufen plus eins, plus zwei, plus drei sind Ja-Stimmen. Die Bewertungsstufen minus eins, minus zwei, minus drei sind Nein-Stimmen. Und ihr habt zusätzlich die Möglichkeit der Enthaltung. Das wurde ja auch immer mal wieder gewünscht, dass man sich enthalten kann. Das haben wir jetzt bei diesem Wahlsystem auch. Vereinzelter Applaus, okay. Das waren wohl die, die das immer wieder haben wollten. Jetzt habt ihr. Folgende Geschichte. Um gewählt zu sein, muss man jetzt zwei Bedingungen erfüllen. Die erste Bedingung ist die Mehrheit. Das heißt, es müssen mehr Ja- als Nein-Stimmen sein. Zur Erinnerung, Ja-Stimmen sind plus eins, plus zwei, plus drei. Nein-Stimmen sind minus eins, minus zwei, minus drei. Mehr Ja- als Nein-Stimmen ist die erste Bedingung. Und für den Fall, dass mehrere Kandidaten diese Bedingungen erfüllen, gibt es jetzt die zweite Geschichte. Und da zählen wir die Punkte. Da macht es jetzt einen Unterschied, ob ihr zum Beispiel plus eins, plus zwei oder plus drei ankreuzt, was bei der ersten Bedingung völlig egal ist, weil nur Ja gegen Nein gezählt wird. Und bei der zweiten Bedingung summieren wir Punkte auf. Wir summieren sie einfach nur auf. Es gibt negative Punkte, es gibt positive Punkte, wir bilden eine Summe. Und der Kandidat mit den meisten Punkten ist gewählt. Wie setzt man so ein System richtig ein? Die Kandidaten, die man super findet, plus drei, die man ja auch noch ganz toll findet, plus zwei. Diejenigen, die man gerade so noch akzeptieren würde, plus eins. Die Leute, die man einfach nicht kennt, würde ich mich persönlich enthalten. Manche sagen auch, Leute, die ich nicht kenne, stimme ich immer mit Nein. Das ist eure Entscheidung. Und dann die Leute, die man noch nicht so gut genug findet, aber die man auch nicht zu sehr diesen will, ist vielleicht minus eins. Etwas verschärft ist minus zwei. Und die Leute, die überhaupt nicht gehen, drückt man halt minus drei rein. Das ist in groben Zügen Erklärung des Wahlverfahrens. Jetzt gibt es dazu Verständnisfragen. Ja, sprich. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es also vorkommen kann, dass ein Kandidat, der wesentlich mehr Punkte bekommen hat, trotzdem nicht gewählt ist, weil ein anderer Kandidat mehr Ja-Stimmen hat, aber weniger Punkte hat? Nein, so in der Konstellation, die du erzählt hast, ist es nicht möglich. Das Einzige, was möglich wäre, ist, dass ein Kandidat die meisten Punkte bekommen hat, aber am 50-Prozent-Quorum gescheitert ist. Das ist aber unwahrscheinlich. Aber das kann vorkommen. Das kann vorkommen. Also jemand, der relativ viele Einser-Stimmen hat, kann dann gewählt werden. Und jemand, der relativ wenige, aber dafür ausreichend viele minus Dreier hat, wird dann nicht gewählt. Richtig. Und es wäre im Unterschied zum Approval da auch kein Unterschied. Das würde bei Approval genauso funktionieren. Nächste Frage, bitte. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich pro Wahlgang jetzt zwei Wahlzettel ausfülle? Nein, nein. Wir machen entweder Approval oder Bewertung. Genau. Wir entscheiden uns vor dem Wahlgang, was wir machen. Wir haben als Standard das Approval beibehalten. Und wir stellen dann für die einzelnen Wahlgänge, wo es Sinn macht, wir müssen nicht wirklich jedes Amt damit wählen. Aber die nach außen wirksamen Ämter sollten wir mit einer Bewertungswahl wählen. Und da stellen wir von der Wahlleitung, wenn nicht jemand sonst schneller ist, immer den GO-Antrag. Und den kann die Versammlung annehmen oder ablehnen. Es ist aber immer nur ein Stimmzettel im Eins-Satz. Und den sagen wir vorher auch deutlich an, welcher das ist. Danke. Bastian. Ja, auch eine Verständnisfrage. Also zunächst erstmal stimmen wir doch grundsätzlich über die Anwendung eines Wahlverfahrens ab. Also entweder Approval und dann das Präferenz. Ja. Zweite Frage. Bewertungswahl. Ja, machen wir dann dazu eine Aussprache oder sparen wir uns die? Das ist ein GO-Antrag zur Not, eine Pro, eine Gegen und dann wird abgestimmt. Weil ich habe das Gefühl, dass es nicht allen klar ist, wie das hier so läuft. Und ich finde es ein bisschen überraschend, dass das jetzt hier eingeführt wird und als Test auch bei einer Bundesvorstandswahl etwas overdresst. Ja, du wolltest eine Verständnisfrage stellen. Gut. Jawohl. Ja, ich habe die Frage, warum wird das bisher bewährte Approvesystem nicht beibehalten? Das hat doch bisher funktioniert. Also warum wird das jetzt noch mit diesem zusätzlichen System eher erschwert und verkompliziert und bürokratisiert? Nein, lass mich beantworten. Das erklärt auch, wieso wir den Antrag gleich stellen wollen. Wahlverfahren funktionieren in dem Sinne immer. Du kriegst immer ein Ergebnis raus, zur Not wird gelost. Steht so in der GO oder wo auch immer dann. Das ist nicht das Kriterium, ob ein Wahlverfahren funktioniert, sondern das Kriterium ist, ob ein Wahlverfahren den Willen der Versammlung bestmöglichst abbildet. Bestmöglichst ist leider auch das nicht. Da muss man tatsächlich das Präferenzwahlverfahren wie Schulze simpel machen. Das kriegen wir in der Logistik leider nicht hin. Wir versuchen aber das Bestmöglichste, was wir machen können, was wir logistisch noch handhaben können. Und das ist eben eine solche Bewertungswahl. Das bildet einfach den Willen der Versammlung besser ab als eine Pugel. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann stelle ich jetzt den Antrag, eben aus dem Grund, weil es den Wählerwillen besser abbildet als ein Prübelwahlverfahren für die Wahl des ersten Vorsitzenden, die Bewertungswahl zu verwenden. Und jetzt stimmt bitte drüber ab. So, habt ihr es alle verstanden? Es gibt natürlich Gegenrede. Der Michael hat gerade einen GO-Antrag auf Bewertungswahl gestellt, auf Verwendung des Bewertungswahlsystems. Gibt es dagegen eine Gegenrede gegen diesen GO-Antrag? Formal oder begründet? Begründet. Gut, da hat sich schon jemand eingefunden. Bitte. Danke. Also ich glaube nicht, dass das Verfahren hier bekannt ist. Ich finde es ein Überraschungsverfahren und wir sollten das bewährte Verfahren erst mal für diesen Parteitag anwenden. Danke. Gut, dann stimmen wir jetzt ab. Wer stimmt für den Antrag von Michael? Der hebe jetzt die Ja-Karte. Wer dagegen ist? Die Nein-Karte. Das ist überwiegend positiv. Damit ist der Geschäftsordnungsantrag angenommen. So, dann mache ich jetzt weiter mit ein paar Orga-Ansagen. Die Notfallnummer 015157469141 geht wieder. Der Schlüssel für die Schlafhalle kann in dringenden Fällen, zum Beispiel wenn Medikamente oder Sonstiges benötigt werden, beim My Little Pony Transparent abgeholt werden. Genau. So. Nochmal die Frage an die Rechnungsprüfer. Sind die jetzt fertig? Noch ein kleiner Hinweis von mir. Bevor wir mit der Vorstellung für die Vorsitzenden anfangen können, werde ich die Kandidatenliste schließen. Also, falls ihr euch noch nicht beim Front Office gemeldet habt, dass ihr Vorsitzender dieser Partei werden wollt, dann tut dies zeitnah, denn spätestens nach dem Bericht des Vorstandes werden wir zur Wahl schreiten. So, wir unterbrechen jetzt die Sitzung für circa fünf Minuten, bis die Rechnungsprüfer dann da sind, um mit der Entlastung fortfahren zu können. Fünf Minuten, ab jetzt. Thomas, Marc, bitte sofort bei der Main-Orga melden. Thomas, Marc, bitte sofort bei der Main-Orga melden. Habe ich Ton? Während wir hier auf die Rechnungsprüfer warten. Jetzt? Jetzt habe ich Ton. Wunderbar. Die Rechnungsprüfer sind auf dem Weg hierher. Aber ich dachte, ich erzähle euch noch mal eben kurz was anderes. Denn wir haben ja Anfang Januar haben wir eine Aufstellungsversammlung am Bundesparteitag. Wir haben seit einiger Zeit ein Zentralkonto. Und jeder, der bis morgen seine Einzugsermächtigung dafür abgeben wird, dem werden wir am 2. Januar den Beitrag 2014 per Lastschrift einziehen. Und alle Einzugsermächtigungen, die bis morgen an der Akkreditierung abgegeben wurden oder bisher schon eingesandt wurden, die werden also auf dem Parteitag in Bochum am 4. und 5. Januar stimmberechtigt sein. Immer noch keine Kassenprüfer da? Die Rechnungsprüfer wissen eigentlich, dass sie jetzt hier dringend erwartet werden. Wer Zugriff zum Wiki hat, der kann uns das letzte Kassenprüferprotokoll angucken. Das ist von vor zwei Wochen. Ihr müsst unter Finanzen gehen und dann auf Kassenprüferprotokolle. Dort ist bereits das Protokoll der letzten Kassenprüfung veröffentlicht. Und soweit ich mich erinnere, stand da auch auf der vorletzten Seite, dass man die Entlastung empfiehlt. Aber ihr dürft euch das Protokoll gerne in der Zwischenzeit ansehen. Ich bitte Nicole Britz einmal nach vorne. Nicole Britz. Nicole. Dann los geht's zum Mikro, bitte. Super, danke. So, es geht jetzt weiter mit einem Beitrag von Nicole zur Kommunalwahl. Oh, hallo. Ah ja, okay. Wie ihr wisst, in Bayern sind auch Kommunalwahlen. Die sind noch ein paar anderen Bundesländern, aber sie sind auch in Bayern. In Bayern müssen wir in jeder Kommune, in der wir antreten, Unterschriften sammeln. Und wir hätten da gerne von euch ein bisschen Unterstützung. In Bayern gibt's im Winter Schnee. Man könnte das zum Beispiel auch mit Skifahren verbinden und sich dann auch mal so einen Tag mit Leuten, die Hilfe brauchen, in die Fußgängerzone stellen und die Leute zum Rathaus tragen, weil sie da unterschreiben müssen. Ich habe eine Unterschrift, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt uu-angebot-at-piratenpartei-bayern.de. Vielleicht kann das jemand noch einblenden. Und wenn ihr Lust habt, die Bayerischen Piraten auch über die Winterzeit jetzt zu unterstützen und mal ein paar Tage in Bayern Unterschriften zu sammeln, der kann sich an diese Adresse wenden. Oder ihr wendet euch an mich. Und wir versuchen dann, die Leute, die Hilfe brauchen und die Leute, die Hilfe anbieten, zusammenzubringen. Danke. So, vielen Dank. Liebe Versammlung, ich eröffne die Versammlung wieder. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Ich möchte gerne, ich würde jetzt gerne weitermachen, denn die Rechnungsprüfer kommen irgendwie nicht in die Gänge und sind immer noch nicht da. Deshalb stelle ich den GO... Da? Wunderbar, da sind die Rechnungsprüfer. Wir machen also weiter nach der Tagesordnung. Die Rechnungsprüfer berichten jetzt. So, wir haben jetzt einmal nochmal nachgeprüft, was seit der letzten Kassenprüfung noch offen war. Wir konnten dabei leider für euch keine Beanstandungen weiter feststellen und empfehlen weiterhin die Entlastung von den jetzigen Schatzmeistern und Vorständen. Von daher, entlastet Sie, Sie haben es verdient. Also nochmal in der Kurzfassung, entlastet Sie, Sie haben es verdient. Sie haben keine Fehler gemacht, beziehungsweise wir haben keine finden können. Was ich auch noch sagen wollte, wir veröffentlichen unsere Kassenprüferberichte. Die findet ihr im Wiki, alle miteinander. Deswegen ist es zum ersten Mal, es ist jetzt transparent, wir haben fünfmal die Kassenprüfer, die Kasse geprüft, fünfmal im letzten Jahr. Alle Berichte sind veröffentlicht und jetzt wurde eben nochmal kurz die Rechnungsprüfung erledigt. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Entlastung des Vorstandes. Wer dafür ist, den Vorstand nach diesem Bericht zu entlasten, der hebe die Ja-Karte. Wer dagegen ist, hebe die Nein-Karte. Das ist absolut überwiegend positiv. Damit ist der Vorstand entlastet. Ich sehe jetzt einen GO-Antrag, der wieder weggeht. Ja, zu spät gestellt, genau. Gut. Damit ist der Vorstand entlastet und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Tagesordnungspunkt Vorstellung und Befragung der Kandidaten zum Bundesvorsitz. Da das jetzt die erste Wahl für heute ist, erkläre ich einmal kurz das Prozedere. Es läuft so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten, nachdem die Wahlliste eröffnet ist, drei Minuten Zeit haben, sich der Versammlung zuvor zu stellen. Die Reihenfolge, in welcher Reihenfolge sich die Kandidaten vorstellen, wird von der Wahlleitung ausgelöst. Nach der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten stimmt die Versammlung darüber ab, ob sie die Kandidatinnen befragen möchte. Wenn das der Fall ist, dann werden Fragezettel aus einer Urne gezogen. In diese Urne könnt ihr vorher Zettel einwerfen mit Fragen, die ihr an die Kandidaten stellen möchtet. Es werden aus dieser Urne sechs unterschiedliche Fragen gezogen und dann erhält der Kandidat, der dann befragt wurde, zwei Minuten, um jede Frage zu beantworten. Wenn ihr dann immer noch der Meinung seid, dass die Befragung weitergehen soll, kommt es letztendlich zu einer zehnminütigen freien Befragung des Kandidaten oder der Kandidatin und die Befragung endet dann, wenn ihr mehrheitlich der Meinung seid, dass die Befragung enden soll, denn der Kandidat ist dann genug befragt. Gut, gut. So, dann bitte ich einmal die Wahlleitung. Die Wahlleitung bitte. Wunderbar. Also, alle Kandidaten für den Vorsitzenden haben hoffentlich schon ihre Unterstützerliste am Frontoffice abgegeben. Ich gebe jetzt noch mal eine Minute Zeit, wenn die fertig ist, nur noch vorgetragen werden muss, dann muss das jetzt passieren. Wir schließen gleich die Kandidatenliste, die Kandidierendenliste, sorry, ich muss mich auch erst dran gewöhnen. So, wenn in dieser Zeit noch jemand Fragen hat dazu, wie gleich der Ablauf ist, dann kann er sich jetzt am mittleren Mikro einfinden. Gut, dann gehe ich davon aus, dass ihr das alle verstanden habt. Die Minute läuft. So, wir haben sieben Kandidierende und ich schließe jetzt hiermit die Kandidierendenliste. Wir losen gerade aus, in welcher, beziehungsweise wir bereiten die Lose vor, das machen wir natürlich hier öffentlich. Wir losen gleich aus, in welcher Reihenfolge die sich vorstellen, in welcher Reihenfolge die befragt werden. Dann bitte noch ein klein bisschen Geduld. Die Wahlleitung nimmt Spenden an Kugelschreibern entgegen, würde uns ein bisschen beschleunigen. Okay, den ersten habe ich schon, danke. So, ab der Eröffnung der Kandidatenvorstellung, also ab jetzt, dürfen Fragen, also ab jetzt gleich, sobald die Wahlleitung fertig ist und die Liste geschlossen hat, dürfen Fragen auf breit liegende Zettel in die Urne eingeworfen werden. Das ist die Urne, die hier vorne steht. Seht ihr die? Also ihr nehmt euch dann einen Zettel und werft ihn in diese Urne mit der Frage, die ihr stellen möchtet. So, wenn jetzt niemand eine Unterstützerliste wedelnd auf das Front Office zurennt, schließe ich die Liste. Achso, ist schon geschlossen. Gut, ich habe jetzt hier sechs Lose. Ich bräuchte irgendein Behältnis oder ich mische die einfach und lasse die Versammlungsleiterin die gefalteten Lose ziehen. Auf der Nummer eins ist Paul Weiler. Alle, die ich jetzt aufzähle, machen sich bitte bereit und stellen sich auch schon hier vorne an die Ecke. Dennis Plage Bernd Casperidus Christiane Schinkel Stefan Körner und Torsten Wirth. Also alle, die sich gemeldet haben als Kandidaten, wissen das ja. Ihr müsst jetzt nur noch die Reihenfolge hinbekommen. Hier vorne an die Bühne stellen, damit wir euch gleich befragen können. So, und der erste Kandidat kommt bitte auf die Bühne. So, liebe Versammlung, der erste Kandidat stellt sich jetzt gleich vor. Also bitte ich um ein wenig Ruhe, setzt euch auf eure Plätze und hört zu. Bitteschön. Also mein Name ist Paul Weiler. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Unterstützer, die hier auch gesagt haben, okay, reden da war zumindest und so weiter, seine Vorstellungen darstellen. Und das möchte ich jetzt auch hiermit tun, eine kleine Rede halten. Ich bleibe also im Rahmen der Zeit. Also, die Piratenpartei hat Niveau, Klasse und sozialen Touch. Nur sollte diese unsere Partei dies auch verwenden. Ein neuer Bundesvorstand sollte demnach Wege nach innen smart, tolerant organisieren und nach außen dynamisch, progressiv, unkryptisch, verständlich, sozial auftreten. BGE, BO, Basisentscheide Online-Offline, soziale Gerechtigkeit, finanzkritische Blickwinkel und neues, faires wirtschaftliches Handeln, Ja zur Europa- und PPU-PPI-Teilnahme, soziale Events wie EUWICON, soziales Parteienfundraising sollten keine Tabus in unserer Partei sein. Eine klare Vision für eine bessere Welt sollte im Übrigen deutlich daraus hervorgehen. Piratenpartei-Grundthemen wie Datenschutz, Patent, Copyrights und Urheberrechtsreformen sollten nicht missachtet werden. Dennoch bedarf es einer größeren Offenheit und Umgang mit anderen weltbewegenden Themen. So sollte auch das Bekenntnis essentiell sein, dass Themenbeauftragte, Mumble-Sessions und AGs sehr wichtig für die Partei sind. Die Partei sollte keine Verhinderungspartei sein, sondern eine moderne Teilhabe- und Förderungspartei darstellen, die sehr kritisch mit etablierten Parteien und sozialen Institutionen bzw. Ego-Machthabern umgeht. Kritisch. Der neue Bufo sollte dies können. Ebenso sollte es selbstverständlich sein, dass der Bufo Transparenz nicht als Fremdwort betrachtet, außerdem finanziell mitdenken und rechnen kann, intern und extern. In nicht deutscher Sprache wäre auch mal nett von Vorständern zu sagen, Welcome to new members and guests in the Pirate Party. You have the liberty to join us in our powerful Mumble Sessions and outdoor events. Dort in den Mumble Sessions sollte der Bufo dann logischerweise hauptsächlich ansprechbar sein. Nicht unbedingt intransparent auf Twitter, Facebook und so weiter. Ein neuer Bufo-Vorstand klar machen und dass der Bufo klar macht, dass die Piratenpartei keine verdrohnte Abhör-Mainstream-Jahrsager-Spionage-Partei ist, sondern revolutionär, reformerisch-basissozial-Down-to-up wirkt, sodass Politik-Level 2.0 sich verwirklicht. Dafür würde ich mich gerne einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Wenn ja, hebt die Ja-Karte, wenn nein, hebt die Nein-Karte. Bitte abstimmen. Ja, respektive Nein. Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zum nächsten. Dennis Plage, bitte auf die Bühne. Dennis, bitte jetzt auf die Bühne. Ihr solltet euch alle bereit halten. Die Nächsten können sich auch schon mal bereit halten. Fragen hinten in die Ohne. Hinten, hinten. Nee, dann nimm die Ohne mit. Ja, genau. Dennis, steht immer noch nicht am Mikrofon hier vorne. Liebe Kandidaten, haltet euch bereit. Ich warte immer noch auf Dennis. Gut, dann der Nächste Kandidierende, das ist... So, der Nächste in der Reihe, bitte auf die Bühne. Ihr kennt ja eure Reihenfolge. Alle anderen halten sich jetzt bitte bereit. So, vielen Dank. Drei Minuten auch für dich. Hallo, mein Name ist Bernd Kasperidus. Ich komme aus dem Landesverband Bayern. Ich bin 43 Jahre alt und bin eigentlich nur Basisparat. Ich habe zwar als Bundestagskandidat für den Landesverband Bayern auf der Liste gestanden, habe aber sonst weiter keine Ämter und Würden gehabt, denn ich bin der Meinung, wenn ich Pirat bin, packe ich einfach an, ohne dafür erst irgendein Pöstchen zu brauchen. Und somit stehe ich heute auch hier als Beweis, dass die Idee, der Traum von den Piraten noch existiert und funktioniert. Dass ein einfacher Basispirat nach vorne treten kann und kann sagen, ich kann es, ich will es, ich mache es und dann ziehe ich es auch durch. Es geht mir auch nicht darum, irgendeine besondere Botschaft durchzuziehen oder irgendein Wahlversprechen oder irgendein Thema, sondern es geht hauptsächlich erst einmal darum, uns wieder zu einer funktionierenden Partei zu machen. Wir brauchen wieder die Selbstsicherheit und das Vertrauen und auch die Kommunikation unter uns, um unsere Themen aufzuarbeiten und diese auch nach außen zu vertreten. Denn unser Problem ist nicht, dass wir keine Themen haben, die haben wir viele. Wir bringen sie nur nicht bei den Menschen unter. Und entsprechend würde ich mich als Vorsitzender dafür einsetzen, dass wir uns eine Struktur und eine Professionalität geben, mit der wir nach außen agieren. Aber auch eine Struktur und eine Professionalität, mit der wir nach innen agieren. Denn egal, welche Lager wir haben, egal, welche Meinungen wir haben, am Ende müssen wir an einem Strang ziehen. Und das ist auch die Aufgabe des Bundesvorstandes, im Zweifelsfall dafür zu sorgen, dass an einem Strang gezogen wird. Und das im Zweifelsfall auch, indem er hart durchgreift. Und dafür stehe ich. Wir brauchen keine neuen Themen. Wir brauchen Ordnung. Und dafür stehe ich. Ordnung und Kommunikation. Danke. Vielen Dank. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Die gelbe Karte für Ja, die rote für Nein. Das ist überwiegend negativ. Der Kandidat wird nicht befragt. Jetzt bitte ich die nächste Kandidaten auf die Bühne. Das war gerade Bernd. Also ist Christiane jetzt dran. Christiane Schinkel, bitte. Liebe Kandidatinnen, liebe Kandidaten, bitte haltet euch bereit. Ihr verzögert nur den Parteitag. Christiane, bitte auf die Bühne. Gut. Dann machen wir mit Stefan weiter. Bitte schön, dass du da bist, Stefan. Für dich drei Minuten. Vielen Dank. Wo stehen wir jetzt? Wir haben eine ganze Menge erreicht. Wir sind in vier Landesparlamenten. Wir haben Demos zur ACTA mit 200.000 Leuten gemacht. Wir haben diese Partei aufgebaut. Ich glaube, man kann sagen, wir können Politik. Und jetzt? Wir haben die letzten Wahlen verloren. Wir kommen nicht einmal mehr in den Umfragen vor. Vor kurzem hat eine Journalistin gesagt, eins muss man den Piraten lassen. Sie liefern wenigstens einen kontinuierlichen Unterhaltungswert. Ist es das, was wir wollen? Politik für einen kontinuierlichen Unterhaltungswert machen? Ich weiß, wir können diese nautischen Kram alle nicht mehr hören. Aber es beschreibt es am besten. Unser Piratenschiff leckt. Und wir haben ein verdammt großes Schiff. 30.000 Leute Besatzung. Was könnten wir mit diesem gigantischen Schiff politisch bewegen? Aber ein Schiff kommt nur dann zu einem Ziel, wenn alle an Bord an einem Strang ziehen. Wir brauchen keine Leute, die nachts Löcher in den Rumpf hauen. Wir brauchen wieder ein Miteinander. Wir müssen gemeinsam für unsere Ziele kämpfen. Was wollen wir eigentlich? Was ist unser Ziel? Wir sind Piraten, weil wir Politik verändern wollen. Wir sind Piraten, weil wir Politik in diesem Land gestalten wollen. Wir sind die Partei für Bürgerrechte und gegen Überwachung. Wir sind für eine moderne Informations- und Medienpolitik und gegen überholte Konzepte aus dem letzten Jahrhundert. Wir sind für eine gerechte Sozialpolitik und gegen Hartz IV. Wir sind für Transparenz und Mitbestimmung und gegen Hinterzimmerpolitik. Aber wir müssen den Umgang mit uns selbst verbessern. Wir müssen unsere Zusammenarbeit verbessern. Und wir müssen endlich wieder Wahlen gewinnen. Politik macht man in den Parlamenten und nicht als Zuschauer von außen. Dazu brauchen wir 5 Prozent. Wir haben jetzt einen Bundestag praktisch ohne Opposition. Wir haben den größten Spähskandal in der Geschichte. Und das Erste, was die neue Regierung machen will, ist die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir die richtige Partei sind, um die richtige Politik in diesem Land zu machen. Mein Name ist Stefan Körner. Manche nennen mich Sekor. Ich bin Vater von zwei wunderbaren Töchtern. Und ich bin Pirat. Gut. Liebe Versammlung. Liebe Versammlung, möchtet ihr diesen Kandidaten befragen? Das ist überwiegend positiv. Jemand, der da hinten steht bei der Urne, ist bitte so freundlich, hält sie in die Luft und bringt sie nach vorne. Die Frageurne. Genau, vielen Dank. So, nochmal zum Verfahren. Wir werden jetzt sechs unterschiedliche Fragen ziehen. Und der Kandidat erhält jeweils zwei Minuten, um jede Frage zu beantworten. Wie viele? Sechs Stück? Sechs. Okay, ist noch ein leerer Tisch? Nein, alles gut. So ist gut, sieh. Das bleibt spannend. Was auch immer dieser Frage, gut, ich lese die Frage einfach vor. Am 27.10.2013 war Landesparteitag Bayern. Heute ist der 30.11. Wieso wirbst du immer noch, dass du Bayern-Parteivorsitzender wärst? Siehe BPT-Vorstellung. Ich vermute, der Fragesteller meint, du würdest immer noch sagen, du wärest bayerischer Vorsitzender. Aber das ist dein Interpretationsspielraum. Okay, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich drei Jahre Landesvorsitzender in Bayern war und dass ich beim letzten Landesparteitag nicht wieder angetreten bin. Demzufolge bin ich derzeit nicht Landesvorsitzender in Bayern. Nur um dieses Missverständnis im Zweifel aufzuklären. Am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, haben Münchner Piraten vor der amerikanischen Generalkonsulat protestiert. Gleichzeitig warst du als Gast auf den Feierlichkeiten innerhalb des Konsulats, ohne dass andere Piraten in München Bescheid wussten. Wie möchtest du als Bundesvorsitzender die Kommunikation mit den Piraten vor Ort verbessern? Okay, meine Termine stehen üblicherweise in meinem Terminkalender. Mein Terminkalender ist öffentlich einsehbar. Das heißt, Termine sind nachvollziehbar, sind transparent. Bei der Veranstaltung am 4. Juli im amerikanischen Generalkonsulat in München war ich, ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mit einer Mitarbeiterin des Generalkonsuls zu besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, um gegen Prison eine Protestnote oder etwas Ähnliches an den Generalkonsul zu übergeben. Ich habe sie danach gefragt, wir haben vereinbart, dass wir später nochmal telefonieren. Zu dem Telefonat kam es dann leider aber nicht. Ich gehe davon aus, dass der Generalkonsul kein großes Interesse an einer solchen Protestnote hat und deswegen wurde daraus eben nichts. Du hast es nicht geschafft, den Landesverband Bayern intakt zu halten. Wieso sollte es jetzt beim Bufo klappen? Das ist eine sehr freie Interpretation der Arbeit der letzten drei Jahre. Ich glaube, dass wir in Bayern durchaus eine funktionierende Partei oder zumindest einen Teil einer funktionierenden Partei mit aufgebaut haben. Als ich den Landesvorsitz in Bayern übernommen habe, waren wir, glaube ich, um die 1.400 Mitglieder. Am Ende meiner Amtszeit waren es 7.000 Mitglieder. Wir haben dafür gesorgt, dass die ganze Verwaltung funktioniert. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben Erfolgsbegehren gegen Studiengebühren initiiert. Wir haben eine ganze Reihe Aktionen in die Welt gesetzt und gestartet, um Politik in Bayern zu machen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Piraten in Bayern bekannt sind. Ich glaube, ich kann behaupten, dass ich sehr wohl erfolgreich Politik in Bayern gemacht habe. Die Piraten sind weniger eine politische Partei als vielmehr eine Bürgerbewegung. Bürgerbewegung für ein transparentes politisches System für Grund- und Menschenrechte im Internetzeitalter. Was hältst du von dieser Aussage? Ich glaube, dass die Piraten eine sehr, sehr wichtige Partei in dieser Landschaft sind. Und ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass die Bürgerrechte, die Menschenrechte in diesem Land gewahrt bleiben. Und ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass es ein soziales Miteinander in diesem Land gibt. Und das kann man in Deutschland, in dem System, in dem wir leben, nur als Partei machen. Ergo sind wir eine Partei. Ein kleines, die jetzt kommende Frage halte ich fast für übergriffig. Steht dir frei, ob du sie beantwortest oder nicht. Du warst LAFO für Bayern für drei Wahlkämpfe, Bezirks-, Landtags- und Bundestagswahl. Wir haben unter deiner Leitung diese Wahlkämpfe verloren. Du hast wegen persönlicher Antipathie die Arbeit im Vorstand blockiert und damit unseren Wahlkampf sabotiert. Wie willst du das im Bund besser machen? Ich glaube nicht, dass ich die Arbeit im Landesvorstand Bayern sabotiert habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe drei Wahlperioden im Landesvorstand in Bayern aktiv gearbeitet. Und wir hatten bis auf den letzten immer ein sehr gut funktionierendes Team. Und auch der letzte hat gut gearbeitet. Dass wir die Wahl verloren haben, ist in der Tat ein kleines Problem. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass wir Piraten hinstellen können und sagen, hey, der Vorstand ist an allem schuld. Weil wenn wir es nüchtern betrachten, sind wir die Partei, die alles gemeinsam entscheidet und alles gemeinsam entscheiden will. Und wir haben das in Bayern auch so gemacht. Wir haben in Bayern den Wahlkampf auf die Untergliederungen aufgegeben. Wir haben den Bezirken mitgeteilt oder gesagt, dass sie mit dem Wahlkampf aktiv sein müssen, dass sie den Wahlkampf vor Ort führen müssen, weil Bayern als Land zu groß ist, um das von oben zu machen und auch unseren Strukturen widerspricht. Demzufolge glaube ich schon, dass wir sehr erfolgreich gearbeitet haben. So, ich hatte eben eine Frage, die doppelt war von den sechs Fragen. Die ziehen wir jetzt nochmal nach. So, müssen Sie einmal kurz lesen. In Bayern haben die Piraten Aktionen gestartet. An gleicher Ort und Stelle hast du immer andere Aktionen alleine gestartet. Wieso solltest du es jetzt beim Bufo nicht auch machen? Oder warum doch? Okay, ich habe keine Ahnung, worauf die Frage abzielt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich eine Aktion gegen die bayerischen Piraten gestartet hätte. Also, tut mir leid. Wenn der Fragesteller die Frage konkretisieren könnte, wäre es vielleicht eine Option. Aber ansonsten müsste ich vermuten, Mutmaßungen an Altschwein. Ich sehe niemanden winken oder rennen. Gut. Dann die Frage an die Versammlung. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten weiter befragen? Dazu hebt die gelbe Karte, wenn nicht, dann hebt die rote Karte. Das ist überwiegend negativ. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt bitte ich Thorsten auf die Bühne. Nach Thorsten folgt Dennis, dann folgt Christiane. Bitte haltet euch bereit. Thorsten, ist Thorsten jetzt da? Thorsten kommt jetzt bitte auf die Bühne, wenn Thorsten da ist. Wunderbar. Und die anderen halten sich bitte bereit. Dennis hält sich bitte bereit. Christiane hält sich bitte bereit. Und drei Minuten für dich. Liebe Piraten, mein Name ist Thorsten Wirth. Ich bin 45 Jahre alt, bin seit 2006 Pirat und war bereits im Bundesvorstand tätig als politischer Geschäftsführer von 2009 bis 2010. Ich war vorher zwei Jahre Landesvorsitzender des Landesverbands Hessen. Wir haben dieses Jahr ein ziemlich schwieriges Jahr hinter uns. Wir haben viel Energie in den Wahlkampf gesetzt. Wir haben nicht das Ergebnis bekommen, was wir uns erhofft haben. Und ich glaube, dafür gibt es viele, viele Gründe. Wir haben zum einen die Geschichte mit dem Johannes gehabt. Wir haben das Problem im Bundesvorstand gehabt, dass die Kommunikation nach außen im Prinzip nur noch bestimmt war von einem mehr oder minderen Skandal, wie auch immer, was uns meines Erachtens nach sehr, sehr geschadet hat. Dann haben wir das Problem gehabt, dass wir unsere Außendarstellung generell über so viele verschiedene Kanäle haben laufen lassen, dass auch die Journalisten uns dann gesagt haben, Hey, mit wem sollen wir eigentlich reden? Was geht denn hier eigentlich ab bei euch? Und ich glaube, diese Summe der Gründe ganz davon ab, dass natürlich auch ultra viele Leute mittlerweile ausgebrannt sind und irgendwie überhaupt nicht mehr die Kraft haben, den Wahlkampf zu stemmen, dass uns das eine Lehre sein sollte für unser weiteres Vorgehen. Und wir müssen resümieren. Wir müssen hin und wieder auch mal Pause machen und sagen, was ist scheiße gelaufen? Und ich glaube, da liegen schon ein paar Sachen drin. Wir haben eine Kultur entwickelt, die alles kaputt hatet. Wo wir gar keine Möglichkeit mehr haben, eine Selbstreflexion zu machen, sondern wir haben das Problem, dass uns dann die Zeit für die Aufarbeitung unserer Probleme fehlt. Und ich glaube, die sollten wir uns auch mal nehmen und uns auseinandersetzen. Mit uns selbst und mit unseren Problemen, die wir im Bundesvorstand haben, mit unseren Strukturen und mit dem, was wir nach außen vertreten. Aber, und ich sage es halt eben auch gerne, wir haben viel zu bieten. Wir sind eine Partei, wir haben ein sehr gutes Grundsatzprogramm. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir damit anfangen würden, uns hinter dieses Grundsatzprogramm zu stellen. Weil wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen eine Wissensgesellschaft. Und diese Wissensgesellschaft ist der Kern dessen, was die Piratenpartei ausmacht. Wir sollten dieses Ziel nehmen und uns dahinter stellen, alle gemeinsam. Dann können wir etwas reißen. Und wir brauchen nicht das Programm, dass wir 5 Prozent, das ist kein Ziel, das ist kein Ziel, liebe Freunde. 5 Prozent ist eine Forderung. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch. Dankeschön. So. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Die gelbe Karte für Ja, die rote für Nein. Das ist der Fall. So. Dann bitte ich um die Frageurne. Ist jemand doch hinten so freundlich und bringt mir die Frageurne? Vielen Dank. Einmal hochhalten von da hinten und herkommen. Und die Wahlleitung brauche ich hier? Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die erste Frage. Wie viele und wie oft hast du Stammtische aktiv besucht? Kann ich nicht zählen. Also, wenn ich das zählen sollte, dann sorry, kann ich nicht sagen. 100, 200, ich habe keine Ahnung. Echt nicht, sorry. Ich war jahrelang und habe Stammtische aufrechterhalten und aufgebaut. Also, wie stehst du zu Krieg und Frieden und dem BGE? Ich darf auf die zwei Minuten hinweisen. Ja, ist das eine geile Frage. Ja, Krieg finde ich mal scheiße. Frieden finde ich mal gut. Und das BGE ist etwas, über das wir diskutieren müssen. Das ist ein super Thema, mit dem wir in der ganzen Gesellschaft viele Diskussionen führen können und Debatten führen können. Und die müssen geführt werden. Und das ist unsere Aufgabe, genau das zu tun. Wir haben keine Lösung. Wir haben Fragen und wir müssen Diskussionen anstoßen. Das ist unsere verdammte Aufgabe. Was würdest du zu TAFTA, TAFTA, sagen, wenn die Presse dich fragt? Horror, sorry. Ja, Horror. Also, die Freihandelszone TAFTA, die ja letztendlich das Resultat von diesem TTIP-Abkommen sein sollte, was der Europäischen Union jetzt von der USA aufgenötigt würde, würde bedeuten, dass erst mal amerikanische Unternehmen zu uns kommen und uns verklagen würden, weil sie bei uns kein Fracking machen dürfen, weil sie bei uns nicht die Situation vorfinden, die sie aus ihrem Wirtschaftstraum gewohnt sind. Ja, sorry. Da werden wir als erstes erst mal um Milliarden ärmer, weil wir die ganzen Klagen bedienen müssen, die dann aus Amerika auf uns zukommen. Neben dem kommen noch ganz andere Dinge auf uns zu, was das Urheberrecht und so weiter angeht. Aber da empfehle ich euch wirklich mal, die Beiträge von dem Bruno Kramm zu lesen. Das ist der Horror. Sorry. Dagegen will ich, dass wir uns wehren. So, der Fragesteller ist der Ansicht. Du hast gerade gesagt, wir haben die Geschichte mit dem Johannes gehabt. Die Frage ist, was meinst du damit? Bitte formuliere deine Kritik konkret. Also, wir haben, ich glaube, es ist ja niemanden entgangen, ein Problem im Bundesvorstand gehabt. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Und ich glaube, dass die Medien dort, dass die Medien dort sich natürlich drauf gestürzt haben, weil womit verdienen sie Geld? Indem sie Zeitungen voll machten mit Zeug, was Leute lesen. Und was lesen die Leute gerne? Scheiße. Ja. Und wer hat diese Scheiße geliefert? Wir. Und das ist nicht okay. Ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Wir sollten darüber nachdenken, was auch im Bundesvorstand passiert. Der Druck ist unheimlich. Und ich weiß, wie das ist im Bundesvorstand. Ich war ja selber schon in dem. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht neue Wege finden, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit dieser Belastung, die auch die Leute im Bundesvorstand aushalten müssen, wie das geht. Und es ist keine Affäre, Johannes, also sollte das irgendwie jetzt falsch angekommen sein, bitte ich mich zu entschuldigen. Es ist eine Affäre, die wir alle haben. Das ist eine Affäre, die uns alle auch etwas angeht und eine Schuldzuweisung hilft da auch niemand. Auch hier die zwei Minuten. Was hast du die letzten drei Jahre für die Piraten gemacht und erreicht? Ja, ich bin Referent in der Elf-Piraten-Fraktion, wie ihr wisst. Dort werde ich sogar dafür bezahlt, für das, was ich tue. Also ich bin dann Berufspirat, wenn man so will. Was ich die letzten drei Jahre gemacht habe. Ich habe ein Kommunalwahlprogramm aufgebaut, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe sehr viele Anträge mit erarbeitet. Ich habe die Software für unser kleines Büro mitgemacht. Gut, dafür werde ich bezahlt. Dafür kann man sich jetzt nicht so wahnsinnig mitbrüsten. Ich habe eine kleine Demonstration organisiert gegen das Leistungsschutzrecht. Wir sind mit zehn Leuten oder was das war, vor der Buchmesse in Frankfurt im Kreis marschiert und haben dort gegen dieses Leistungsschutzrecht demonstriert. Und es war schon eine sehr, sehr coole Aktion. Ich kann jedem empfehlen, mal solche Sachen zu machen. Das macht richtig Bock. Und was ich noch gemacht habe. Ich gehe auf Stammtische. Ich gehe dahin, wo ich meine, hingehen zu müssen und rede mit den Leuten. Ich war jetzt nicht mehr so aktiv im Bundesvorstand. Ich habe vor einem Jahr, ist mein Sohn zur Welt gekommen. Und dann liegt der Fokus natürlicherweise auch erstmal bei der eigenen Familie. Und das muss auch sein. Und es muss auch für jeden, der hier aktiv ist, muss das sein. Und ja, das waren im Prinzip meine Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Also im Detail, wow. Datenschutzbüro, kommunales Datenschutzbüro habe ich mit initiiert, vorangebracht. Alles so Themen, die jetzt im Kommunalwahlbereich sind. Aber ich glaube, ich bin schon über den drei Minuten und die Wahlleitung sagt nichts. Aber gut, können wir weiterreden. 20 Sekunden. Okay, hey. Also ich denke, ich habe sehr viel gemacht. Und wenn es dann irgendwo sein muss, dann liste ich das auch nochmal im Detail auf. Aber ich brüste mich jetzt nicht immer damit, wenn ich jetzt, ah, guck mal hier, ich habe das Papier von XY unterzeichnet. Das mache ich nicht. Also ich arbeite. Wie stehst du zum Koalitionsvertrag, zur Schuldenbremse und zur Austeritätspolitik? Das letzte habe ich nicht verstanden, bitte. Wie stehst du zum Koalitionsvertrag und zu den Aussagen zur Schuldenbremse und zur Austeritätspolitik? Austeritätspolitik. Austeritätspolitik. Also die Schuldenbremse, muss man erst mal sagen, es ist ein Weg, was ich die CDU ausgedacht habe, um uns kaputt zu sparen. Wir brauchen Möglichkeiten, da wo es brennt, auch Geld in die Hand zu nehmen und wir müssen Dinge fördern, auch wenn mal das Geld knapp ist. Die CDU hat sich überlegt, ja, jetzt ballen wir mal eine Schuldenbremse irgendwo ein und jetzt können wir dann den Leuten, wenn es wirklich eng wird, dann halt eben sagen, ah, es ist notwendig, weil wir müssen uns ja an die Schuldenbremse halten, jetzt kürzen wir mal in dem Sozialbereich, jetzt kürzen wir mal in dem Sozialbereich. Und ich glaube, das ist ein Kuckucksei, was diese Schuldenbremse angeht. Wir müssen einen konsolidierten Haushalt haben, das ist klar, aber wir können das nicht um jeden Preis machen. Wir brauchen Augenmaß und müssen halt schauen, wie wir die Gelder vernünftig und gerecht in der Gesellschaft verteilen. Den zweiten Part, da muss ich jetzt passen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist, sorry. Ich habe es auch, entweder habe ich es nicht verstanden oder, ich weiß es nicht. Vielen Dank. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten weiter befragen? Gelb für ja, rot für nein. Das ist überwiegend negativ. Vielen Dank an Thorsten und jetzt bitte ich Dennis. So, Dennis, auch für dich drei Minuten zur Vorstellung. Bei allem, was ihr über mich hört, bedenkt bitte, aus welcher Quelle es kommt und wie diese Leute zu mir stehen. Wer die Wahrheit wissen will, ich stehe jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Wo Rauch ist, ist Feuer. Wo Streit ist, gibt es Gründe. Diese werden aber meist verschwiegen, stattdessen der Streit zur Parole ernannt. Worum es hier wirklich geht, sind Interessendurchsetzungen mit undemokratischen, ja faschistoiden Methoden, Klüngelgruppen, Bedürfnisse, Selbstbestätigung und Angst. Die Wahrheit ist, dass sich seit 2009 Klüngel in der Partei gebildet haben, die ihre Interessen durchsetzend versuchen. Und das hat wenig mit Ideologie und Flügeln zu tun, sondern mit Selbstbestätigung. Wir alle haben den Wunsch, erfolgreich zu sein und in Parlamente einzuziehen. Die Bedingung lautet 5 Prozent. Deshalb ist uns Außendarstellung und Medienwahrnehmung statt Überzeugung mit dem Erfolg seit 2010 immer wichtiger geworden. Unbewusst wie Gift. Einige haben erkannt, dieses Bedürfnis anderer für sich zu nutzen, um persönliche Interessen durchzusetzen. Diese Gruppen haben gelernt, Stimmungskampagnen gezielt einzusetzen, um die für sie richtigen oder falschen zu pushen oder zu diskreditieren. Medienberichte garantieren Listenplätze. Wie man einen Makel andichtet, macht man unwählbar. Diese Formen von Gewalt und Manipulation findet man überall, nicht nur in Berlin. In Berlin gibt es aber einen Klüngel, der besonders menschenverachtend agiert und großen Einfluss auf die Bundespartei hat. Sie sehen sich als Elite-Piraten, nannten sich teilweise selbst Cis-Piraten. Und deren Gesetz lautet, sprich nicht über die Gruppe. Wer mitmacht, wird belohnt. Wer nicht, bestraft. Mir gegenüber wurde gesagt, wer das nicht aushält, ist halt zu schwach, kann hier jeder eine andere Gruppe gründen. Was hier in dieser Partei geschieht, ist systematische Unterdrückung, Mobbing, Isolation durch Kontaktsperren, systematische Verleumdung, sprachliche und technische Manipulation, Hausverbote und Ausgrenzung. In dieser Partei herrscht Krieg. Ein Krieg, der mit den Mitteln der psychologischen Kriegsführung und der Desinformation geführt wird. Dies ist ein Schicksalsparteitag. Wir haben heute die Möglichkeit, einen Bundesvorstand zu wählen. Lass mich. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Gelb für ja, rot für nein. Das ist negativ. Vielen Dank. So. Ich rufe noch einmal schnell zwei Gewinner auf. Christiane kann schon gerne auf die Bühne kommen. Gewinner sind die Menschen mit den Nummern 48723, die Stimmkartennummer selbstverständlich. 48723 und 47787. Ihr wollt ja bestimmt gleich mitwählen, also holt eure Stimmkarten ab. Das ist jetzt die letzte Kandidatin. Deshalb bitte schon mal alle Bereichsleiter, Wahlhelfer, sucht euer Personal zusammen, findet euren Wahlhelferpartner, sucht eure Urne, geht schon mal in Position, bereitet euch vor. Nach der Vorstellung und eventuellen Befragung dieser Kandidatin wird es zu einer Wahl kommen. So, Christiane, auch für dich. Drei Minuten ab jetzt. Hallo, ich bin Christiane Schinkel, 48, aus Bielefeld. 28 Jahre, also gefühlt ewig, wohne ich jetzt in Berlin. Bin gelernte Schneiderin. Seit 28 Jahren, 23 Jahren arbeite ich in der Werbung, 14 davon im E-Marketing. Seit vier Jahren bin ich Trainering für neue Medien an Berliner Grund- und Oberschulen. Mich interessieren Menschen, andere Lebenswelten. Ich ergründe Dinge, um zu wissen, wovon ich rede. Ich habe die Welt bereist, habe sechs Monate mit meinem Sohn in Asien gelebt und gearbeitet. Als ich 2009 im Radio von der Piratenpartei erfuhr, ging bei mir die politische Sonne auf. Endlich Menschen, die sich um wichtige Themen kümmern, um Datenschutz, gegen Überwachung, für informationelle Selbstbestimmung, den Schutz unserer Grundrechte, auch in der digitalen Welt, um zeitgemäße Sozialpolitik und um direkte Demokratie. Endlich Menschen, die etwas verstehen von dem, was sie sagen. Ich war es so satt. Dieses ignorante Stümpertum der Altparteien. Piratenpartei, das war Aufbruchstimmung. Und heute? Wo stehen wir heute? 2013 hat uns trotz des Hypes nicht in den Bundestag gebracht. Warum? Was ist passiert? Ich sage, es liegt daran, dass wir unsere Glaubwürdigkeit verspielt haben. Mitbestimmung, neuer Stil. Was ich beobachte, sind Streit, Machtgerangel, Respektlosigkeit. Unsere Arbeit geht unter im Lärm des Streits. Das muss aufhören, wenn wir wollen, dass die Menschen uns wieder hören. Wir sind, lasst uns zeigen, dass wir konstruktiv arbeiten. Lasst uns unsere Kraft nutzen und endlich gemeinsam Politik machen. Lasst uns mit der SMV zeigen, dass wir Online-Politik können. Konstruktiv, kraftvoll und nachhaltig. Wir sind die außerparlamentarische Opposition. Lasst uns einen geilen Wahlkampf hinlegen für Europa und die Landtage. Damit können wir den öffentlichen Dialog neu starten. Themen statt Köpfe, das geht nicht auf. Das wissen wir jetzt. Köpfe, das sind Menschen, die einen Unterschied machen. Marina hat es vorgemacht. Öffentlichkeitsarbeit mit Menschen reden, von unseren Ideen überzeugen, das ist meine Stärke. Das biete ich euch an. Als Vorsitzende vertrete ich uns öffentlich. Ich bin präsent und das tue ich gern. Ich glaube an unsere Ziele, an unsere Bewegung. Wählt mich und ich bringe mich ein für uns. Dort, wo Sie uns sehen, wo Sie uns hören. Damit wir wachsen können in weitere Parlamente und endlich richtig Politik mitmachen. Unsere Demokratie braucht uns. Ich glaube an uns. Gemeinsam packen wir das. Danke. 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 Liebe Versammlung, möchtet ihr die Kandidatin befragen? Gelb für Ja, Rot für Nein. Das ist überwiegend positiv. Dann vielen Dank. Die Urne kommt schon nach vorne. So, währenddessen, während die Urne hier nach vorne wandert, bitte ich die Antragstellerin des PP017 einmal sich beim Frontoffice zu melden. Das ist der Antrag zum gemeinsamen EU-Wahlprogramm. Die Antragstellerin von PP017 hier am Frontoffice melden, bitte. So, wir werden jetzt wieder sechs Fragen ziehen. Sie einmal kurz durchlesen und dann stellen. Das ist bei der Nach伸şung. Dann stellen Sie doch mal ansonsten. Als obendrauf ist, bis zum gemeinsame Entschuldigung. So, die erste Frage an Christiane. Liste bitte deine wirkliche politische Leistung auf. Ich bin 2011 im Sommer eingetreten und habe sofort Wahlkampf mitgemacht. Ich habe mich im Bezirk Reineckendorf in Berlin eingesetzt, habe dort mitgeholfen, den Bezirk zu dem zu bringen, was wir heute dort machen, zusammen mit uns anderen. Dann bin ich nach einem halben Jahr gewählt worden zur stellvertretenden Landesvorsitzenden in Berlin. Nach drei Monaten ist unser Vorsitzender zurückgetreten und ich habe dann den Vorsitzenden stellvertretend dort viel Arbeit gemacht. Ich habe Wahlkampf immer wieder gemacht in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, Berlin natürlich jetzt, war die persönliche Assistentin von Cornelia Otto. Ich habe von Anfang an im Pressesquad mitgearbeitet, dort daran gearbeitet, das Ganze transparenter zu machen, die Strukturen dort übersichtlicher zu machen. Ja, das sind so die Hauptdinge, die mir einfallen. Und Öffentlichkeitsarbeit ist ein großer Anteil meiner Wirkungskraft. Dann die nächste Frage. Du sagst an vielen Stellen, du arbeitest, Klammer auf, organisatorisch, Klammer zu, im Pressesquad Berlin. Was hast du für den Landesverband oder den Bund gemacht im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr? Im letzten halben Jahr habe ich ausschließlich Wahlkampf gemacht. Da war ich dort gar nicht mehr, weil ich Pressearbeit für Cornelia Otto für die Bundestagswahl gemacht habe. Im letzten Jahr, ich habe als Vorsitzende mich sehr eingesetzt, dort die Strukturen neu aufzubauen, zusammen mit dem Team. Wir sind in manchen Dingen leider nicht sehr weit gekommen, in anderen hat sich das entwickelt. Mein Nachfolger, der Benni, hat auch Dinge übernommen und weitergeführt und angefangene Dinge zum Abschluss gebracht. Das ist eigentlich das. Ich weiß noch nicht, ob ich dort wieder einstehe. Wenn ich jetzt gewählt werde, werde ich das sicher nicht. Ansonsten mache ich jetzt in Brandenburg weiter. Liebe Versammlung, das ist die letzte Kandidatin. Bitte beruhigt euch noch ein bisschen. Ich bin mir ganz sicher, ihr haltet das durch. So, jetzt zur nächsten Frage. Ruhe bitte uns hinsetzen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Christiane, wie stehst du zum Kontext Schuldenbremse und Austeritätspolitik? Grundsätzlich muss man erst mal fragen, oder müssten wir fragen, wo genau, auf welcher Ebene, Landesebene, nationale Ebene, Europa. Also die Schuldenbremse an sich generell nur Kürzungen halten sicherlich mehr Schwierigkeiten, als es uns bringt. Ich bin nicht im wirtschaftspolitischen Thema. Ich habe aber eine persönliche Assistentin, die ich dann mich vorbereiten lasse auf Termine, wenn ich da hingehe. Wenn ich weiß, dass solche Fragen kommen, wird Cornelia Otto mich super vorbereiten. Insofern kann ich einen kleinen Überblick geben, aber die Vorbereitung wird sicherlich nach der Recherche deutlich mehr hervorbringen. Werden mit dir im Vorstand Einstellungen für ein Personal mit dem ganzen Vorstand entschieden? Klammer auf, kein Einzelbeschluss, Klammer zu. Ja. Warum hältst du dich für kompetent? Du hast ursprünglich gesagt, du würdest nur als Notnagel kandidieren. Warum hast du deine Meinung geändert? Ja, das war so ein Prozess. Ich habe angefangen und habe gedacht, die Liste ist schrecklich. Ich schreibe mich ein und im Laufe der Zeit habe ich mich sehr damit befasst, habe auch Feedback von außen gekriegt, viele Gespräche geführt, sodass ich irgendwann gesagt habe, ja, ich mache das, ich kann das, ich werde auch gestützt. Also es hat sich ein Team eingefunden, was mich unterstützt, was ich auch für maßgeblich halte. Ohne Team könnte ich das nicht tun. Ich habe aber ein Team. Ich habe tolle Leute, die hinter mir stehen und mich sehr versiert auch unterstützen. Und deswegen wage ich das und stehe heute hier und biete euch das an. Christiane, wie viele und wie oft hast du Stammtische besucht? Am Anfang habe ich jede Woche Stammtische besucht. Ich habe dann einen eigenen gegründet, die Josephine Baker in Reinickendorf. Das hat aber zum Schluss, also als ich meine Landesvorsitzstätigkeit gehabt habe, bin ich nicht mehr so oft dahin gegangen. Ich bin alleinerziehende Mutter, ich muss meinen Unterhalt verdienen und ich habe Landesvorstandsarbeit gemacht. Das war sehr reichlich. Ich habe das so getan, wie ich es konnte und Stammtische fielen in dem Zusammenhang dann eben häufig hintenüber. Liebe Versammlung, möchtet ihr die Kandidatin weiter befragen? Ja, die gelbe Karte. Nein, die rote Karte. Das ist überwiegend negativ. Damit sind wir fertig mit den Befragungen. Danke, Christiane. Das war die letzte Kandidatin auf der Liste. Ich übergebe jetzt an die Wahlleitung und hier an meiner Stelle macht gleich Lara weiter. Dankeschön. Hallo, liebe Versammlung. Als erstes Mal, liebe Wahlhelfer, ab in die Position, geht an eure Urnen, seid bereit. Es geht in circa einer Minute los. Dies ist keine Übung. Liebe Versammlung, dies ist der erste Wahlgang. Gewählt wird der erste Vorsitzende. Nein, der Vorsitzende. Nachdem Vorhin wurde ein Geschäftsordnungsantrag angenommen, das Bewertungswahlverfahren verwendet werden soll. Dazu verwenden wir den fälschlicherweise Präferenzstimmzettel genannten Stimmzettel auf dem Bewertungsstimmzettelblock. Jeder von euch hat zwei Stimmzettelblöcke bekommen. Auf dem einen sind die üblichen Kästchen für Approval. Den lasst ihr stecken. Auf dem anderen sind Kreise und Kästchen für Bewertungswahlen. Stimmzettel Nummer eins ist blau und Michael hat euch hoffentlich vorhin schon erklärt, wie dieser auszufüllen ist. Gibt es Fragen zu dem Wahlverfahren? Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte irgendwie an ein Mikrofon, am besten hier vorne in der Mitte. Das Mikrofon müsste frei sein. Alles klar. Es geht um die Leute, die draußen so tätig sind, die fragen, wie die wählen können. Das kriegen die Bescheid oder kommen die rein oder so. Wie bei jedem Bundesparteitag werde ich zwei Urnen durch die Halle schicken. Eine für den Pressebereich, eine für das Catering. Die nächste Frage bitte. Gut, ich würde es für sinnvoll halten, wenn nochmal erklärt wird, wie der Wahlzettel zu falten ist. Ich habe es immer wieder auf Bundesparteitagen mitbekommen, dass Leute nicht hinbekommen, den Zettel einmal zu falten. Und zwar so, dass er nicht eindeutig hinter identifizierbar ist. Die Frage ist unter anderem, ob er so oder so gefaltet werden soll. Dann müsstet ihr euch entscheiden. Danke. Wir haben beim letzten Bundesparteitag in Neumarkt die Ausnahmesituation gehabt, dass wir einen parallelen Wahlgang durchgeführt haben. Denn diese Ausnahmesituation haben wir im Augenblick nicht. Das heißt, faltet den Zettel einmal, dass er ungefähr dieses Format hat, außen ganz weiß ist. Auf dem Zettel sind Nummern drauf. Das heißt, falls ihr den anderen blauen Zettel findet, werden wir das auch merken, wenn ihr mehr Stimmen abgeben wollt, als ihr dürft. Haben wir Approval Voting? Ich habe das eben nicht mitgekriegt, weil ich Rechnungsprüfer war. Nein, wir verwenden das Bewertungswahlverfahren. Bitte nochmal ganz genau erklären. Ganz genau. Gut. Du hast diesen Zettel. Da sind Zeilen von 1 bis 10. Die Kandidaten haben die Nummern 1 bis 6. Das heißt, du kannst die Zeilen 1 bis 6 nutzen. Wenn du einem Kandidaten zustimmst, benutzt du die Kreise auf der rechten Seite des Zettels. Äh, Quatsch, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Mein Fehler. Erst gucken, dann reden. Auf der linken Seite des Zettels, da wo ein Plus drüber steht. Wenn du einen Kandidaten ganz dolle magst, machst du dein Kreuz ganz links. Wenn du ihn nur ein bisschen magst, machst du dein Kreuz weiter rechts. Wenn du dich enthalten willst, was auch möglich ist, kannst du das Kreuz in der Mitte machen. Wenn du den Kandidaten nicht magst, machst du das Kreuz auf der Seite, die Minuszeichen drüber hat. Und auch umso doller du den Kandidaten nicht magst, umso weiter gehst du raus. Ich würde einmal nochmal ganz kurz die Versammlung um Ruhe bitten. Es geht um ein Wahlverfahren und die Fragen dazu. Das mag für euch alle eventuell schon langweilig sein. Die Erfahrung zeigt aber, dass es wichtig ist, dass es nochmal erklärt wird. Hört also bitte zu. Die nächste Frage bitte. Haben wir uns nicht eine Geschäftsordnung gegeben, in der es heißt, dass wir über das Wahlverfahren abstimmen, also ob wir Approval oder Bewertungswahl machen? Entschuldigung, dann habe ich es verpasst. Ja, wir haben uns eine solche Geschäftsordnung gegeben und ein Geschäftsordnungsantrag zur Durchführung der Wahl im Bewertungswahlverfahren war am Anfang der Wahl kurz vor der Kandidatenvorstellung. Die ist gerade selber der Fehler unterlaufen, deswegen würde ich dich bitten, nochmal ganz explizit darauf hinzuweisen, dass die Zahlen links mit positiv starten und rechts mit negativ enden, was so ein bisschen widernatürlich ist zu dem, was wir normalerweise gewohnt sind. Genau. Also damit hier keiner irgendwie falsch wählt. Genau. Also noch einmal der Hinweis, es ist kontraintuitiv gestaltet. Es tut mir schrecklich leid, aber die Zustimmung ist links, die Ablehnung ist rechts. Vielleicht ist es auch eine politische Aussage des Gestalters, der ich nicht war. Es war eine politische Aussage. Es war eine politische Aussage, wird mir gesagt. Rechts ist Ablehnung. Die nächste Frage bitte. Ja, klingt jetzt vielleicht auch eine dumme Frage, aber da Sie mehrere Leute um mich herum gestellt haben, hier die Frage. Die Liste, die ihr jetzt da vorne auf der Tafel im Endeffekt jetzt von mir aus gesehen links neben mir habt, ist das die Reihenfolge, der wir die Kandidaten ankreuzen sollen, ja oder nein? Die Nummern auf dieser Liste dort, die wir vorhin die Reihenfolge ausgelost haben, entsprechen den Zeilennummern, die ihr benutzen sollt. Wenn ihr andere Zeilen ankreuzt, macht ihr euren Stimmzettel ungültig. Was mache ich, wenn ich ein Kreuz an die falsche Stelle gemacht habe und das korrigieren möchte? Wenn du eine Stimmabgabe korrigieren willst, kannst du das Kreuz deutlich ausmalen, ausmalen, sodass möglichst ein einheitlicher schwarzer Knüppel entsteht und ein neues Kreuz in die Zeile setzen. Solange der Wille eindeutig erkennbar ist, ist es zulässig, sich zu korrigieren. Ich bitte noch ein weiteres Mal darum, seid leise. Ich werde das Mikrofon für Fragen wieder aufmachen, wenn eine Lautstärke herrscht, bei der dann auch alle mitbekommen, was gefragt wird und was geantwortet wird. Genau, ich sehe hier vorne auch schon Respektkarten. Seid bitte leise, wenn euch das Wahlverfahren klar ist, könnt ihr das ganze System hier verkürzen, indem ihr einfach ruhig auf eurem Platz sitzt. Geht's jetzt? Ja, eine Frage wäre, könnten bitte alle Kandidaten nochmal der Reihe nach vorne stehen, damit man das besser visualisieren kann. Dankeschön. Liebe Kandidatin, habt ihr das gehört? Könnt ihr nochmal alle nach vorne kommen und euch in der Reihenfolge, wie ihr dort an der Dings steht, aufstellen? Das wäre super. Es gibt ein paar Menschen, die eher optisch arbeiten. Ich hoffe, alle haben es mitbekommen. Die Kandidierenden werden nochmal nach vorne gebeten. Also wir üben das ja jetzt gerade mit diesem Bewertungssystem und ich habe jetzt in meinem Umfeld eine ganze Menge Leute gesehen, die auf ihrem blauen Zettel rumgekritzelt haben. Deswegen würde ich ganz gerne, dass ihr den Stimmzettel 2 verwendet, weil von den Einsamen, da kannst du die Hälfte von vergessen. Kann ich dazu kurz ein Meinungsbild haben, wer das für eine gute Idee hält? Wir haben kein Problem damit, wir haben genügend Zettel gedruckt. Okay, ihr haltet das nicht für eine gute Idee. Das ist der erste Fall, den ich höre. Tut mir leid. So, stellt ihr euch in der Reihenfolge hin, bitte, in der ihr draufsteht. Paul, Dennis, Bernd. Ja, ne, passt schon. So, reicht euch das an optischem Eindruck? Sie stehen in der Reihenfolge, wie sie auf dem Wahlzettel stehen. Gut, vielen Dank, dass ihr noch mal gekommen seid. Ja, jetzt würde ich ganz gerne weitere Fragen beantworten. Danke. So, dein Mikro. Wenn keiner der Kandidaten 50 Prozent erhält, wird denn die Wahlliste neu eröffnet? Bei einer Wiederholung der Wahl muss die Liste neu eröffnet werden. Danke. Gibt es Wahlkabinen und wenn nein, warum nicht? Mir wird gerade zugerufen, ich soll, wenn du tatsächlich geheim wählen willst, die Toilette nutzen. Es hindert dich niemand daran, den Veranstaltungsraum zu verlassen. Es sind Wahlkabinen angeliefert worden. Warum die nicht aufgebaut wurden, ist mir jetzt auch schleierhaft. Ich weiß es nicht, tut mir schrecklich leid. Ja, Christian. Habe ich das Wort, Jochen? Ja. Ich habe gerade geträumt. Und zwar, ich nehme nur den blauen Zettel, ne? Ja. Also, weil ich hatte nämlich schon gedacht, ich müsste jetzt dann für eins und zwei und drei den weißen Zettel nehmen. Und dann nehme ich für den Weiler die Eins und dann geht das da runter, ne? Oder ist das nochmal hier gemixt? Du Troll, aber ja, das ist richtig. Nein, doch, ich frage nach, ich war im Gespräch, ich hatte nur eine Stimme. Danke. Es geistert hier die Theorie rum, man dürfte nicht mehr Minus- als Plus-Stimmen quasi machen. Ich wollte nur sicherstellen, dass man in jeder Zeile sein Kreuz setzen kann, wo man will. Korrekt? Korrekt. Gut. Es muss keine Zahlenmagie entstehen. Ihr könnt jede Zeile individuell beurteilen. Ich bitte die Versammlung um Ruhe. Da sind noch Fragen. Ich bitte euch, den Respekt zu zollen, den Menschen, die Fragen haben und sie euch vortragen. Und auch der Wahlleitung, die sie geduldig beantwortet. Seid bitte ruhig. Bei der letzten Bundesversammlung hatten wir am Schluss dann den Hinweis, dass wir die Dinger so falten sollen, dass man die obersten Zeilen erkennen kann, damit die Wahlhelfer sofort sehen, ob es ein gültiger Wahlzettel ist. Es gab dann Diskussionen, man könnte Wahlzettel wiedererkennen, wenn sie unterschiedlich gefaltet sind. Haben wir das Problemchen wieder? Du hast mir vorhin nicht zugehört. Am Ende der letzten Bundesparteitages hatten wir das Problem, dass wir einen Wahlgang parallelisieren mussten. Das heißt, zwei in einem machen. Faltet die Zettel einfach in der Mitte, außen ganz weiß und schön ist es. Kannst du bitte noch mal erklären, welchen Effekt das hat, wenn man einen Kandidat oder Kandidatin gar nicht ankreuzt? Also eine Enthaltung, aber außerdem noch negativ für das Quorum oder gibt es sonst noch negative Effekte? Vielleicht machst du das nochmal deutlich. Danke. Ihr könnt euch auf zwei Wege enthalten. Entweder macht ihr das Kreuz in der Mitte, wo das E drüber steht oder ihr lasst die Zeile frei. Hat den gleichen Effekt. Es ist weiterhin eine gültige Stimmabgabe. So, ich sehe, dass keine Fragen mehr an den Mikros stehen. Liebe Versammlungsteilnehmer, die ihr schon um Urnen rumsteht, lasst das. Ich muss die jetzt sehen können und ihr seid dabei nicht hilfreich. Des Weiteren wurde mir gesagt, dass das Load Balancing zwischen Urnen am besten läuft, wenn sich keine Warteschlangen bilden, sondern einfach so lange durch den Saal spaziert, bis sie eine freie Urne findet. Und ich werde zwei Urnen losschicken und dazu werde ich mir euch wahrscheinlich die Urnen aussuchen, die die längste Schlange haben, nur um euch zu ärgern. So, Wahlhelfer, öffnet bitte die Urne, hebt sie hoch, zeigt sie dem Publikum, dass sie leer sind. Gut. Wahlhelfer-Urnen wieder runter, Deckel zu, Urnen runter und Deckel zu. Damit eröffne ich hiermit den Wahlgang zum Vorsitzenden der Piratenpartei Deutschlands. Ihr dürft Stimmen abwerfen. Musik bitte. Wir brauchen das Pult bitte wieder. Noch ein Hinweis, auf dem roten Stimmkärtchen abkreuzen, falls ihr es uns schon selbst gemerkt habt. Auf dem roten Wahlpräferenzwahl. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt das alle gehört, liebe Wahlhelfer. Jochen hat gerade noch mal angemerkt, das ist eine Präferenzwahl. Bitte kreuzt auf der Nein-Stimmkarte, das ist die rote, den Wahlgang ab. Bitte das Pult offen lassen, liebe Tontechnik. So, eine Urne, an der keine Wahlhelfer stehen, ist keine Urne, aus der ich Stimmzettel herausholen werde. Falls ihr irgendwelche Wahlzettel in Frageurnen, die dort dummerweise noch rumstehen, reinwerft, macht ihr etwas falsch. Okay, ein kurzer Info noch zum Ablauf. Während ihr jetzt gleich alle rausgeht und rauchen und Luft schnappen und etc. In der Auszählpause dieses Wahlgangs werden wir Anträge behandeln. Nur, dass ihr darüber informiert seid, diese Tagesordnungsänderung haben wir vorhin beschlossen. Könntest du das Redepult bitte machen? Danke. 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 Das Pult mal einschalten und eingeschaltet lassen. Danke. Was möchtest du? Joch von Burkohr. Bitte beim Front Office abgeben. Bitte beim Front Office. Nein, wir entscheiden nicht über den Ablauf. Weil ich gerade gefragt worden bin, es werden die Anträge X017 und PP017 und X003 und X008 in der Auszählpause so weit behandelt, wie wir kommen. Ein Hinweis an die Presse ganz kurz. Wir bitten euch nicht abzufilmen, wenn Menschen ein Kreuz auf ihrem Wahlzettel machen. Ihr könnt gerne die Uhren abfilmen. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr Leute beim Kreuz machen abfilmen wollt, fragt bitte vorher. Und wenn ihr es dann tut, nur so, dass man nicht erkennen kann, welche Person es ist. Hallo, hallo. Ja, das ist erstens ein Test für die Mikrofone und zweitens hätten wir gerne mal Jochen hier vorne an der Bühne. Es gibt hier eine dringende Frage. Lieber Wahlleiter, ich würde mir einen Sprint hier vorwünschen. Hallo, ihr seid alle sehr geschickt und klug und zum ersten Mal auf einem Parteitag. Ich breche diesen Wahlgang hier mit ab. Bitte, liebe Wahlhelfer, kommt hier vor, kippt die Stimmzettel auf die Bühne. Ende, stopfen. Wahlhelfer nach vorne. Die Wahlhelfer, liebe Wahlhelfer, bringt eure Urnen samt Inhalt an die Bühne zum Wahlleiter. Und zwar jetzt, die Wahl ist abgebrochen. Liebe Versammlung, ich bin mir sicher, der Wahlleiter wird euch gleich erklären, was los ist. Bitte bewahrt Ruhe, setzt euch hin, seid ruhig, dann hört ihr auch, was er sagen möchte. Es ist alles nicht so dramatisch. Alle Wahlhelfer, bitte mit gefüllten Urnen hier vor die Wahlzettel auf die Bühne kippen. Stimmzettel, Entschuldigung. Und komplett ausleeren die Urnen. So, während sich meine Wahlurnen wieder dorthin bewegen, wo sie herkamen, erkläre ich euch ganz kurz, warum ich diesen Wahlgang abgebrochen habe. Warte mal ganz kurz. Bitte Ruhe, ihr seid aufgeregt, es wird euch jetzt erklärt, warum das passiert ist, was gerade passiert ist. Ihr könnt das in leiser, ich weiß das. Es gibt zwei Dinge, die ihr bekommen habt, wo man Kreuze machen kann. Einmal Wahlzettel, da sollt ihr Kreuze machen. Und einmal Stimmkarten. Da kommen Kreuze drauf, wenn ihr den Zettel in die Urne werft. Wenn ihr selber Kreuze auf die Stimmkarte macht, kann der Wahlhelfer nicht sehen, ob er nicht gerade versucht, das zweite Mal abzustimmen. Dafür machen wir das. Auf die Stimmkarten machen nur Wahlhelfer Kreuze. Niemand sonst. Gut? Also, wir versuchen das noch einmal. Dieses Mal verwenden wir den Stimmzettel P02. Er ist weiß. Es ist gerade eben schief gelaufen. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sinnvoller für euch wäre, wenn ihr dem Wahlleiter dieses Mal aufmerksam zuhört. Ich entnehme diesem Applaus, dass euch das wichtig ist. Jeder, der jetzt applaudiert hat, hat also die Aufgabe, seine Nachbarn davon zu überzeugen, dass die Klappe halten, total sinnvoll ist. Und dann ist es in dieser Halle auch bitte ruhig. So, liebe Wahlhelfer, das hat vorhin auf eurer Seite schon mal ganz gut geklappt. Wiederholen lasse aber trotzdem noch einmal die Urndeckel auf, die Urnen hochheben. Hallo, Wahlhelfer. Urnen hochheben und zeigen, dass sie leer sind. Wunderbar, vielen Dank. Die Urnen wieder runter, verschließen. Und dann eröffne ich hiermit den zweiten Versuch dieses Wahlganges. Ich sehe, dass rechts an den Urnen noch ein paar Schlangen sind. Oder täuscht das? Weil links an den Urnen ist schon alles leer. Eigentlich muss ich jetzt nur noch darauf warten, dass die Urnen, die ich losgeschickt habe, wieder da sind. Dann kann ich den Wahlgang schließen. Also, wenn ihr noch wählen wollt, dann gebt euch Mühe und geht zu einer Urne in eurer Nähe. Oder, falls sie besetzt ist, zu der nächsten. Super. Ähm. Sind alle Urnen wieder da, wo sie hingehören? Insbesondere Salomon. Salomon, kannst du bitte winken? Super. Gibt es noch jemanden, der wählen will? Dann jetzt winken oder schreien oder sonst wie auf sich aufmerksam machen oder den Vordermann treten. Ich weiß es nicht. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ah, da hinten wird doch noch gewählt. Dann kommen wir zu einem Ende. Ich bekomme von hinten gehobene Daumen. Dann ist diese Wahlhandlung auch beendet. Warum winkst du? Du willst noch wählen? Ja, dann wählt noch. Ich glaube, das war zuletzt Christophers Urne, wo gewählt wurde. Ihr seid auch fertig? Ja. Die gehobenen Hände, waren die, dass noch gewählt wird oder was sollten die bedeuten? Also, nochmal ein letzter Aufruf. Wer noch wählen will, winken. Okay, dort vorne. Dann ist diese Urne auch fertig. Also, drei, zwei, eins. Ich schließe diesen Wahlgang und bitte meine Helfer auszuzählen. An alle anderen, ihr dürft beim Auszählen zugucken. Bitte nicht reinlabern, bitte nicht kommentieren. Und wer einen Wahlzettel anfasst, der kein Wahlhelfer ist, der fliegt raus. Okay, alles klar. Dann übernehme ich wieder. Wir machen das so, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Wir machen jetzt weiter mit dem Antrag X 017. Das ist der Antrag mit dem Hash 151. Ich bitte die Antragstellerinnen bzw. die Antragsteller, wer auch immer ist von euch Vortritt auf die Bühne. Genau. Ich habe noch eine Durchsage vorher. Und zwar, wer als Beisitzerin kandidieren wollte und seine Unterstützerliste noch nicht umgeschrieben hat, Möge bitte zum Front Office kommen. Und die IT bittet euch darum, private Handys oder andere Hotspots nicht als solche zu benutzen. Es gibt ein offenes WLAN, das heißt BPT 13.2 bzw. das BPT 13.2 auf 5 Gigahertz. Es wird dafür kein Passwort benötigt. Soviel dazu. Wir kommen jetzt zu X 017 und ihr dürft. Ja. Hallihallo, liebe Piraten. Wir wollen euch einen Antrag vorstellen, dessen Aussage im Endeffekt ist, dass wir an der Gründung einer europäischen Piratenpartei im Frühjahr nächsten Jahres als Gründungsmitglied teilnehmen wollen. Das Ganze ist schon ein längerer Prozess, der seit über anderthalb Jahren oder eigentlich schon viel länger läuft. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in Neumünster, da wo wir auch unseren Bufo gewählt haben, die Prag-Declaration angenommen, die sozusagen die Grundlage für diese Gründung und dass man da in Verhandlungen geht mit den anderen europäischen Piratenparteien gelegt hat. Die Paris-Declaration, die wir beim letzten BPT angenommen haben, hat das nochmal bestätigt. Und das Resultat, was wir jetzt haben, ist quasi eine Satzung und ein kurzes Programm, das Manifesto. Und auf Basis dessen, wenn wir das jetzt hier heute ratifizieren, werden wir dann auch mit einer Delegation dann eben zur Gründungsversammlung dorthin anreisen. Ich habe selber in Luxemburg eine Menge über internationale Verträge und deren Verhandlungen gelernt. Und in Luxemburg habe ich den Vertrag schon im Namen der Deutschen Piratenpartei parafiert. Das ist das neue Wort, was ich gelernt habe, mit diesem Kugelschreiber hier. Sonst bekommt man da Füllfederhalter. Wenn Piratenverträge machen, gibt es so hübsche Kugelschreiber von den Luxemburgern. Und damit habe ich sozusagen die willigende Zustimmung, glaube ich, nennt sich das, gegeben. Das heißt, ich glaube, dass die deutschen Piraten dem zustimmen können. Da stecken wie gesagt anderthalb Jahre viel Arbeit und viele Konferenzen drin. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir den annehmen können. Jetzt würde ich Martina noch mal das Wort geben. Sie haben wir nämlich beauftragt. Das hat Julia noch gemacht. Quasi mit der Prag und der Paris Declaration haben wir gesagt, das können wir nicht selber leisten. Da suchen wir uns jemanden, der kompetenter ist als wir und für die deutschen Piraten das organisiert. Und haben die Martina beauftragt, die jetzt auch noch ein bisschen was vielleicht zu den Inhalten spezifischer sagt. Ganz kurz, ich würde euch bitten, dem zuzuhören, was hier vorne passiert. Ja. Genau, ich möchte auch noch mal ein Herz dafür brechen, dass wir Mitglied in der Europäischen Piratenpartei werden. Nicht nur, weil ich selbst die Verhandlungen geführt habe, sondern auch, weil ich das für eine sehr gute Sache halte und für uns politisch ausgesprochen wichtig, gerade im anstehenden Europawahlkampf, dass wir mit den anderen Piratenparteien zusammenarbeiten und das auf einer solchen Basis auch institutionalisiert tun können. Damit bewegen wir uns auch auf Augenhöhe mit den anderen europäischen Parteien, die es ebenfalls gibt, die allerdings in einer weniger engen Zusammenarbeit zusammen sind. Der nächste Antrag wäre ja auch ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm. So was gibt es noch nicht bei den anderen europäischen Parteien. Das wäre auch bei uns ein Novum. Aber zunächst einmal der erste Schritt. Wir würden gerne eben mit den anderen Parteien zusammen in einer europäischen Piratenpartei zusammenarbeiten, haben dafür eine Art Grundsatzprogramm entwickelt mit allgemeinen Grundsätzen, was wir auch brauchen nach EU-Vorschriften und eben eine entsprechende Satzung und möchten euch bitten, das heute anzunehmen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dessen anschließen könnt. Okay. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Okay, es gibt keine Fragen. Ich würde die Menschen in dem Mittelgang bitten, da rauszugehen. Ich sehe nämlich die Pro- und Kontra-Mikrofone nicht richtig. Okay, dankeschön. Es gibt, soweit ich das sehe, keine Wortbeiträge dazu. Okay, dann stimmen wir das jetzt ab. Wer für diesen Antrag ist, das ist der X017, bitte die gelbe Karte. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Das ist einstimmig angenommen. Okay, wir kommen jetzt zum Antrag PP017. Der ist ein bisschen komplizierter, deswegen habe ich da mal was vorbereitet. Ich würde euch bitten, genau das ist der Antrag Nummer 133. Ich würde euch bitten, mir einmal kurz zuzuhören. Es wird ein bisschen komplizierter mit der Behandlung. Der Antrag ist ziemlich umfangreich. Er hat diverse Module und dazu diverse Untermodule und zu denen wieder Untermodule. Ich erkläre euch jetzt einmal, wie wir das nachher machen und ich erkläre es euch nachher nochmal. Ihr seht hier oben eine Übersicht, die das wundervolle Backoffice für uns gemacht hat. Mit 1 bzw. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Klein i sind die jeweiligen Schichten quasi, also die jeweiligen Tiefen in diesem Antrag drin. Wir werden, wenn wir nachher abstimmen, erst fragen, ob ihr den Gesamt annehmen wollt. Dann werden wir die erste Schicht abfragen, also ob ihr zum Beispiel in unserem Beispiel jetzt Modul 1 komplett mit allen Untermodulen annehmen wollt. Wenn ihr das nicht wollt, werden wir zu den Untermodulen von Modul 1 weitergehen, werden bei A fragen, werden dann nochmal bei B fragen. In unserem Beispiel, wenn ihr B ablehnt, gehen wir dann in die 1 tiefere Schicht. Und so machen wir das, bis wir den ganzen Antrag behandelt haben. Ich erkläre es euch nachher nochmal, nachher dürft ihr auch Fragen dazu stellen. Und jetzt bitte ich um die Antragsvorstellung. Gut, dann müsst ihr nochmal mit mir vorliebt nehmen. Ich hatte eben ja schon angekündigt, dass der Beitritt zur Europäischen Piratenpartei ja nur ein Baustein ist. Ebenfalls in der Prager Erklärung, die ja auch auf dem Bundesparteitag, wie Alios schon gesagt hatte, angenommen wurde, war ebenfalls gefordert worden, dass wir versuchen, mit den anderen Piratenparteien zusammen ein gemeinsames Wahlprogramm aufzustellen, das Bestandteil des jeweiligen nationalen Wahlprogramms werden soll später. Und diesen Auftrag haben wir dann nach Abschluss der Verhandlungen zur PPEU auch angenommen und noch versucht, schnellstmöglichst ein gemeinsames Programm auf die Beine zu stellen, das letzten Endes den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Piratenparteien in Europa darstellt. Dabei ist immer noch erstaunlich viel rausgekommen. Es sind natürlich leider nur Kernthemen da. Das dürfte sicherlich einige von euch enttäuschen. Aber dieses Programm ist nicht abschließend. Es ist ausdrücklich nur Bestandteil des nationalen Programms, kann entsprechend von den nationalen Parteien ergänzt werden, konkretisiert werden. Und dementsprechend wäre das hier quasi nur so eine Art Grundgerüst, auf dem gemeinsam alle europäischen Piratenparteien ihren Wahlkampf aufbauen können, gemeinsame Wahlkampagnen in ganz Europa führen können und eben schon eine gemeinsame programmatische Grundlage haben, wo sie sagen können, da sind wir uns alle einig, das wollen wir alle gemeinsam. Wir sind eine Bewegung in Europa und haben genau diese Ziele gemeinsam. Das haben wir jetzt erst in einer Arbeitsgruppe versucht zusammenzustellen. Deswegen möchte ich euch auch allen die Möglichkeit geben, nicht zu sagen, wir müssen das jetzt als Ganzes annehmen, sondern ihr habt auch die Gelegenheit zu sagen, da ist irgendwo ein Modul drin versteckt, das will sie uns unterjubeln. Nein, das wollen wir nicht. Deswegen habe ich ihn modular auch eingestellt, sodass ihr die Möglichkeit habt, eben nicht frisst oder stirbt, den gesamten Antrag anzunehmen, sondern eben auch sagen zu können, der Abschnitt zu den Patenten gefällt uns nicht oder so. Aber ich hoffe trotzdem, dass es im Ganzen die Zustimmung findet und würde mich darüber sehr freuen. Ja, mein Name ist Gregory Engels, ich bin internationaler Koordinator für die Piratenpartei Deutschland. Ich habe große Teile von den Beratungsprozessen mit begleitet und auch geleitet. Ich möchte gerne eine Info geben, dass die Piratenpartei Österreich den vorliegenden Vorschlag für ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm in ihr Wahlprogramm übernommen haben durch Liquid Feedback, der dort benutzt wird von der Parteibasis mit 96 Prozent Zustimmung. Okay, dann kommen wir zu Fragen. Fragen bitte vorne am mittleren Mikrofon. Ich sehe, ja, da ist eine Frage. Ein GO-Antrag. Ja, ich würde fragen wollen, nach einem Meinungsbild, wer sich zu dem jetzigen Zeitpunkt in der Lage sieht, den Antrag bereits abzustimmen, bevor wir das jetzt erstmal diversifizieren. Danke. Okay, wir haben einen Antrag auf ein Meinungsbild. Kannst du das eventuell für das Protokoll schriftlich vorne am Front Office dann noch abgeben? Ja. Dankeschön. Die Frage ist, wer sich in der Lage sieht, diesen Antrag jetzt abzustimmen. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das sehr deutlich positiv ist. Dann fahren wir jetzt aber weiter fort. Gibt es Pro- bzw. Kontrareden? Ich sehe keinen. Ah, eine Pro-Rede bitte. Ja, ich finde den erstmal sehr, sehr gut. Habe allerdings trotzdem noch drei Anmerkungen. Und ich bitte auch die Antragsteller, das zu notieren und eventuell in einer Folgeversion zu korrigieren. Das ist die 4.1.6. Da ist explizit von Facebook die Rede. Ich würde doch bitten, das in der Korrektur zu ändern und nicht ein Unternehmen explizit herauszustellen. Es gibt andere, die ähnliche Scheiße bauen. Im Teil 5 fehlt mir leider der 3D-Druck noch komplett. Ich weiß nicht, ob das mit den anderen Parteien einfach nicht abgestimmt ist, also anderen europäischen Piratenparteien. Und in 9.5 ist die Abkürzung KMUs. Bitte einen folgenden ausformulieren. Kleine und mittelständische Unternehmen sind vermutlich gemeint. Okay, dann bitte eine Kontrarede. Ja, hallo. So richtig Kontra ist die Rede eigentlich nicht. Ich habe einfach das Problem, dass ich hier kein Zwischenmikrofon habe. Also erstmal viele Lobfühle hier für den Antrag. Ihr habt euch da richtig Mühe gegeben. Was ich aber ein bisschen störend finde, dass diese ganzen Untermodule. Also die einzelnen Module 1 bis 10 kann ich noch nachvollziehen. Aber ich finde es ein bisschen irritierend, dass dann quasi 10.1, 10.2 noch weiter untergliedert wird. Mir ist klar, dass jeder möglichst viel davon durchkriegen will. Aber das ist dann doch schon ein bisschen sehr kompliziert, finde ich. Ich möchte euch lediglich Respekt zollen für eure Arbeit. Ich habe mir das angeschaut und ich könnte jeden Punkt davon so unterschreiben. Wenn der Vertrag von Lissabon so aussehen würde wie unser Wahlprogramm, wären wir in der EU schon ein großes Stück weiter. Deswegen meine volle Unterstützung. Gibt es weitere Pro- oder Kontrareden? Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich erkläre euch das jetzt nochmal. Ich werde euch erst fragen, ob ihr den Antrag im Gesamten annehmen wollt. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir in die Module reingehen. Ich erkläre euch jedes Mal dann einzeln, worüber wir einzeln abstimmen. Jetzt haben die Antragsteller noch ihr Abschlussstatement. Dann erzähle ich euch das nochmal und dann verfahren wir so. Ich sage nur nochmal schnell vielen Dank. Das war ein schnelles Abschlussstatement. So, wir stimmen jetzt erst über den Gesamtantrag an. Das ist ein sonstiger Antrag, der braucht 50 plus x Prozent, um angenommen zu sein. Ich wiederhole nochmal, es ist der PP017, gemeinsames Wahlprogramm der europäischen Piratenparteien für die Europawahl 2014. Dann, wenn ihr das ablehnen solltet, würden wir in die Module gehen, das erkläre ich euch dann. So, wer möchte diesem Antrag PP017 im Gesamten zustimmen, inklusive aller Module und Untermodule? Der hebe bitte jetzt die gelbe Karte. Wer diesen Antrag im Gesamten, inklusive aller Module und Untermodule ablehnen möchte, bitte die rote Karte. Dieser Antrag ist mit sehr, sehr großer Mehrheit angenommen. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Antrag X003 mit der Antragsnummer 137. Da steht leider kein Antrag, doch MCS, deren Antragsteller des Antrags X003, Wahlkampfteam, bitte auf die Bühne. Moin, hallo, kann man mich hören? Okay. Gut, ich habe den Antrag gestellt mit der Zielsetzung, dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, wer den Europawahlkampf leiten soll, wer Strategien setzen soll. Meine Überlegung war, dass das die fünf Listen Spitzenkandidaten machen sollten. Es bleibt jetzt die Frage, ob wir das jetzt diskutieren wollen oder ob wir das in Bremen machen, ob wir das in Bochum machen. Ich glaube, dieses Thema braucht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es braucht ein bisschen noch Diskussion in der Partei. Deswegen würde ich diesen Antrag zurückziehen, weil ich denke, wir können das heute hier nicht entscheiden, sondern in Bochum. Wenn wir diese Listenkandidaten wählen, dann ist der richtige Zeitpunkt. Und deswegen würde ich diesen Antrag jetzt gerne zurückziehen und wenn ihn jemand übernehmen will, dann gerne. Aber ich werde ihn für Bochum nochmal stellen. Okay, der Antrag X003 im Wahlkampfteam ist zurückgezogen, möchte den jemand übernehmen, dann bitte wildfuchtelnd Richtung Bühne laufen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Antrag und zwar das ist der X008 mit dem Antragsnummer 142. Das ist der Themenbeauftragter der Piratenpartei und Antragsteller. Steht da nicht drauf. Die Antragsteller des Antrags X008, Themenbeauftragter der Piratenpartei, bitte zur Bühne. Während der Antragsteller von X008 sich bitte an der Bühne anfindet, noch eine Durchsage für die Presse. Und zwar 20 Minuten nach Bekanntgabe des neuen Vorsitzenden oder der neuen Vorsitzenden wird eine kleine Pressekonferenz im Pressebereich im Erdgeschoss stattfinden. Die Antragstellenden von X008, das sind Thomas Küppers, Düsenberg, Stimmbürger und Klaus Sommerfeld, bitte zur Bühne. Ah, wundervoll. Düsen, ich habe gehört, du stellst den Antrag vor. Ich weiß. Dankeschön. So. Auch als Orga hat man ab und zu ein bisschen Teilhabe an dem Bundesparteitag. Es geht um das Thema Themenbeauftragten. Wir haben in diesem Antrag grundlegend auch die Frage eingebracht, was willst du mir sagen? Ach so, ich kann doch lauter reden, das ist kein Problem. Also grundlegend die Frage eingebaut, wollen wir das Konzept des Themenbeauftragten weiterführen? Das heißt, dass wir in dem Fall sagen, okay, wir verlängern die Themenbeauftragung kommissarisch von den Leuten, die das schon gemacht haben bis zum Ende des Jahres, bis der Bundesvorstand, der sich heute bildet, was Neues impliziert hat. Wir hatten jetzt zum 31.10. sind pauschal alle Beauftragungen ausgelaufen und das hatte dann zur Folge, dass wir dann auf einmal nach der Bundestagswahl ohne Kandidaten, die entsprechend thematisch verknüpft waren, da standen und ohne Themenbeauftragten. Das heißt, einige Themen waren dann ein bisschen verwaist. Es gab dann nämlich auch die Diskussion, ja, plötzlich will jetzt jeder für alles eine Themenbeauftragung haben. Diese Diskussion habe ich nicht verstanden aus dem einfachen Grunde. Sebastian Nerz hatte einen Programmantrag eingebracht, der das Wahlprogramm exakt strukturiert hat. Und aufgrund dieser Strukturierung wurden auch die Themen entsprechend mit Beauftragten, wenn es jemand dafür gegeben hat, verknüpft. Und das führte zu Diskussionen, die letztendlich zu keiner Kommunikation zum Bundesvorstand geführt hat, was ich persönlich sehr schade fand. Und diese Idee ist dann leider verloren gegangen. Also das heißt, wenn ihr euch diesen Antrag jetzt anschaut, entscheidet ihr auch mit, okay, Themenbeauftragte, so wie es teilweise gemacht wurde, organisieren ein Thema innerparteilich und bilden eine Schnittstelle über Kandidaten, über die Vorstände zu ihren Themenschwerpunkten. Das beinhaltet der Antrag, der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr jetzt Fragen dazu habt, dann fragt, dann muss ich nicht so viel ausführen. Dankeschön. Ja, ja, das reicht. Alles klar. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Es ist ein unglaublich leeres Mikrofon zu sehen. Gibt es Pro- oder Kontra-Rede zu diesem Antrag? Wenn ja, stellt euch bitte an die Rede, also an die Mikrofone. Ich sehe ja eine Pro-Rede. Soll ich? Ja, ich bin Anne, ich bin die Themenbeauftragte für Asyl und Migration und ich würde für diesen Antrag werben, zumindest bis wir dort ein neues Konzept haben, weil wie Johannes schon ausgeführt hat, gab es die Situation, dass gerade kurz nach dem Bundestagswahlkampf diese Themen so ein bisschen verwaist waren. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn die Themenbeauftragten zusammen mit den AGs und mit dem Bundesvorstand sich auf ein neues Konzept einigen kann oder gucken kann, ob es so weitergeführt werden kann und wir zumindest bis dahin diese Schnittstellen noch erhalten. Weil ich glaube, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich würde damit auch gerne noch weitermachen, bis wir da was Neues haben. Dank Contra, bitte. Ich möchte nur eine Kleinigkeit korrigieren, dass Probleme entstanden nicht zu dem Zeitpunkt, als ich an der Struktur des Wahlprogrammes orientiert wurde für Themenbeauftragten, sondern als da angefangen wurde, zum Beispiel Themenbeauftragte für Unterthemen zu beantragen, zu argumentieren, dass zum Beispiel BGE kein Teil von Sozialpolitik ist oder Ähnliches. Das war ein Punkt, wo Themenbeauftragungen drohten, auseinanderzulaufen. Und das Zweite, was für mich ein wichtigerer Punkt ist, zu sagen, wir müssen das Konzept der Themenbeauftragungen ein Stück weit neu regeln, ist, dass sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber herrschen, was ein Themenbeauftragter eigentlich machen sollte. Und ohne diese Probleme gelöst zu haben, jetzt einfach zu sagen, wir verlängern das mal, das halte ich für falsch. Da hatte ich es sinnvoller zu sagen, wir regeln die Themenbeauftragten neu. Wir können dann gerne, oder der neue Bundesvorstand kann sich ja gerne darin orientieren, was lief gut, was lief schlecht, welche Themenbeauftragten haben gut gearbeitet. Aber jetzt einfach pauschal nicht zu verlängern, sondern neu zu beauftragen, dem Bundesvorstand da reinzureden und die Probleme, die man bisher hatte, einfach vorzuschreiben. Das halte ich für einen Fehler. Danke. Okay. Bevor ich jetzt die nächste Pro-Rede aufrufe, die Akustik in diesem Saal, das wissen wir, ist nicht so optimal, es heilt sehr. Was das Ganze noch schwieriger macht zu verstehen, ist, wenn ihr laut seid. Ich würde euch also bitten, ein bisschen leiser zu sein, in der Hoffnung, dass ihr dann trotzdem versteht, was ist. Bitte die nächste Pro-Rede. Ja, ich würde den Antrag unterstützen. Das widerspricht ja nicht dem, was Sebastian Nerz gerade ausgeführt hat. Das eine kann man mit dem anderen ja verbinden. Ich gehe davon aus, dass die in den Modulen aufgeführten Themenbereiche keine abschließenden Themenbereiche sind, weil sowas wie Innen- und Recht oder Bauen- und Verkehrsinfrastruktur noch fehlt. Eine kurze Orga-Durchsage. Jochen möge sich bitte schleunigst zu seinem Team begeben. Am besten zu Daniela, die springt hier im Mittelgang rum. Die nächste Kontra-Rede, bitte. Also ich halte die Festlegung in den Modulen 4 und 5 insbesondere, also der ganz konkreten Themen für diesen Antrag, nicht für gut. Denn dann nehmen wir dem Bundesvorstand sehr viel vorweg. Ich halte es für schwierig, diese Liste irgendwie jetzt so zu vergeben. Auch wenn wir das 6 annehmen und sagen, die ist nicht abschließend, haben wir immer noch festgelegt, dass es so viele einzelne Themenbeauftragte geben sollte. Deswegen möchte ich bitten, die Module 4, 5 und 6 so sein zu lassen. Denn sonst kann man, glaube ich, nicht gut darauf reagieren. Also weder darauf, wie nachher unser Programm aussieht, was nachher eigentlich drin steht, noch darauf, was sich so ergibt und welche Themen eigentlich notwendig sind und welche Themen man vielleicht ganz gut zusammenfassen könnte. Deswegen bitte, wenn wir das wollen, lassen wir es bei den Modulen 1 und 2 vielleicht noch 3. Danke. Okay, wir haben einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Ich würde gerne von der Versammlung wissen, ob ihr euch vorstellen könnt, diesen Antrag als Ganzes anzunehmen. Okay, das Meinungsbild für alle, die es nicht verstanden haben. Wer kann sich vorstellen, diesen Antrag im Gesamten anzunehmen? Bitte mit gelb, wer nicht, bitte mit rot. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Durchwachsen aber leicht positiv ist bei mäßig bis schleppender Beteiligung. Was heißt, so ein gemeinsamer GO? Die nächste Pro Rede bitte. Also ich unterstütze den Antrag schon, aber ich finde, dass die Auflistung der Themen leider ein wenig an der Wirklichkeit vorbeigehen. Bei den meisten natürlich nicht, aber ein wichtiges Themenfeld ist völlig unbesetzt. Das ist Infrastruktur, Verkehr, Bauen und Wohnen. Das sind zentrale Elemente eines sozialen Zusammenseins. Ich bitte, das auch zu überdenken und diese Sachen mit aufzunehmen. Kontra? Ja, ich bitte euch, diesen Antrag abzulehnen. Wir haben die AGs, wir haben die Scots, wir haben die Crews. Wir haben also eine gute Infrastruktur, um was zu entwickeln. Wir haben mit Liquid und anderen Möglichkeiten gute Möglichkeiten, das abzustimmen. Ich denke, wir sollen die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen und nicht immer wieder mit Beauftragungen und Ähnlichem einfach nur eine neue Struktur drüber stülpen. Pro bitte. Also ich bin die ehemalige Themenbeauftragte für den Bereich Landwirtschaft und ich bitte euch sehr, diesen Antrag anzunehmen. Wir haben uns da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Wir sind vorgestellt worden bei der Presse, Anfang des Wahlkampfs. Wir haben viele Kontakte geknüpft und wir sind mittendrin in den Themen. Und das wäre schon wirklich sehr, sehr schade, wenn wir das wieder aufgeben und einstellen müssten. Kontra? Also ich finde, dieser Antrag wäre so, wie er ist, abzulehnen. Denn es birgt die Gefahr, dass sich Leute einschleichen in Beauftragungen, insbesondere welche, die sammeln Aufträge, Beauftragungen und setzen sich dann über die Köpfe der Basis hinweg. Und ich habe Erfahrung, jemand, bei dem ich nationalistische Empfindungen habe, wird beauftragt für die Europäische Piratenpartei, uns zu vertreten. Das finde ich schier unmöglich. Und es muss die Möglichkeit geben, dass wenn jemand beauftragt ist, dass er auch die Beauftragung zurückgibt, dass er die auch weggenommen kriegt. Nicht, dass er dann über die Köpfe der Piraten steht. Pro bitte. Piraten, wir brauchen Kümmerer für unsere Themen. Wir brauchen Kümmerer für unsere Kernthemen. Wir brauchen Kümmerer für die anderen Themen. Und deshalb bitte ich euch, dass ihr diesen Antrag unterstützt. Gerade von Seiten der AGs, in denen ich sehr aktiv tätig bin, ist dieses Konzept befürwortet worden. Und insbesondere ist es ja nicht so, dass ein Themenbeauftragter seine eigene Agenda vertritt, sondern dass er die Meinung der Piraten nach außen transportieren will. Dankeschön. Contra. Ich bin nicht generell dagegen, dass man Einzelpersonen beauftragt. Aber wir haben ein paar Themen, bei denen es wirklich sehr kontrovers zugeht. Zum Beispiel bei der Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Und da fände ich es ganz schwierig, wenn man sozusagen die Beauftragung einer Person gibt, die eine dieser Fraktionen letztendlich vertritt. Und dann kommt diese eine Meinung immer in die Presse und die andere wird absolut totgeschwiegen. Das heißt, bei solchen Themen bräuchten wir mindestens zwei Beauftragte, die diese Fraktionen auch letztendlich in irgendeiner Form repräsentieren. Und das sehe ich, wenn wir einfach nur verlängern, nicht. Ich glaube, da brauchen wir eine Neuaufstellung. Okay, wir haben jetzt fünf Pro- und fünf Contra-Redebeiträge gehört. Deswegen frage ich euch, findet ihr, dass es eine ausreichende Besprechung dieses Antrags war? Dann bitte mit gelb. Wenn ihr findet, dass wir weitere Fragen und Pro-Contra-Beiträge hören wollen, bitte mit rot. Ihr sprecht euch klar dafür aus, dass wir die Aussprache beenden. Damit hat Düsenberg jetzt sein Abschlussstatement. Ja, genau da. Tobias, komm mal bitte zu mir. Das gehörte jetzt nicht dazu. Ich möchte drei Dinge anmerken. Sebastian sagte, man hätte dem da irgendwie jetzt was vorbauen müssen. Was mich an dieser Aktion seinerzeit, an dem Antrag von dem Bufo, massiv gestört hat, war, dass obwohl wir im Vorfeld versucht haben, ein Prozedere zu finden, wie es weitergeht, und ohne dass mit einem einzigen Themenbeauftragten über diese vorgebliche Notwendigkeit gesprochen wurde, plötzlich ein solcher Beschluss gefasst worden ist, der noch mit einem relativ kurzen Vorlauf da plötzlich Tatsachen geschafft hat. Das hat dazu geführt, dass gute Leute, die thematisch gut vernetzt waren, gesagt haben, okay, also ich habe keine Lust mehr auf so strukturelle Nickeligkeiten, ich lasse es sein. Und das fand ich persönlich sehr, sehr schade. Der nächste Punkt ist, es wurde eben gesagt, Themenbeauftragte würden die Freiheit der Squads und AGs beschneiden. Ein guter Themenbeauftragter ist in der Lage, ein Thema zu initiieren, zu moderieren, das auch am Leben zu erhalten und entsprechend ausgleichend zu sorgen. Und viele AGs erinnern mich persönlich manchmal an die Volksfront von Judäa oder die judäische Volksfront, was dann zur Folge hat, dass wir bestimmte Punkte gar nicht mehr weiterbekommen haben. So, und dann das Nächste ist, unsere personellen Ressourcen, also auch thematisch und vor allem thematisch, werden immer dünner. Wir erleben, dass viele motivierte Piraten auf einmal sagen, okay, das wird mir jetzt zu viel, ich möchte einfach nur kontinuierlich und strukturiert arbeiten können, mir fehlt der Ansatz. Und das verbrauchen wir mit genau solchen unnötigen Aktionen, dass wir etwas machen, Leute motivieren, begeistern, dazu bringen, sich in ihrem Thema zu organisieren und dann stellt man den Stuhl vor die Tür. Das kann nicht sein. Bitte stimmt für diesen Antrag. Vielen Dank. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt über die Abstimmung über den gesamten Anklag, inklusive aller Module. Wer dafür ist, den Antrag X008, Themenbeauftragte der Piratenpartei, im Gesamten inklusive aller Module anzunehmen, bitte die gelbe Karte. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Dieser Antrag ist angenommen im Gesamten. Ich unterbreche die Versammlung aus organisatorischen Gründen für zehn Minuten. Es geht also weiter um 16.20 Uhr. Während dieser Unterbrechung noch ein paar Durchsagen. Wir haben diverse Gewinne und zwar einmal die Nummer 48723. Wir haben Akkreditierungsunterlagen von dir. Dann die 47787. Wir haben Stimmkarten von dir. Die 48192, den Präferenzbestimmzettel. Die 48521, die Nein-Karte, genauso wie die 47848, die Nein-Karte. Und die 47848 hat auch ihre Ja-Karte da irgendwo verloren. Hier könnte ich euch beim Frontoffice abholen. Okay, ich eröffne in einer Minute wieder. Kann jemand rauslaufen und den Leuten draußen Bescheid sagen? Der Michael Kittlaus möge bitte wieder an seinen Arbeitsplatz kommen. Wir brauchen dich. Okay, bitte kommt wieder zur Ruhe. Ich eröffne die Sitzung wieder. und fange gleich mal mit einer Durchsage an. Und zwar Björn Willenberg und Markus Gerstl mögen mal bitte zum Frontoffice kommen. Und eine zweite Durchsage. Heute Morgen wurde Streaming Equipment im Wert von ungefähr 1000 Euro gestohlen. Hier in der Halle. Der Eigentümer ist Parteimitglied. Und deswegen greift die Versicherung leider nicht. Es wäre total großartig, wenn wir diesem Menschen, dem dieses Streaming Equipment, was er hier benutzen wollte, geklaut worden ist, irgendwie helfen könnten. Es gibt dafür eine Spendenbüchse, die steht bei der Akkreditierung. Und jetzt übergebe ich die Versammlungsleitung an Julia. So. Wir haben jetzt folgende Situation. Die Wahlleitung braucht noch ein bisschen Zeit, um auszuzählen. Wir können diese Zeit sinnvoll nutzen, indem wir jetzt Satzungsänderungsanträge machen, die auf jeden Fall vor der Wahl des Schiedsgerichts gemacht werden müssen, weil sie sich unter anderem mit der Zusammensetzung des Schiedsgerichts beschäftigen. Das heißt, die Versammlungsleitung stellt jetzt den Antrag auf Änderung der Tagesordnung, den Block Schiedsgerichtsordnungsänderungsanträge wieder vorzuziehen und an dieser Stelle zu behandeln. Wenn ihr damit einverstanden seid, hebt bitte die gelbe Karte, ansonsten hebt bitte die rote Karte. Dankeschön. Damit ist die Tagesordnung geändert. Das ist jetzt wieder ein etwas komplizierteres Prozedere mit konkurrierenden Anträgen. Ich werde das jetzt kurz erklären. Es gibt zunächst mal den Satzungsänderungsantrag 002. Der ist von Markus Gerstl und ist sehr umfangreich. Im Prinzip eine neue Schiedsgerichtsordnung. Und es gibt dazu konkurrierende Satzungsänderungsanträge. Satzungsänderungsantrag 19, 21 und noch einige weitere, die allesamt mit dem Satzungsänderungsantrag 002 von Markus Gerstl konkurrieren, allerdings nicht miteinander. Wir werden jetzt folgendermaßen vorgehen. Das ist mit den beiden Antragstellern auch so abgesprochen, dass zunächst mal Markus den Satzungsänderungsantrag 002 vorstellen wird und Björn eine kurze gesammelte Vorstellung seiner Anträge gibt. Das sind die Anträge Satzungsänderungsantrag 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 und 31. Nachdem der Antrag 02 und die andere Antragsgruppe, die damit konkurriert, vorgestellt wurden, gibt es darüber erstmal eine kurze Aussprache und wir stimmen dann ab, welcher behandelt werden soll. Entweder nur der 002 oder die dazu Konkurrierenden. Und wenn die Konkurrierenden ausgewählt wurden, dann werden die der Reihe nach durchgegangen. Ich hoffe, das ist so verständlich gewesen. Ich übergebe dann das Wort an den ersten Antragsteller, Markus Gerstl, für den Satzungsänderungsantrag 002. Ich habe leider gerade die Ticketnummer noch nicht vorliegen. Wenn die mir hochgegeben werden könnte, wäre das prima. Bitteschön. Dankeschön. Zunächst darf ich dich kurz korrigieren. Der Satzungsänderungsantrag ist gerade keine neue Schiedsgerichtsordnung. Denn die Schiedsgerichtsordnung hat im letzten Jahr ganz gut funktioniert. Also für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin im Bundesschiedsgericht, war jetzt im letzten Jahr der Vorsitzende Richter. Wir konnten ganz gut arbeiten. Entschuldigung. Wir konnten ganz gut arbeiten im letzten Jahr. Es ergab sich aber an ein paar Stellen die Notwendigkeit für kleinere Änderungen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das Bundesstaatsgericht im letzten Jahr über 70 Anrufungen hatte, die wir auch abgearbeitet haben. Es sind immer noch über zehn Verfahren offen. Das bedeutet, bei 70 Verfahren auf etwa eineinhalb Jahre kann man sich ausrechnen, wie viele Verfahren wir pro Woche so abhandeln müssen. Wir wollen natürlich jedes Verfahren gründlich abhandeln. Aber es ist auch eine Zeitfrage. Die Schiedsgerichtsordnung in ihrer aktuellen Form gibt uns sehr viel Adminarbeit vor. Darf ich mal Ruhe bitten? Ich bitte euch nochmal um Ruhe. Wenn euch das Thema nicht besonders interessiert und ihr euch unterhalten möchtet, seid bitte so respektvoll und tut das draußen. Ansonsten seid bitte ruhig. Dankeschön. Dankeschön. Es geht am Ende darum, ob ihr das Schiedsgericht auf Basis ausbrennen von Richtern betreiben wollt oder ob wir uns lieber weniger mit Adminfu beschäftigen und mehr mit den eigentlichen Verfahren. Die Schiedsgerichtsordnung, die Änderungen, die wir vorschlagen, sind einerseits ein paar Klärungen in Sachen, wann ist ein Schiedsrichter befangen und wann ist er nicht befangen und wie funktioniert der Ablauf. Es geht darum, wann sind Verfahren öffentlich und nicht öffentlich. Wenn Landesschiedsgerichte handlungsunfähig sind, dann würden Verfahren aktuell direkt ans Bundesschiedsgericht gehen. Finden wir nicht so gut. Wir würden es gerne an ein anderes Landesschiedsgericht verweisen. Damit gibt es dann auch immer die zwei Instanzen. Wir haben noch ein bisschen andere Sachen über Administratives. Wie lange müssen Akten aufbewahrt werden? Was ist hier wichtig? Was ist dort wichtig? Müssen wir alle Verfahren zwingend mündlich machen? Eine mündliche Verhandlung braucht sehr viel Zeit. Wir würden es gerne standardmäßig schriftlich machen. Habe ich noch irgendwas Relevantes vergessen? Ach ja, es gibt dann noch die Idee eines Zweikammersystems. Das bedeutet, wir machen in dem Schiedsgericht statt fünf Leute, die sich mit allen Verfahren befassen müssen, nehmen wir sechs Leute und jeweils in dreier Gruppen verhandeln die die Fälle quasi parallel ab. Das bedeutet, das muss sich nicht mehr jeder mit jedem Fall auseinandersetzen. Es ist aus unserer Sicht eine praktische Idee, wie man die Arbeitslast generell einfach reduzieren kann. Ich denke, das war es von unserer Seite. Hier oben ist es gerade wirklich unerträglich laut, wenn ihr euch unterhaltet. Das macht es für uns sehr schwierig. Also bitte, wenn ihr euch unterhalten wollt, geht nach draußen. Das war die Vorstellung des Satzungsänderungsantrags 002. Und jetzt wird Björn erst mal gemeinsam die Satzungsänderungsanträge, die dazu konkurrieren, vorstellen. Bitte schön. Ja, hallo. Die Anträge zur Änderung der Schiedsgerichtsordnung von mir sind entstanden im niedersächsischen Landesschiedsgericht. Wir sind der Auffassung, dass wir in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen gemacht haben mit großen Änderungsanträgen, die viele Dinge auf einmal ändern. Und deswegen haben wir mehrere kleine Änderungen eingereicht. Gut, danke schön. Bevor wir jetzt zur Stichwahl kommen, ob wir den Satzungsänderungsantrag 002 oder die dazu konkurrierenden behandeln, gibt es erst mal die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen oder Pro- und Kontrabeiträge dazu. Ich sehe, es gibt keine Verständnisfragen. Wenn jemand sich dazu äußern möchte, zu den Antragen, kommt jetzt bitte zu den Pro- und Kontra-Mikrofonen. Ich sehe niemanden, der sich gut sichtbar zu den Mikrofonen begibt. Ah, doch, da winkt jemand. Am Kontra-Mikrofon haben wir jetzt einen Redebeitrag. Nur eine kurze Anregung. Ich würde ganz gerne haben, dass die Anträge an die Wand geschmissen werden, sonst ist es schwierig abzustimmen. Also eine Aufstellung aller Anträge, die mit dem Satzungsänderungsantrag 002 konkurrieren. Auf dem BIMA wäre ganz toll. Ich lese noch mal die Antragsnummern vor. Das betrifft die Satzungsänderungsanträge 19, 21, 23, 24, 26 bis 29 und 31. Gut, mir wurde gesagt, das ist in Arbeit und wir stimmen dann erst ab, wenn die auch da sind. Bis dahin gibt es die Möglichkeit, sich noch zu den Anträgen zu äußern. Wir haben einen Redebeitrag am Pro-Mikrofon. Bitteschön. Ja, ich möchte euch alle bitten, einfach dem 002 zuzustimmen. Wir haben jetzt wirklich da ein Jahr Arbeit reingesteckt. Vor allem, er ist leider nicht hier, hat Markus Komper sehr viel dafür getan und dafür danke ich ihm. Wir wollen eine Schiedsgerichtssatzung haben, die in sich konsistent ist und das ist dieser Ansatz, mit dem wir dann wirklich gut und im Interesse und für die Partei und für den Frieden in der Partei arbeiten können. Also bitte, das stimmt für den Gesamtantrag. Danke. Danke. So, wir haben jetzt hier die konkurrierenden Anträge auf dem BIMA. Den Satzungsänderungsantrag 11 oben könnt ihr ignorieren, der wird davon unabhängig behandelt. Jetzt konkurrierend sind Satzungsänderungsantrag 002 mit all den anderen, die da drunter aufgeführt werden. Die konkurrieren mit Satzungsänderungsantrag 002, aber nicht untereinander. Wir machen jetzt erst mal eine Stichwahl, ob ihr den Satzungsänderungsantrag 002 behandeln wollt oder die damit konkurrierenden Anträge. Wenn ihr den Satzungsänderungsantrag 002 behandeln wollt, hebt bitte die gelbe Karte, andernfalls die rote Karte. Dankeschön. Das ist eine Mehrheit für den Satzungsänderungsantrag 002. Gut vorgestellt wurde der Antrag schon. Gibt es dazu jetzt noch mal Pro- oder Kontra-Redebeiträge? Wenn ja, begebt euch bitte gut sichtbar zum Mikro. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag 002. Alle Jahre wieder Schiedsgerichtsordnung. Mit der Ticketnummer 66. Der erfordert eine Zweidrittelmehrheit. Wenn ihr für diesen Antrag seid, hebt bitte die gelbe Karte, ansonsten die rote. Dankeschön. Der Antrag ist angenommen. Dann kommen wir jetzt als nächstes zum Satzungsänderungsantrag 001. Der ist nicht konkurrierend gewesen, auch von Markus Gerstl. Das ist die Ticketnummer 73. Der Antrag heißt Amtszeitsverlängerung für Schiedsgerichte. Bitte schön. Diesen Antrag habe ich aus dem Sammelantrag rausgenommen, weil ich weiß, dass der eher kontrovers sein wird. Der Punkt hier ist, die Bundesschiedsgerichtsordnung gilt auch für alle Landesverbände, also für alle Schiedsgerichte in der Partei und schreibt momentan vor, dass wir jährlich die Schiedsgerichte neu wählen. Die Landesverbände haben nicht die Freiheit, davon abzuweichen. Was ich in dem Antrag, in dem 0011 gerne machen würde, ist, die Amtszeit standardmäßig auf zwei Jahre zu verlängern und den Landesverbänden die Möglichkeit geben, davon abzuweichen. Eine Standardamtszeit von zwei Jahren bedeutet nicht, dass Schiedsgerichte immer für zwei Jahre im Amt sind, weil der Vorstand jederzeit auch die Möglichkeit hat, früher neu zu wählen. Also es ist eine Maximalamtszeit. Wenn ihr also in eurem Landesverband drüber nachdenkt, vielleicht nur in jedem zweiten Jahr neue Schiedsgerichte wählen zu wollen, weil ihr es nicht auf jedem Parteitag machen wollt, dann ist das der Antrag für euch. Ich muss euch nochmal um Ruhe bitten. Wenn euch das Thema nicht interessiert, unterhaltet euch draußen. Das ist aber für unsere innerparteiliche Arbeit sehr, sehr wichtig. Gibt es zu dem Satzungsänderungsantrag 011 Amtszeitsverlängerung der Schiedsgerichte Fragen oder Redebeiträge? Wenn ja, dann begebt euch bitte gut sichtbar zu den Mikrofonen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ah doch, da ist einer. Am Pro-Mikrofon, du hast das Wort. Ich bin der Vorsitzende des Bayerischen Landes Schiedsgerichts und Jurist. Und ich muss sagen, selbst als Jurist ist es relativ komplex, sich in die Arbeit eines Schiedsgerichts einzuarbeiten. Von daher ist die Amtszeit von einem Jahr wirklich sehr begrenzt. Ich denke, dass es für Nicht-Juristen in noch höherem Maße der Fall ist. Die zwei Jahre sind ja nicht zwingend, sondern fakultativ. Aus diesem Grund würde ich diesem Antrag auf jeden Fall zustimmen. Dankeschön. Gibt es weitere Redebeiträge? Das sieht nicht so aus. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag 011 Amtszeitsverlängerung für Schiedsgerichte. Der braucht eine Zweidrittelmehrheit. Bitte hebt eure Stimmkarten. Der Antrag ist mit großer Mehrheit angenommen. Dann kommen wir zum Satzungsänderungsantrag 030 030. Der ist auch von Björn, allerdings nicht konkurrierend zum 002. Bitte schön. Ja, hallo. Ich lese den Antrag erst mal vor. Wir möchten gerne in § 9 Absatz 3 der Schiedsgerichtsordnung ergänzen. Ist ein Vorstandsmitglied oder der Vorstand selbst Verfahrensbeteiligter, so bestimmt das Gericht den Vertreter der Mitgliederversammlung. Die Versammlung kann durch Beschluss einen anderen Vertreter bestimmen. Also im Moment ist es so, dass der Vorstand einen Vertreter der Mitgliederversammlung bestimmt. Im Fall, dass der Vorstand selber auch Verfahrensbeteiligter ist und gegen die Mitgliederversammlung steht, herrscht da klar ein Interessenkonflikt und durch diesen Antrag machen wir da eine bessere Lösung. Und die Mitgliederversammlung kann dann selber auch nachträglich noch den Vertreter ändern, wenn sie das möchte. Aber erst mal ist der Interessenkonflikt aufgelöst und die Versammlung hat dann einen Vertreter. Das stand auch schon mal in der vorigen Schiedsgerichtsordnung, so drin, ist aber beim letzten Mal rausgefallen. Gut, danke schön. Bitte bleibt weiterhin ruhig. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr spannend. Gibt es Verständnisfragen oder Redebeiträge zum Satzungsänderungsantrag 030? Ich sehe, da gibt es eine Verständnisfrage. Bitte schön. Ja, doch. Also meine Verständnisfrage geht dahin, du sagst, die Versammlung kann durch Beschluss einen anderen Vertreter bestimmen. Das heißt, da müsste man aber extra wieder eine Versammlung einberufen und das haben wir dann Vorstand gegen Versammlung, wo der Vorstand diese Versammlung einberufen müsste. Das ist für mich noch nicht ganz durchsichtig, wie du das meinst. Also es ist so, auf Bundesebene wird das wahrscheinlich sowieso zum Beispiel sehr schwierig werden. Es ginge dann eher so um Kreisparteitage oder Kreisversammlungen. Wir hatten den Fall in Oldenburg. Da war ein Vorstand, der einen Beschluss einer Mitgliederversammlung nicht umsetzen wollte. Und da haben wir dann als Schiedsgericht gesagt, okay, hier, ihr müsst einen Vertreter bestimmen, aber nehmt doch mal bitte den da. Das ging auch irgendwie, aber schön ist es eigentlich nicht. Und dieser Interessenkonflikt kann dadurch gleich von vornherein gelöst werden und ist wahrscheinlich dann besser. als dass der Vorstand den Vertreter bestimmt. Die nächste Verständnisfrage, bitte. Deine Intention verstehe ich zwar. Allerdings weiß ich noch nicht, wie du einen Konflikt auflösen willst. Das Schiedsgericht hat ja neutral zu sein. Die Bestellung eines Vertreters einer Streitpartei ist per se parteilich. Die Entscheidung über den Vertreter bestimmt darüber, wie gut der Vertreter Interessen wahrnehmen kann und wie er dann diese Partei vor Gericht vertritt. Warum ziehst du ausgerechnet dann das entscheidende Schiedsgericht da rein, diese Entscheidung zu treffen für eine der Streitparteien? Als Gericht würde ich dann jemanden suchen, der genau die andere Seite vertritt. Also in dem einen Beispielfall, den wir hatten, haben wir dann halt gesagt, es ging da um einen Beschluss und da haben wir dann den Antragsteller vorgeschlagen, dass der dann die Vertreterversammlung an der Stelle vertreten soll, weil der Beschluss dann auch angenommen wurde. Macht es dann Sinn, jemanden zu nehmen, der auch für diesen Beschluss ist? Ja, nochmal, Entschuldigung, du hast meine Frage nicht beantwortet. Warum soll ausgerechnet das neutrale Schiedsgericht eine letztlich parteiliche Entscheidung zugunsten oder gegen eine einzelne Partei treffen und sich dadurch selbst gefährden, seine Neutralität zu verlieren, allein durch diese Entscheidung? Ich glaube, dass es besser ist, wenn das Gericht diese Entscheidung trifft, als wenn es genau auch die andere Seite trifft. Also wenn ich mir meinen Gegner quasi aussuchen kann, ist das ja noch schlechter. Ich möchte noch mal daran erinnern, bitte bei Verständnisfragen, Fragen zum Verständnis zu stellen und nicht Bewertungen des Antrags. Die nächste Verständnisfrage, bitte. Damit ich den Komplex besser verstehe, kannst du auch noch mal sagen oder weißt du noch die Gründe, warum dieser Punkt aus der Schiedsgerichtsordnung, der ja schon mal drin war, wieder rausgefallen ist? Ja, das kann ich dir erklären. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, einfach eine neue Schiedsgerichtsordnung und da wurde es wahrscheinlich einfach übersehen, dieser Fall. Gut, danke schön, dann sehe ich, es gibt aktuell keine weiteren Verständnisfragen, es steht auch aktuell niemand am Pro-Mikro, deshalb fangen wir mit Kontra-Rede-Beiträgen an, bitte schön. Also ich finde das ebenfalls kritisch, dass das ansonsten neutrale Schiedsgericht jetzt eine der beiden Parteien bestimmen muss. Das Schiedsgericht hat aktuell eine Amtsaufklärungspflicht, wenn man so will, also sprich, es muss von sich aus auch schon nachforschen. Dem Schiedsgericht jetzt zuzumuten, eine der beiden Parteien zu besetzen, halte ich etwas für weitgegriffen. Es gibt weiterhin keinen Pro-Rede-Beitrag, also den nächsten Kontra-Rede-Beitrag, bitte. Ja, also das kann man nur ablehnen. Das ist ganz einfach, das Schiedsgericht wird hier zur Partei, das ist überhaupt nicht mit den Pflichten eines Schiedsgerichts vereinbart, danke. Gibt es weitere Rede-Beiträge? Da ist noch einer, den nächsten Kontra-Rede-Beitrag, bitte. Ich würde auch darum bitten, den abzulehnen, gerade wenn man selbst als Mitglied des Vorstands oder Vorstands selbst Beklagter ist oder Verfahrensteilnehmer ist, sollte man ja wohl die eigene Position vertreten. Gibt es weitere Rede-Beiträge? Dann begebt euch bitte gut sichtbar in Richtung des Mikrofons. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über Satzungsänderungsantrag 030 Beseitigung Oh! Wir haben noch ein Abschlussstatement vom Antragsteller. Gerade zu dem letzten Dagegenbeitrag möchte ich noch was anmerken. Es geht eben gerade darum, dass der Vorstand gegen eine Mitgliederversammlung ist und der soll eben gerade nicht seinen eigenen Gegner festlegen, sondern das soll das Gericht dann bitte machen. Danke. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über Satzungsänderungsantrag 030 Beseitigung von Interessenkonflikten bei der Vertretung von beklagten Vorständen. Dieser Antrag erfordert eine Zweidrittelmehrheit. Wenn ihr dafür seid, hebt bitte die gelbe Ja-Karte und ansonsten die rote Nein-Karte. Der Antrag ist abgelehnt. Dann kommen wir zu dem letzten Antrag aus diesem Block, dem sonstigen Antrag X005. Der hat die Ticketnummer 138. Das ist der Antrag von Markus Gerstl, ein Kammersystem für das Bundesschiedsgericht. Ich bitte den Antragsteller zum Mikro, um den Antrag vorzustellen. Danke, dass ihr die Schiedsgerichtsordnung geändert habt. Um diese Idee mit dem Kammersystem zu verwirklichen, ich habe es ja gerade erwähnt, brauchen wir zweimal drei Richter. Das sind sechs, standardmäßig wählen wir fünf. Wir dürfen auch schon mehr wählen, aber um das Kammersystem zu bekommen, sollten wir sechs Leute wählen. Deswegen der Antrag, wir wählen morgen sechs Leute. Gibt es zu diesem Antrag Verständnisfragen oder Redebeiträge? Da ist ein Redebeitrag am Pro Mikrofon, bitteschön. Erst eine Verständnisfrage noch. Genau, eine Verständnisfrage, warum wählen wir sechs und nicht mehr als sechs, also von irgendwie noch Ersatzrichtern und so? Die Ersatzrichter sind, die zählen hier nicht mit, die sind extra. Also wir haben mindestens fünf Richter, mindestens zwei Ersatzrichter und jetzt wäre es damit, wir wählen sechs plus zwei. Warum nicht noch mehr? Naja, die Kandidatenliste schon mal angeschaut. Die nächste Verständnisfrage bitte und ich bitte noch mal um Ruhe, das ist sehr schwer so zu arbeiten. Dankeschön. Wie würde die Verteilung der Verfahren an die einzelnen Kammern erfolgen? Das ist nicht geregelt, das muss das Schiedsgericht dann unter sich ausmachen, das muss in der Geschäftsordnung stehen, das heißt, es muss feststehen, bevor ein Verfahren eingeht, nach welchen Regeln, nach welchen Kriterien das auf die Kammern verteilt wird und wer in diesen Kammern sitzt. Und wir haben eine weitere Verständnisfrage. Ja, beim Kammersystem nehmen wir an, erste Kammer, zweite Kammer, und was machen wir bei widersprüchlichen Entscheidungen, Entscheidungen des großen Senats oder was? Also das Verfahren ist beendet, sobald eine der Kammern entschieden hat, die andere wird also nicht mehr zu diesem Verfahren gefragt. Wenn eine Kammer der Meinung ist, diese Entscheidung ist wichtig, weil sie für die Partei generell von großer Bedeutung ist, oder warum auch sonst, dann kann man die an alle Richter verweisen in eine Art Senat. Ja, dann wären also alle Richter dran. Aktuell sehe ich keine weiteren Verständnisfragen, also kommen wir zur Aussprache. Ich bitte um den ersten Pro-Beitrag. Ja, ich möchte noch etwas dazu ergänzen. Wir hätten dann mit den Ersatzrichtern acht Richter und dann wäre es auch möglich, wenn eine Entscheidung direkt, was ja passieren kann, beim Bundesschiedsgericht aufschlägt, da auch eine Berufungsinstanz zu haben, die bis jetzt nicht gegeben ist. So kann eine kleine Kammer entscheiden und die restlichen fünf Richter, also Richter und zwei Ersatzrichter können bei Anrufung als Berufungsgericht noch fungieren und wir hätten auch eine bessere Möglichkeit an Rechtsschutz für alle. Ich sehe, jetzt haben wir einen an der Kontra-Rede-Schlange, also bitte den Kontra-Rede-Beitrag. Also ich würde den Argumenten zustimmen, wenn die Arbeitsbelastung des Bundesschiedsgerichts so hoch ist, dass wir da nun wirklich zwei Kammern brauchen. Das Argument mit dem zusätzlichen Rechtsschutz verfängt nicht, weil wenn ich zu einer Kammer gehe und da nicht recht bekomme, gehe ich dann zur anderen Kammer und wenn ich da nicht recht bekomme, gehe ich zum großen Senat, so kann man das Thema bis ins Endlose treiben. Den nächsten Pro-Beitrag bitte. Ja, das ist erstmal natürlich nicht ganz richtig, was der Kontra-Redner gesagt hat, man kann nicht immer wieder zum BSG gehen und sich dann durch die Kammern und die andere Kammer und den großen Senat und wie auch immer eine neue Entscheidung abholen, sondern man hat eine Kammer, da kommt man hin, vorher ist klar, nach welchen Kriterien beispielsweise Nachnamen oder sonst was, Markus Gerstl hat das gesagt. Die Kammer haben wir in der Schiedsgerichtsordnung beziehungsweise das Zweikammer System haben wir in der Schiedsgerichtsordnung ja schon beschlossen eben, wir können das nur ausprobieren, wenn wir auch genug Richter haben, einzig und allein darum geht es bei diesem Antrag und ich würde euch bitten, einfach konsequent zu sein, nachdem ihr die Schiedsgerichts Ordnungsreform angenommen hat, auch diesen Antrag noch einmal die Ja-Stimme zu geben, danke. Es gibt aktuell keine weitere Redebeiträge, wenn ihr noch einen Beitrag machen wollt, gebt euch bitte gut sichtbar zu einem der Mikrofone, ich sehe, das ist nicht der Fall, dann hat der Antragsteller nochmal die, ach, wir haben noch eine Verständnisfrage, bitte schön. Ich wollte zum Pro-Mikrofon. Wir haben also noch einen weiteren Redebeitrag am Pro-Mitrofon, ich bitte euch nochmal um Ruhe, wir haben es fast geschafft. Ich persönlich habe null Ahnung von Schiedsgericht und von ganzen Juristereien, aber ich vertraue dem Markus Gerstel so sehr, der hat bisher nur Sachen gesagt, die konkret Hand und Fuß haben, daher werde ich dem Antrag zustimmen und bitte die Ahnungslosen unter uns das auch zu tun. Danke. Wenn es jetzt keine weiteren Redebeiträge gibt, dann hat der Antragsteller jetzt die Möglichkeit für ein Abschlussstatement. Was soll ich da noch hinzufügen? Gut, dann können wir gleich zur Abstimmung schreiten. Das hier ist ein sonstiger Antrag, das heißt einfache Mehrheit, der X005, ein Kammersystem für das Bundesschiedsgericht. Hebt jetzt bitte eure Karten, ob ihr diesem Antrag zustimmen könnt. Das ist mit sehr großer Mehrheit angenommen. Jetzt haben wir noch ein kleines bisschen Zeit, bis das Ergebnis der Vorsitzwahl bekannt gegeben wird. Bis dahin bitte ich Florian Zumkeller-Quast, den Vorsitzenden der Jungen Piraten, für einen Redebeitrag auf die Bühne. Brannlep, bitte, auf seinem Rücken wird gerade geschrieben. Ist der Jürgen Hansen im Saal? Jürgen Hansen, bitte nach vorne zur Bühne. Gut, bis wir das geklärt haben, wie es jetzt weitergeht, unterbreche ich die Sitzung für fünf Minuten. So, unser Redner hat sich gefunden. Damit eröffne ich jetzt die Sitzung wieder und erteile das Wort an Jürgen Hansen, bitteschön. Tja, alle müde, alle schon kaputt, ich brauche nur zwei Minuten, hallo, guten Abend euch allen. Wie Julia schon sagte, mein Name ist Jürgen Hansen, ich bin Gelsenkirchener Pirat und ich habe mir eine Aufgabe gestellt hier in der Piratenpartei, ich ziehe durch die Lande mit einer Lesungstour, die nennt sich die Niemals Vergessen viele von euch haben draußen von mir ein solches Kärtchen schon bekommen und haben mir die Frage gestellt, was ist das eigentlich Jürgen und was passiert da? Ich möchte es hier ganz kurz euch erklären, das ist eine Lesung, eine publizistische Lesung aus meinen eigenen Akten des Ministeriums für Staatssicherheit, ich war mal in der DDR als politischer Häftling inhaftiert und ich wollte euch mit dieser Lesung eigentlich mal näher bringen der jungen Generation, wie das alles so angefangen hat mit Überwachungsstaat, mit flächendeckender Überwachung und ich kann das an meinem einen Beispiel gut belegen und deswegen bin ich heute jetzt hier zu euch auf die Bühne gekommen, um euch zu sagen, wenn ihr mich anfordert, wenn ihr mich bucht, der Vortrag ist kostenfrei, ich reise also quer durch ganz Deutschland damit, es kostet euch nichts, dann kann ich euch einen spannenden Abend versprechen mit anschließender Diskussion und mit Einblicken in einen Überwachungsstaat, wie das alles mal funktioniert hat, die ihr sicherlich so nicht bei Wikipedia lesen könnt und die ihr sicherlich auch so noch in keinem Fernsehbeitrag gesehen habt, denn ich selber habe es am eigenen Leibe erlebt, ich kann euch sagen, es war eine schwierige Zeit und für die junge Generation ist es sicherlich eine ganz interessante Geschichte, also wenn ihr diese Kärtchen hier vorne am Tisch mitnehmt, da ist meine E-Mail-Adresse drauf, ich denke, einfach kurzen Kontakt, es gibt ein kleines Video dazu, da kann man sich im Vorfeld etwas informieren darüber, ich würde mich freuen, wenn ich aufgrund dieser Sache heute hier ein paar Anfragen von euch bekäme, wie gesagt, ich fahre von Bayern bis Berlin, auch bis nach Rostock, um euch diese Sache näher zu bringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dann haben wir jetzt noch einen weiteren Redebeitrag zum Basisentscheid von Jens Kuhlemann. Hallo, ich bin der Jens Kuhlemann und ich leite das Projekt Basisentscheid. Wie ihr wisst, haben wir in Neumarkt den Basisentscheid in die Satzung aufgenommen. Es hat sich daraufhin eine Projektgruppe gebildet, die sich an die Erarbeitung der Umsetzung gemacht hat, insbesondere an der Entwicklung des Online-Systems. Laut Plan, so hoffen wir, wird es bis Ende des Jahres eine erste präsentable Beta-Version geben, die dann von allen, die das möchten, auch getestet werden kann. Wir haben auch eine neue Entscheidungsordnung entworfen, die nun wegen der geänderten Tagesordnung leider hier wohl nicht abgestimmt werden kann. Wir versuchen es dann in Bochum noch mal, aber es gibt auch noch einiges zu tun, deswegen möchte ich noch mal um Hilfe bitten. Wir brauchen Leute für die Schulung und auch für diverse andere Verifizierung, die dann auch dezentral erfolgen soll. Hier auf dem Parteitag und auch in Bochum besteht die Möglichkeit, da vorne bei der Akkreditierungsstelle sich verifizieren zu lassen. Das ist die Voraussetzung dafür, um sich nachher für den Basisentscheid anmelden zu können. Verifizieren heißt, man bestätigt, dass man nur eine Mitgliedschaft hat in der Piratenpartei und dass man ein echter Mensch ist, das wird da bestätigt. Wir wollen damit verhindern, dass es mehrfach Mitgliedschaften gibt, weil jeder nur eine Stimme hat. Das könnt ihr da also machen. Das ist der erste praktische Schritt zur Anmeldung für den Basisentscheid und laut Plan, wenn alles gut geht, hoffen wir, dass wir das System ungefähr im April freigeben können. Soweit. Wenn ihr Fragen habt, ich bin da vorne bei dem Infostand, da könnt ihr gerne hinkommen und wie gesagt, heute und morgen besteht die Möglichkeit, sich hier beim Parteitag bei der Akkreditierungsstelle verifizieren zu lassen und dann nachher, das ist die Voraussetzung dafür, um Anträge einreichen zu können, unterstützen zu können und abstimmen zu können. Soweit. Vielen Dank. Dankeschön. Da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, hat die Versammlungsleitung noch einen weiteren Antrag auf Änderung der Tagesordnung und zwar den Antrag auf Vorziehen des Satzungsänderungsantrags Block zu Wiederaufnahmeverfahren. Darin enthalten sind die Satzungsänderungsanträge 001, 006 und 020. Während wir darüber abstimmen, bitte ich schon mal die Antragsteller Markus Gerstel, Marco Golpert und Klaus Polkert sich bereit zu halten. Also es geht jetzt darum, diesen Block vorzuziehen und den sofort zu behandeln. Wer für diesen Antrag auf Änderung der Tagesordnung ist, hebe bitte die gelbe Karte, ansonsten die rote Karte. Damit ist der Antrag auf Änderung der Tagesordnung angenommen. So, jetzt kurz zum Prozedere. Also es gibt drei Anträge zu diesem Thema. Zwei davon, der Satzungsänderungsantrag 001 von Markus Gerstel und der Satzungsänderungsantrag 006 von Marco Golpert sind konkurrierend zueinander. Die würden wir also zuerst behandeln und danach den Satzungsänderungsantrag 020 von Klaus Polkert. Ich bitte jetzt also die Antragsteller Markus Gerstel und Marco Golpert nach vorne. So, als erstes kommt die Vorstellung des Satzungsänderungsantrags 001. Der hat die Ticketnummer 65, was nach dem Parteiausschlussverfahren passiert. Da hat Markus Gerstel gleich das Wort. Vorher haben wir einen GO-Antrag. GO-Antrag auf Happy Birthday, Julia. Ich muss dich informieren, das ist kein GO-Antrag im Sinne der Geschäftsordnung, aber vielen Dank. Dann hat Markus das Wort. Ich könnte jetzt trollen und anfangen zu singen. Okay. Es geht, tut mir leid, wir haben keine Zeit. Dieser Antrag hier, es geht darum, die Partei hat mittlerweile mindestens vier Leute rechtskräftig aus der Partei ausgeschlossen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Es gibt allerdings so eine kleine Lücke, die man bei uns ausnutzen kann und die darf ich jetzt hier auch mal offen vorstellen. Wenn gegen dich ein Parteiausschlussverfahren angestrengt wird, dann trittst du aus, dann endet das Verfahren automatisch, dann gehst du zu einem anderen Verband, trittst wieder ein und herzlichen Glückwunsch, du bist wieder Pirat. Dieser Antrag hier soll diese Regelungslücke füllen, im Sinne von, wenn du, im Sinne, Entschuldige, lauter wurde mir hier gesagt, dieser Antrag soll die Regelungslücke füllen, dass man also nicht einfach während einem Parteiausschlussverfahren austritt und anschließend wieder woanders eintritt. Die Lösung wird wie folgt vorgeschlagen, wurde man aus der Partei ausgeschlossen, dann brauchst du zusätzlich noch das Okay vom Bundesvorstand, um wieder reinzukommen. Gleiches, wenn du während einem Parteiausschlussverfahren austrittst und damit das Ausschlussverfahren beendest. Warum der Bundesvorstand? Es ist die einzige Instanz, die die Übersicht über alle Parteiausschlüsse hat, weil die die Zugriff auf alle Mitglieder in der Mitgliederdatenbank hat. Warum der Bundesvorstand Nummer zwei? Weil der am Ende für die Entscheidung gerade stehen muss. Das ist okay, auf den schaut jeder. Das war die Vorstellung des Satzungsänderungsantrags 001. Konkurrierend dazu ist 006 Regelung von Wiederaufnahmeverfahren von Marco Golpert, den stellt der Klaus Bröckert vor. Entschuldigung, der Florian zum Keller Quast. Bitte schön. Ja, da Marco nicht da ist, mache ich das einfach als Mitantragsteller. Da geht es letztendlich darum, dass können mich alle hören? Ich hoffe. Bei dem SR006 geht es darum, dass neben Leuten, die erfolgreich gepafft wurden oder während eines laufenden PAV die Partei verlassen haben, auch Leute, deren Mitgliedsantrag schon mal abgelehnt wurden, dass sie im selben Verfahren unterzogen werden. Das ist damit der 001, der auch noch konkurrierend dazu ist und der 001 zusammengefasst in einem Antrag, weil es einfach letztendlich dieselbe Situation ist. Gut, das war die Vorstellung der beiden konkurrierenden Anträge 001 und 006. dazu haben wir jetzt Verständnisfragen. Bitte schön. Vielen Dank. Es gibt in der Satzung meines Wissens nach derzeit eine Bestimmung, nach der die Landesverbände von der Bundessatzung abweichende Regelungen zur Aufnahme von Mitgliedern stellen dürfen. Ist das in den Satzungsänderungen bedacht worden? Ist es implizit, dass es hiervon ausgenommen wird oder können jetzt die Landesvorstände diese Regelungen wieder zur Disposition stellen? Wir haben die Regelungen jetzt beide nicht im Kopf. Wir gehen davon aus, dass dieser Teil nicht zur Disposition gestellt werden kann, und zwar bei keinem von beiden, weil es nur ein Zusatz ist. Der Landesverband oder der niedrigste Verband muss immer noch zustimmen, zusätzlich muss aber der Bundesvorstand sein Okay geben. Die nächste Verständnisfrage bitte und ich möchte euch noch mal um Ruhe bitten. Dankeschön. Ja, also wenn ich das richtig sehe, wollen beide Anträge inhaltlich das gleiche, wobei ich den Satzungsänderungsantrag 006 für konkrete ausgearbeitete und inhaltlich weitergehende halte. Sehe ich das richtig und wenn ja, würdet ihr dazu stimmen, dass ihr den Antrag 1 zurückzieht und dann über 06 abstimmen? Danke. Die ist quasi der Basics Antrag. Das ist das Minimum, was wir bitte beschließen sollten. Der 006 geht weiter. Es gibt keine weiteren Fragen an die Antragsteller. Dann kommen wir jetzt zur Aussprache. Aktuell sehe ich niemanden an den Aussprachemikros. Wenn jemand was dazu sagen will, dann begebt euch bitte gut sichtbar zu einem der beiden Saal Mikrofone. Ich erkläre dann mal das Prozedere. Ich sehe hier niemanden, der was sagen will. Wir haben einen Kontra-Rede Beitrag. Bitte schön. Ja, ich sehe bei beiden Anträgen das Problem, dass im Prinzip eine Kompetenz gegeben wird, dem Bundesvorstand, die ihm eigentlich nicht zusteht. Ich hätte eine Lösung bevorzugt, in dem sofern ein Mitglied des Während des Pafs ausgetreten ist, Paf einfach fortgeführt wird. Das wäre natürlich ein größerer Aufwand in der Schiedsberichtsordnung und wahrscheinlich auch in der Satzung. Aber das wäre eine Lösung ohne Kompetenz Übertragung an den Bufo. Wir haben jetzt auch einen Pro-Rede Beitrag, also das Pro-Mikro, bitte. Okay, also ich stehe hier, weil ich darum werben möchte, dass wir den SAL 06 annehmen, weil der eindeutig weitergeht als der andere und vor allem in Zukunft von der ganzen Reihe von Problemen bewahren wird. Es ist schlicht und ergreifend so, dass wir auf dem letzten Bundesparteitag die Unvereinbarkeitserklärung mit der AfD beschlossen haben, die wir jetzt auch mit Leben füllen müssen. Wenn AfD in diese Partei wollen, in einem Ortsverband oder Kreisverband eintreten und abgelehnt werden, dann können sie ohne Probleme, weil in der Piratenpartei nur formal das Wohnortprinzip gilt, aber eben nicht gelebt wird, in jedem anderen Kreisverband einen Aufnahmeantrag stellen und wären in dieser Partei und wir müssten sie schwierigst und mit Mühen wieder aus dieser Partei rausklagen. Dieser Antrag verhindert das, weil das schlicht und dafür sorgt, dass selbst wenn sie aufgenommen werden, aufgrund irgendeines Irrtums, sie niemals richtig Mitglied dieser Partei gewesen wären, weil sie uns angelogen haben. Danke sehr. Es gibt aktuell niemanden an der Kontra-Rede-Schlange, also kommen wir zum nächsten Pro-Beitrag. Ich möchte auf meinen Vorredner eingehen, der ja gesagt hat, warum der Bundesvorstand die Kompetenz hat. Da muss man schon mal sagen, wenn ein Mitglied aus der Partei ausgeschlossen wurde, dann sollte man davon ausgehen, dass diese Entscheidung fundiert ist und dass dieses Mitglied grundsätzlich bei den Piraten nichts mehr verloren hat. Bislang ist es problemlos möglich gewesen, die Piratenpartei zu Trollen, indem man, wie mein Vorredner jetzt hier im Mikro gesagt hat, einfach woanders einen Aufnahmeantrag stellt. Jetzt muss man natürlich fragen, was macht man in Ausnahmefällen, wo jemand aus der Partei ausgeschlossen wurde, aber es gute Gründe gibt, ihn doch wieder aufzunehmen und da denke ich, ist es sehr ausgewogen zu sagen, der Bundesvorstand als das höchste Verwaltungsorgan der Piratenpartei soll in solchen Einzelfällen eingeschaltet werden, da ist es gut aufgehoben, da haben wir eine Regelung für die Ausnahmefälle und deswegen stimme ich auch diesem Antrag zu. Dankeschön. Gibt es weitere Redebeiträge? Ich sehe niemanden am Kontra-Mikro, also geht es weiter mit dem nächsten Pro-Beitrag. Genau, also ich muss auch nochmal mich dafür aussprechen, dass tatsächlich beim Bundesvorstand diese Kompetenz am besten angeordnet ist. Wir wollen ja gerade die Intention des Antrages ist es das Gliederungshopping sozusagen in einer Gliederung abgelehnt, in einer anderen probiert, abschaffen. Das könnte man, wenn man das auf Landesebene oder wieder noch weiter unten ansiedelt, hätten wir das dann genauso, dann würde man es nach einem Landesverband nach dem anderen probieren oder etc. Das heißt, wenn man so etwas überhaupt machen will, dann beim Bundesvorstand sehe ich keinen guten Einwand, ich würde den auch annehmen, beziehungsweise beide annehmen. So, jetzt gibt es keine weiteren Redebeiträge. Die beiden Antragsteller haben nochmal die Möglichkeit für ein Abschlussstatement, bevor wir dann darüber abstimmen, welchen von den beiden Anträgen wir abstimmen wollen. Bitte schön. Den einzigen Kommentar noch zu dem Einwand, man sollte einfach das Parteiausschussverfahren weiterführen. Das geht leider nicht, das ist nach dem Parteiengesetz nicht möglich. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung, also bitte nochmal eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir haben zwei konkurrierende Satzungsänderungsanträge, den Satzungsänderungsantrag 001, was nach dem Parteiausschlussverfahren passiert, das ist der Antrag von Markus Gerstel und den Satzungsänderungsantrag 006 von Marco Golpert, den Florian Zumkeller-Quast hier vorgestellt hat, das ist der Antrag Regelung von Wiederaufnahmeverfahren. In der ersten Abstimmung geht es jetzt nur darum, welchen von den beiden Anträgen wir behandeln wollen, das heißt, das ist einfach der mit mehr Stimmen. Danach wird dann über diesen Antrag abgestimmt, ob er die Zweidrittelmehrheit erreicht. Ich bitte euch jetzt also, wenn ihr für den Satzungsänderungsantrag 001 von Markus Gerstel seid und den lieber haben wollt, die gelbe Karte zu holen und wenn ihr lieber den Satzungsänderungsantrag 006 von Marco Golpert abstimmen wollt, die rote Karte. Das ist mehrheitlich rot, das heißt, wir stimmen ab über den Satzungsänderungsantrag 006, Regelung von Wiederaufnahmeverfahren von Marco Golpert. Dieser braucht jetzt eine Zweidrittelmehrheit. Ich bitte um die Stimmkarten. Der Antrag ist mit sehr großer Mehrheit angenommen. Damit hat sich der Satzungsänderungsantrag 002 erledigt. Den zieht Klaus Polkert zurück. Möchte diesen Satzungsänderungsantrag jemand übernehmen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben einen GO-Antrag. Wir haben aktuell 17.12 Uhr. Der Wahlgang zur Wahl des Vorsitzenden wurde um 15.30 Uhr geschlossen. Das sind deutlich über eine Stunde 40 Minuten jetzt schon und wir haben noch kein Ergebnis. In Neumünster zum Vergleich haben wir 40 Minuten gebraucht, obwohl in dieser Zeit noch ein juristisches Problem gelöst wurde. Ich möchte gerne einen GO-Antrag stellen, auf Akzeptanzwahl für alle künftigen Personenwahlgänge zu gehen, damit wir morgen Abend ... ... ... ... ... Ich zu weiteren Begründen noch anführen. Ich wurde von mehreren Wahlhelfern gesagt, die sind jetzt schon am Ende. Das heißt, falls wir den nicht annehmen, da würde ich empfehlen, dass wir uns noch einige weitere Wahlhelfer oder noch einige mehr, die das ergänzen, zum Beschleunigen suchen. Danke. Hallo, begründete Gegenrede. Es gibt mit diesem Wahlverfahren folgende Probleme. Wir wenden es gerade zum ersten Mal an. Wir sind bereits am optimieren, es den Wahlhelfern leichter zu machen. Wir wollen auch wenn möglich mehr Personal in die Richtung schmeißen. Es dauert auch so lange, weil bei diesem Wahlverfahren aufgrund eingebauter Checksummen uns Fehler auffallen, die beim reinen Approval nicht auffallen würden. Wir zählen teilweise Dinger dreimal. Es tut mir schrecklich leid, dieses Wahlverfahren ist verdammt präzise. Dadurch fallen uns mehr Sachen auf, dadurch müssen wir mehr arbeiten. Und ja, ich habe mitbekommen, dass die Helfer im Augenblick überfordert sind und wir arbeiten an einer Verbesserung der Situation für die Helfer und für uns alle. Danke. Ich informiere den Antragsteller, der Geschäftsordnungsänderungsantrag auf Festlegung des Wahlverfahrens bezieht sich immer nur auf einen Antrag, das heißt, es kann nach wie vor für jeden einzelnen Wahlgang entschieden werden, wie abgestimmt wird, aber es gibt keine Festlegung für alle zukünftigen Wahlgänge. Hallo, dann würde ich darum bitten, dass man vielleicht das als Meinungsbild formuliert, ob die Versammlung das wünscht, dass künftig für alle das so gehandhabt wird. Das wäre vielleicht der einfachere Weg. Wir haben einen Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes, ob zu machen, ich bitte dich, diesen Antrag nochmal aufzuschreiben und vorne beim Front Office abzugeben. Also, wenn ihr alle zukünftigen Anträge Meinungsbild mit Approval machen wollt, hebt bitte die gelbe Karte, wenn ihr das nicht tun wollt, die rote Karte. Ich teile mit, das Meinungsbild geht leicht positiv aus. Oh, ich darf sogar reden. Ich habe auch einen GO-Antrag und da finde ich, man sollte solchen Systemen eine Chance geben. Ich biete mich auch gleich gerne als Helfer an. Wir haben mit über 150 Kandidaten und einem Feld von minus sieben bis plus sieben das auch geschafft in Nordrhein-Westfalen auszuzählen. Ich biete mich gerne als Helfer an, dass wir das schaffen. Aber ich wollte was ganz anderes, nämlich ich habe einen Antrag auf Meinungsbild und zwar zu der Entscheidung gerade, ich würde gerne wissen, wie die Versammlung darüber denkt. Jetzt muss ich eine Ja-Nein-Frage formulieren. Glaubt die Versammlung, dass man erst mal die genauen Gründe für diese Verzögerung kennen sollte, bevor man an dem Verfahren etwas ändert und den Wahlleiter das Laubt die Versammlung, dass man die Gründe vorher kennen sollte? Ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild geht deutlich positiv aus und ich bitte dich auch für das Protokoll die Frage nochmal aufzuschreiben und beim Front Office abzugeben. Wir haben jetzt zwei weitere Geschäftsordnungsanträge. Der erste ist von Klaus Sommerfeld und Robert Schieber. Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung keine negativen Punkte bei der Bewertungswahl. Das ist der Antrag mit der Ticketnummer 211. Möchte einer der Antragsteller diesen Antrag begründen? Der Antragsteller ist auf dem Weg nach vorne. Okay, also wir haben auch das gleiche Problem erkannt, dass die Auszählung ewig dauert und die negativen Punktzahlen uns keine Fortschritte bringen oder keine Erleichterung des Wahlverfahrens und deshalb haben wir den Antrag eingebracht, keine negativen Punkte bei der Bewertungswahl. Das heißt, wir können nicht mehr Minus 3, Minus 2, Minus 1 ankreuzen, sondern nur noch die Null ist eine Nein-Stimme und alle positiven Stimmen werden ganz normal zusammen addiert. Das sollte die Auszählung drastisch erleichtern und auch das Wahlverfahren insgesamt vereinfachen. Das ist der Antrag, kurz und knapp. Gut, gibt es dazu Gegenrede? Ich glaube, Michael möchte was sagen. Bitte schön. Liebe Leute, verfallt doch jetzt nicht gleich in Panik. Natürlich hat die Wahlleitung auch mitbekommen, wie spät es ist und wir werden, zumindest wir werden für die nächsten Wahlgänge auch nicht mehr diesen GO-Antrag auf Bewertungswahl stellen. Vielleicht macht es Sinn beim Polgf, das überlegen wir uns dann, wenn wir dann sehen, wie wir in der Zeit liegen. Und bis dahin nehmen wir Appruvel, schauen, dass wir da zügig durchkommen. Es macht jetzt keinen Sinn, an der Bewertungswahl zu optimieren. Das bringt uns gerade null Fortschritt. Und wir warten noch auf ein Wahllokal. wie Jochen vorhin das richtig ausgeführt haben. Wir haben das Problem, wenn bei Appruvel irgendwo ein Kreuz nicht mitgezählt wird. Das fällt nie auf. Und jetzt haben wir plötzlich ein Wahlverfahren, wo Zählfehler auffallen. Und wir müssen ein zweites Mal zählen, weil wir ja nur richtige Ergebnisse in diese Software reinkriegen. Falsche Ergebnisse akzeptiert diese Software nicht. Und deswegen haben wir jetzt ein wenig ein Problem, und wir arbeiten darin. Wir werden maximal von der Wahlleitung noch einmal das vorschlagen beim Polgf, je nachdem wie wir in der Zeit liegen. Ansonsten machen wir jetzt, wenn ich nichts anderes beschließe, nur noch Abruvel. Und wir haben die notwendigen Erfahrungen gesammelt, die wir brauchen, um in Bochum die Europa-Liste aufzustellen. Von daher hat sich schon dieser Versuch gelohnt. Und dort andere Software, dort kriegen wir das hin. Das hat in Berlin genauso funktioniert. Gut, wir haben die Gegenrede gehört. Ich habe mir auch gerade von der Wahlleitung sagen lassen, es kann sich nur noch um Minuten handeln. Dann würde ich darum bitten, diesen Geschäftsordnungsänderungsantrag jetzt abzustimmen. Das ist der mit der Ticketnummer 211. Keine negativen Punkte bei der Bewertungswahl. Wer für diesen Geschäftsordnungsänderungsantrag ist, hebt bitte die gelbe Karte, ansonsten die rote. Der Antrag ist abgelehnt. Wir haben noch einen weiteren Geschäftsordnungsantrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Der ist ebenfalls von Klaus Sommerfeld. Du kannst also gleich vorne bleiben und Robert Stein Holzheim. Und dieser Geschäftsordnungsantrag hat die Ticketnummer 214 und heißt Ablösung des Losverfahrens durch offene Kandidatenbefragung mit Begrenzung der Antwortzahl und Zeit. Bitteschön, du kannst den Antrag jetzt vorstellen. Ich mache es mal ganz kurz, weil mich wird langsam mal interessieren, wer hier Vorstand wird. Es geht darum, das ist etwas eigenartig vielleicht euch aufgefallen, dass die Fragen an die Kandidaten verlesen werden und sozusagen die Leute, die die Fragen stellen, gar nicht mehr sichtbar werden. Das finde ich ausgesprochen eigenartig für Leute, die ihr Gesicht hinhalten sollten für das, was sie tun. Das zweite ist, die Gerechtigkeit, die mit dem Losverfahren hergestellt werden sollte, ist eine super Idee. Gleichzeitig ist es so, es gibt eine TO, das heißt, man weiß, man weiß, wann welches Thema herankommt und kann auch aus ferneren Bereichen der Halle sich dorthin stellen. Der ganze Orga-Fu davor mit den Zetteln ist noch dazu manipulierbar im Sinne von, man kann jede Menge gleiche Fragen einwerfen und deswegen schlagen wir vor, im Prinzip zum alten Verfahren zurückzukehren und die Leute die Fragen selber stellen zu lassen, die Redezeit auf 30 Sekunden zu begrenzen, nach 10 Rednern oder nach 10 Minuten euch entscheiden zu lassen, ob weiter befragt werden soll oder nicht. Darum geht's. Gibt es zu diesem Antrag Gegenrede? Begründet am Mikro Contra, bitteschön. Also, ich habe schon viel in dieser Partei miterlebt und ich kann sagen, dass das Befragungsverfahren, was sich viele, viele Menschen im Vorfeld dieses Parteitags in ehrenamtlicher Arbeit überlegt haben, dem überlegen ist, was wir früher da immer gemacht haben mit I don't know und ich finde es eine Frechheit, ich kann gar nicht betonen, also wirklich eine Frechheit, dass die Antragsteller hier mit so einem Scheiß den Parteitag die Zeit klauen. Ernsthaft, ernsthaft, wir haben eine Bundestagswahl verloren, wir haben heute Morgen gesagt, wir haben keine Zeit, wir müssen die Tagesordnung umstellen und hier ist rechts eine Respektkarte, super, habe ich gesehen, Respekt, ihr behindert gerade diesen Parteitag, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank dafür, hat motiviert mich ungemein in meiner Arbeit, sage ich auch gerne den Wählern, ja, wir haben da die Geschäftsordnung erinnert auf unseren Parteitag, ihr habt doch einen Sockenschuss. Ich bitte euch um Ruhe, bitte auch bei Gegenreden, bitte euch Ruhe zu bewahren, wir haben jetzt die Gegenrede gehört, wir stimmen jetzt über diesen Geschäftsordnungsänderungsantrag ab, den Ticket Nummer 214, Ablösung des Losverfahrens durch offene Kandidatenbefragung mit Begrenzung Antwort an Zahl und Zeit. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte die gelbe Karte, sonst die rote. Der Antrag ist abgelehnt und ich übergebe an den Wahlleiter. So, wir haben ein Ergebnis, es hat gedauert. Ich bitte euch nochmal um Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, aber wir haben dieses Verfahren das erste Mal angewendet, es kam zu etlichen Verwirrungen, Ungenauigkeiten, Unstimmigkeiten, das hoffen wir in Zukunft ausschließen zu können, des Weiteren ist dieses Verfahren präziser und wirft deshalb auch ein paar mehr Fehler auf, weil wir auch irgendwie eine Checksumme drin haben und an mehreren Stellen nochmal zählen wollten. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich vermute, dass die gleichen Fehler bei einem einfachen Approval auch auftreten würden, aber eben nicht auffallen. Insofern, ja. Gut, kommen wir davon waren 963 gültig. Es entfielen auf Paul Weiler 8,5 Prozent, auf Dennis Plage 5,8 Prozent, auf Bernd Kasperidos 14,6 Prozent, auf Christiane Schinkel 46,9 Prozent, auf Stefan Körner 66,2 Prozent und auf Thorsten Wirt 78,1 Prozent. Ich sag noch mal deutlich, dass das nicht das Endergebnis ist. Die nächste Folie ist entscheidend. Das ist nicht das Endergebnis, das ist nur das Approval. Die Entscheidung liegt in den Punkten, die jetzt kommt und und die macht das Ergebnis noch deutlicher. Thorsten, würdest du bitte zügig auf die Bühne kommen? Und ich muss dich fragen, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Dankeschön, Dankeschön, geil. Sehr schön. jetzt gehst du nach hinten von der Bühne runter. Als nächster Punkt auf meiner Liste steht die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden. Ein paar Kandidaten wurden uns da schon gemeldet. Jetzt nutzen wir Kandidatinnen für den stellvertretenden Vorsitzenden abzuschließen. Der Wahlleiter ist gleich wieder da. Wir machen jetzt fünf Minuten Pause, solange unterbreche ich die Sitzung. Eine organisatorische Durchsage für die Presse in ungefähr zehn Minuten findet findet im Presse Bereich unten hier vorne eine kleine Presse Konferenz mit dem neuen Vorsitzenden statt. So, während meine Loser schon angefertigt werden, frage ich euch, ob ihr noch weitere Kandidaten habt, ob irgendwelche Kandidaturen noch zu erwarten sind, dann rennt bitte jetzt zum Frontoffice. Gut, mir wurde gerade vom Frontoffice erzählt, dass keine weiteren Kandidaturen reingekommen sind. Ich habe die Namen von neun Bewerberinnen in dieser Urne und hiermit schließe ich die Kandidatenliste und wir kommen zur Auslosung der Reihenfolge. Caro Mahn-Gausewig Bernd Kasperidus Daniel Düngel Christoph Grüner Stefan Bliedung Dennis Plagge Christiane Schinkel Paul Weiler Christoph Chanhin und das wären alle Kandidatinnen und Kandidaten die Dann bitte ich euch schon mal euch in dieser Reihenfolge bereit zu halten. Die erste Kandidatin, die sich vorstellt, ist Caro Mahn-Gausewig. Ich übergebe noch mal an den Wahl. So, zur Besprechung für weitere Wahlgänge bitte ich jetzt alle meine Bereichsleiter, alle Bereichsleiter, kommt hinter die Bühne, da wo wir heute früh uns schon besprochen haben, ich weiß, da waren einige von euch nicht da, geht dort durch den Gang durch, und unter den Bildschirmen geht es in einen Raum und dort treffen wir uns und zwar jetzt bitte, alle Bereichsleiter, vielen Dank. So, Caro hat noch für kein Amt kandidiert, das heißt, sie hat drei Minuten Zeit, sich vorzustellen und während dieser Vorstellung könnt ihr schon Fragen in die Urnen einreichen. Ich sehe, da gibt es eine Verständnisfrage und ich bitte euch alle um Ruhe, damit wir gleich mit der Vorstellung beginnen können. Bitte schön. Ich wollte mal fragen, wegen des Wahlverfahren, kann man uns schneller machen, dass wir die Wahllelfer und Wahlleiter nicht auf die Nerven strapazieren, sowas? Das war der Hinweis, bitte die Wahlleiter und Wahlhelfer Ihnen nicht zu nerven, das ist ein sehr guter Hinweis. So. Seid ihr bereit? Dann seid jetzt bitte ruhig und ich übergebe der ersten Kandidierenden das Wort für ihre Vorstellung. Dankeschön. Also, ich bin Caro Mann-Gauseweg, bekannt auch als Jihan oder 688i. Bis vor kurzem war ich Beisitzer am Landesvorstand Sachsen. Ich bin außerdem Koordinator der AG Aus- und Sicherheitspolitik, der AG Bauern und Verkehr und einige von euch kennen mich wahrscheinlich auch als Versammlungsleiter. 2006 haben wir uns über einen Kristallationspunkt von Themen gegründet. Netzpolitik, Datenschutz und Bürgerrechte. Wir haben im zurückgeliebten Wahlkampf versucht zu beweisen, dass wir auch breiter aufgestellt sind. Ich denke aber, dass das taktisch ein Fehler war. Ich halte es tatsächlich für wesentlich sinnvoller, uns in der Außendarstellung auf unsere Kernthemen zu konzentrieren. Wir sind die Internetpartei. Das Label muss man nicht mögen, es ist relativ einseitlich, aber man kann es auch nutzen, denn es verschafft uns einen Platz im Parteienspektrum. Fokussierung auf Kernthemen heißt nicht, dass wir andere Themen nicht bearbeiten oder aktuelle Ereignisse nicht kommentieren sollen. Es bedeutet nur, dass wir unsere Kernthemen in den Vordergrund stellen. Das zweite Problemfeld, das ich so sehe, ist die Außendarstellung. Themen statt Köpfe funktioniert nicht. Wahlen werden durch Medienpräsenz gewonnen und Medienpräsenz braucht Köpfe. Und wenn wir Wahlen gewinnen wollen, ansonsten brauchen wir nämlich auch nicht antreten, dann sollten wir uns daran zumindest orientieren. Und ich möchte deshalb dringend an euch appellieren, die Angst davor zu verlieren, die Piraten und ihre Themen mit Personen zu verknüpfen und diese Personen auch als Proxy wirken zu lassen. Politische Ideen und auch politische Projekte sind immer mit Personen verknüpft und auch Parteien sind mit Personen verknüpft. Unseren Proxy zu haben, ist auch kein Widerspruch zu unserem Beteiligungsanspruch. Es ist lediglich die Nutzung der Vorteile prominenter Personen in der Partei. Und diese prominenten Personen haben wir und wir haben von einer Katasche und wir haben auch von einer Marina profitiert. Und das können wir ausbauen, das sollten wir auch ausbauen. Der dritte Punkt ist die Strukturierung inhaltlicher Arbeit. Und um das Problem, das ich hier sehe, immer plastisch zu machen, möchtet ihr euch mal ein paar Stilblüten aus unserem AG-Multiversum skizzieren. Wir haben eine AG-Außenpolitik und eine AG-Friedenspolitik, deckungsgleiche Wirkungsbereich. Wir haben eine AG-Tierschutz und eine AG-Tierrecht. Wir haben eine AG-Glaubensfreiheit, eine AG-Staat und Religion und eine AG-Humanistische Laizismus. Wir haben eine AG-Gesundheitspolitik und eine AG-Gesundheit. Und wir haben eine AG-Nichtraucherschutz und eine AG-Schutz vor Passivrauch. Ich würde jetzt gerne ein Lowerface machen, wenn ich es könnte. Hier gehen Synergien verloren, hier wird Arbeit doppelt gemacht, hier werden Zeit und Nerven darin verbraten, irgendwelche Konkurrenzen auszufechten. Und übersichtlich ist es auch nicht. AGs sind per se sinnvoll, weil sie transparente Programmarbeiten möglich machen. Aber der Wildwuchs, den wir aktuell haben, der bringt uns nicht weiter. Wir dürfen nämlich eines nicht vergessen, wir sind hier alle erdenamtlich. Zeit, Nerven und Motivation sind knappe Ressourcen und wir verknappen mit diesem Wildwuchs... Ja, Entschuldigung. Wir verknappen diese Ressourcen noch mehr und das sollten wir eigentlich nicht machen. Dankeschön. Möchtet ihr die Kandidatin befragen? Ich bitte jetzt um das Kartenzeichen, ob ihr die Kandidatin befragen möchtet. Das ist mehrheitlich positiv, die Kandidatin wird befragt. Das heißt, wir werden jetzt als nächstes sechs Fragen aus den Unen auslosen. Bis dahin noch eine Durchsage der Security. Bitte stellt keine Glasflaschen auf den Boden, sondern auf eure Tische, weil sonst jemand dagegen tritt und sich wehtut. Dankeschön. Wir warten gerade noch auf die Boxen und unterbrechen für fünf Minuten. So, die Boxen sind jetzt da. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Fragen einwerfen und habt dafür noch drei Minuten Zeit. Sind da aktuell noch Leute, die für Karo Fragen einwerfen wollen, dann macht euch bitte bemerkbar. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bitte ich, die Urne nach vorne zu bringen. So, die Urne ist unterwegs. Dann eröffne ich die Versammlung wieder und bitte euch, wieder zur Ruhe zu kommen. So, wir haben die erste Frage. Bitte kommt zur Ruhe. Die Frage lautet, möchtest du die AG Friedenspolitik zugunsten der AG Außen- und Sicherheitspolitik abschaffen? Also, wenn ich, also, erst einmal nein. Wenn sich eine AG-Struktur ergeben sollte, die eben in irgendeiner Art und Weise aussieht, dass es pro Themenbereich eine AG geben soll, dann wird es das für alle geben und nicht eine Sonderregelung für diesen einen Themenbereich, in dem ich aktiv bin. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, also, nein, ich mache das jetzt nicht, um AGs irgendwie auseinanderzunehmen, die ich jetzt irgendwie möglicherweise nicht mag oder ähnliches. Wenn, dann wird es eine allgemeine Lösung geben. Entschuldigung. Wenn ihr alle ruhiger seid, dann könnt ihr auch die Antworten besser verstehen, aber bitte wiederholt es nochmal. Nein, also, wenn es eine Lösung gibt, die irgendwie so aussieht, dass wir eine AG pro Themenbereich etc. installieren wollen, wie auch immer, so als will die Idee, wird das eine allgemeine Lösung sein und wird sicherlich nicht darauf abzählen, einzelne AGs irgendwie aufzulösen oder ähnliches. Die zweite Frage, bitte bleibt weiterhin so schön ruhig, die Frage lautet, sollen AGs nicht auch über ihre Thema Pressemitteilungen herausgeben dürfen? Also, so in der jetzigen Konstellation bin ich da jetzt eher nicht so ein Freund davon, ob man, wenn man die AGs ein bisschen zusammenfährt und gewissermaßen strukturiert, ähnlich wie das die Themenbereiche der Themenbeauftragten hat, beispielsweise, kann man sich das durchaus überlegen, aktuell sehe ich das aber nicht, nein. Die nächste Frage lautet, gibst du dem Basisentscheid eine reelle Chance oder forcierst du eine SMV-Diskussion? Ich kann beiden Ideen so ihren Charme abgewinnen, ich tue mich da ein bisschen schwer, ich bin deswegen relativ neugierig, wie das in Sachsen mit der SMV läuft, eine endgültige Meinung habe ich dazu nicht. Die vierte Frage, wie stehst du zu NATO-Einsätzen? Ich habe eine Position zu Auslandsensätzen und nicht zu NATO-Einsätzen, die NATO halte ich für einen Elitenverein und den möchte ich nicht unterstützen. Die nächste Frage ist etwas stichpunktartig, aber ich denke, man kann sie verstehen. Die Frage lautet, Erweiterung der Kernthemen auf einem langsamen Weg, Internetthemen oder alle Themenfelder im Fokus? Also wenn ich die Frage richtig interpretiere, dann möchte ich mich gerne auf die Themen konzentrieren, die in unserem quasi digitalen Zeitalter irgendwie relevant sind und dem wir einfach saubere Antwort liefern können, die sonst keine Partei liefern kann. Die sechste Frage, die wir gezogen haben, enthält keine Frage, also ziehen wir noch eine neue. Die Frage lautet, willst du bestimmte AGs verbieten oder wie willst du konkurrierende AGs zusammenführen? Verbieten will ich schon erstmal gar nichts. Wenn, dann will ich das mit denjenigen, die quasi davon betroffen sind, gemeinsam eruieren, genauso wie das zum Beispiel bei den Themenbeauftragten passiert ist, die teilweise ja auch mehrere AGs betreuen und auch das ja als eine ihrer Aufgaben haben. Verboten wird gar nichts. So, das waren die sechs gelosten Fragen. Seid ihr der Meinung, dass die Kandidatin damit ausreichend befragt wurde? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich der Fall. Damit ist die Befragung beendet. Dann kommen wir zur Vorstellung des nächsten Kandidaten. Das ist Bernd Kasperidus. Der hat bereits für den Vorsitz kandidiert und hat damit nochmal eine Minute Zeit, sich vorzustellen. Jetzt habe ich mich selbst abgeschaltet. Dann erteile ich Bernd das Wort. Bitte um Ruhe. Hallo, also die Vorstellung von vorhin habt ihr ja mitbekommen. Ich habe jetzt recht spontan meine Rede umgeändert. Also Entschuldigung, wenn ich etwas ins Stottern komme. Ich hatte gerade eben ein sehr interessantes Gespräch draußen beim Rauchen über eines unserer Grundriemen, BGE. Ein Thema, das mir selber sehr am Herzen liegt, da ich selber davon betroffen bin, da ich in häuslicher Pflege mich um meine Mutter kümmere und dafür meinen Job aufgegeben habe. Also das klassische Beispiel, wo BGE eingreifen würde. Aber seltsamerweise, wir haben da eine Frau, Verena Netten, die hat uns ein komplett durchgerechnetes Konzept vorgelegt, aber niemand spricht darüber. Und das ist auch die Aufgabe des Bundesvorstandes. Dankeschön. Gut, Dankeschön. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Bitte um das Kartenzeichen. Das ist überwiegend negativ. Der Kandidat wird nicht befragt. Kandidat. Damit kommen wir gleich weiter zur Befragung des nächsten Kandidaten, Daniel Düngel. Ich erinnere euch auch nochmal daran, dass ihr während der Vorstellung bereits Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten einwerfen könnt. Daniel Düngel hat noch für kein Amt kandidiert und hat damit drei Minuten Zeit, sich vorzustellen. Ja, liebe Julia, vielen Dank. Liebe Piraten, ich habe keine Rede vorbereitet, ich werde euch einfach ein bisschen was erzählen. Zunächst ganz kurz zu mir, zu denjenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Daniel Düngel, bin 37 Jahre alt, verheiratet. Ich habe drei Kinder, komme aus Oberhausen, gehöre also und ich hoffe, dass es jetzt kein Nachteil an der Stelle dem wundervollen Landesverband Nordrhein-Westfalen einander. Ich kandidiere für den stellvertretenden Vorsitzenden der Piratenpartei, weil mich sehr viele Menschen danach gefragt haben, ob ich bereit bin, dies zu tun und zwar nicht nur aus meinem Landesverband, sondern auch aus verschiedenen anderen Landesverbänden aus ganz Deutschland. Übrigens, was mich besonders freut, zum Beispiel auch aus dem Landesverband Berlin, wo man ja sehr häufig dann sagt, dass das so mit NRW zusammen irgendwie gar nicht übereinkommt, aber es scheint irgendwie dann doch zu funktionieren. Wie dem auch sei, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir gerade einen sehr guten ersten Vorsitzenden gewählt haben. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, mit Thorsten zusammenzuarbeiten. Ich kann mir übrigens auch sehr gut vorstellen, mit Caro zusammenzuarbeiten. Ich habe die Caro gerade auch gefragt, ob sie sich vielleicht auch vorstellen kann, als politische Geschäftsführerin sich nachher oder morgen dann, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir dazu kommen, möglicherweise auch noch zu kandidieren, weil vieles von dem, was ich auch gerade gehört habe, eben auch sehr schön in diesen Themenbereich passt. Was ich selber möchte, ist, ich möchte, dass der gesamte Bundesvorstand letzten Endes auch etwas politischer wird. Ich möchte, dass wir tatsächlich ein Bundesvorstand einer politischen Partei sind. Das sind wir nun mal als Piratenpartei. Dazu haben wir uns vor einigen Jahren halt eben dazu entschieden. Was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass sich die vier Landtagsfraktionen, die wir haben, dass sie sich besser vernetzen, nicht nur untereinander, da gibt es ja durchaus Anstrengungen, sondern auch mit der Parteibasis. Wenn wir zum Beispiel letzte Woche eine Pressemitteilung zum Thema Vorratsdatenspeicherung rausgeben, dann kann es selbstverständlich nicht sein, dass in dieser Pressemitteilung nichts davon steht, dass in Schleswig-Holstein ein Antrag angenommen wurde, der von den Piraten initiiert wurde, gegen Vorratsdatenspeicherung, der Antrag auch zum Beispiel später in Nordrhein-Westfalen ebenfalls zur Beratung stand. Solche wichtigen Themen, solche vernetzten Themen müssen wir dann einfach auch entsprechend einstimmig sozusagen präsentieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, auch darüber nachgedacht, inwieweit das mit meinem Job als Landtagsabgeordneter zu vereinen ist. Ich habe mir zwei Wochen dafür Zeit genommen, habe mit vielen Menschen gesprochen, habe mit meiner Familie gesprochen, habe in meinem privaten Umfeld, in meinem Fraktionsumfeld, mit vielen Vertrauten gesprochen. Ich bin mir sehr sicher, dass das zeitlich funktionieren kann. Ich möchte den Versuch starten und wenn ihr der Meinung seid, dann bitte ich einfach um eure Stimme. Dankeschön. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Bitte um das Kartenzeichen. Bitte um das Kartenzeichen. Das ist überwiegend positiv. Der Kandidat wird befragt. Ihr habt jetzt noch kurz die Möglichkeit, zwei Minuten eure Fragen einzuwerfen und dann kommen wir zur Befragung. Ich glaube, jetzt steht hinten noch jemand, der seine Frage einwerfen will. Bitte dann erst die Urne nach vorne bringen. Will jetzt noch jemand eine Frage einwerfen, dann bitte macht das deutlich kenntlich und begebt euch zu der Urne. Ich sehe niemanden mehr, also bitte ich darum, die Urne nach vorne zu bringen. Wir haben die erste Frage. Bitte kommt zur Ruhe. Die Frage lautet, bist du so gut oder hast du deine Rede nicht doch ein bisschen vorbereitet? Nein, ich habe die Rede nicht vorbereitet. Die nächste Frage, bitte bleibt weiterhin ruhig. Welcher Themenbereich ist der wichtigste für dich persönlich in der Piratenpartei? Ich weiß jetzt nicht genau oder hundertprozentig, wie die Frage gemeint ist. Wenn sie gemeint ist, welcher Arbeitsbereich das innerhalb der Piraten ist, dann ist das ganz sicher die Vernetzung eben zwischen Partei und Fraktion. Wenn es tatsächlich ein fachlicher Themenbereich ist, dann ist mir persönlich, ich arbeite als familien- und jugendpolitischer Sprecher im Landtag Nordrhein- Westfalen. Natürlich Familien- und Jugendpolitik wahnsinnig wichtig, aber ich bekenne mich halt ganz klar auch zu unseren Kernthemen. Mir ist wahnsinnig wichtig, Bürgerbeteiligung, mir ist Netzpolitik sehr, sehr wichtig und ja, das kann ich erst mal dabei belassen. Die nächste Frage, bist du auch für Auslandseinsätze? Sekunde bitte. Die nächste Frage, bitte bleib weiterhin ruhig. Was hast du vor, im Bundesvorstand zu leisten, was du in der Basis nicht machen kannst, unter Berücksichtigung des Umstands, dass bei uns die Politik ausdrücklich nicht durch Vorstände gemacht wird und eine Vorstandsfunktion auch kein geeignetes Sprungbrett für eventuelle Kandidaturen zu öffentlichen Ämtern sind? Also, okay, das mit dem Sprungbrett verstehe ich jetzt nicht so ganz wirklich, weil das Sprungbrett, da wäre jetzt irgendwie die zeitliche Reihenfolge merkwürdig. Was war der erste Teil, kannst du den ersten Teil nochmal wiederholen, das ist jetzt weg. Ich wiederhole nochmal den ersten Teil der Frage, bitte kurz den Timer anhalten. Was hast du vor, im Bundesvorstand zu leisten, was du in der Basis nicht machen kannst? Ja, das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Also ich glaube, dass wir als Basis natürlich sehr, sehr stark sein können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Bundesvorstand die Strömungen, die irgendwo aus der Basis kommen, versuchen muss, irgendwo zu kanalisieren, irgendwo auch in eine gewisse Richtung mitzubringen. Wenn die Caro zum Beispiel gerade davon erzählt hat, dass es eine AG Friedenspolitik oder eine AG Außenpolitik gibt, dann geht es für mich nicht darum, die beiden irgendwie zu einer AG zu vereinen, sondern die politisch erarbeiteten Inhalte tatsächlich zu vereinen und zu einer gemeinsamen Parteiposition zu bringen. Und da sehe ich den Bundesvorstand auch mit in der Pflicht, das tatsächlich zu bewerkstelligen. Die fünfte Frage, welche Ziele konntest du voranbringen? Ich nehme mal an, die Frage bezieht sich auf die Vergangenheit. Ja, welche Ziele konnte ich voranbringen? Ich konnte, was in meiner Landtagstätigkeit oder was meine Landtagstätigkeit die letzten 18 Monate betrifft, konnte ich in meinem Fachbereich erreichen, dass wir uns über Jugendbeteiligung zum Beispiel unterhalten haben im Landtag, dass ein Gutachten dort in Auftrag gegeben wurde, dass gewisse Themen gesetzt wurden. Ich habe Beitragsfreiheit für frühkindliche Bildung mit in den Landtag eingebracht, wird leider allerdings trotz Meinungsgleichheit von den regierungstragenden Fraktionen halt abgelehnt. Das ist nun mal so in den Parlamenten, damit müssen wir leben. Das sind aber zumindest Inhalte, die ich mit voranbringen konnte, wo ich unsere politische Stimme als Piratenpartei mit ins Parlament eingebracht habe. Wir kommen zur letzten gelosten Frage. Wie stehst du zum BGE? Ja, Thorsten Wirth hat ja eine ähnliche Frage vorhin bekommen und hat da relativ clever aus meiner Sicht und aus meiner Meinung heraus auch geantwortet. Das BGE ist, glaube ich, tatsächlich oder kann eine Lösung für sehr viele verschiedene Probleme, die wir in unserem Land oder vielleicht sogar darüber hinaus, auch über Landesgrenzen hinaus haben, tatsächlich lösen. Das sind eben Armutsprobleme, das hat ganz viel mit Arbeitsmarktpolitik zu tun. Wir haben einen ganz tollen Beschluss in Bochum gefasst, wo wir uns ein wenig davon gelöst haben, eben von dem Ziel der Vollbeschäftigung. Nur diese ganzen Dinge, die sind tatsächlich aus meiner Sicht nur dann zu leisten, wenn wir etwas Übergeordnetes haben, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich bin sehr gespannt, wie wir diese Diskussion auch weiter vorantreiben können. So, das war die letzte geloste Frage. Ich bitte euch nochmal, während der Befragung ruhig zu sein. Das macht es für alle einfacher. Jetzt die Frage, seid ihr der Meinung, dass der Kandidat ausreichend befragt wurde? Hebt bitte dafür eure Karten. Das ist mehrheitlich der Fall. Damit ist die Befragung des Kandidaten beendet. Der nächste Kandidat ist Christoph Grüner. Der möge bitte nach vorne kommen. Christoph Grüner hat noch nicht kandidiert und hat damit auch eine Redezeit von drei Minuten, um sich vorzustellen. Und ihr habt auch jetzt schon die Gelegenheit, Fragen an den Kandidat in die Urne einzuwerfen. Christoph Grüner, bist du da? Christoph Grüner, kommst du jetzt auf die Bühne? Diskutieren kannst du später wieder. Ansonsten lassen wir einfach deine Zeit laufen, wenn du... So, der Kandidat ist jetzt da und hat drei Minuten Zeit. Ja, Ahoi Piraten. Mein Name ist Christoph Grüner. Ich bin seit zwei Jahren Pirat, habe in der Zeit unseren Kreisverband mitgegründet und war in der Zeit dort auch tätig. Bin im Vorstand dort tätig. Hab im Wahlkampf jetzt mitgemacht. Das ist meine bisherige Erfahrung. Jetzt, warum kandidiere ich? Ausschlaggebend dafür war ein Plakat, das wir hatten. Politiker aus Notwehr. Ich habe vieles in... Okay. Ich habe vieles in unserer Wahlzeit jetzt gesehen, was ich den Eindruck oder wo ich den Eindruck habe, es geht in die falsche Richtung. Wir sind einerseits gegen zentrale Register. Wir sind gegen ein zentrales Waffenregister, gegen zentrale Krankenregister, führen aber gleichzeitig ein zentrales Piratenregister ein mit dem Zentraleinzug, wo alle persönlichen Daten zusammengelegt sind. Wir haben auf der einen Seite eine große Abneigung gegen politische Systeme mit Delegierten, sind aber heute der PPEU beigetreten, die auch ein Delegiertensystem hat. Wir haben keine SMV. Wir haben dort keine Beteiligung an politischen Entscheidungen. Wir haben keine Beteiligung. Wir haben dort Delegierte. Entschuldigung, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Wir hatten ein Plakat, auf dem hieß es, meine Daten gehören mir. Ich musste gleichzeitig mit ansehen, wie Kandidaten beim Aufhängen von Plakaten erkannt haben, dass ihre Bilder verwendet wurden, dass ungefragt ihre Fotos auf Plakaten, auf Transparenten, auf Flyern verwendet wurden. Bitte bleibt weiterhin ruhig. Dankeschön. Entschuldigung, ich bin aufgeregt. Wir wollen einerseits eine transparente Politik, eine neue Politik, arbeiten andererseits mit geheimen Mailinglisten, mit geschlossenen Strukturen. Und das war für mich der Punkt zu sagen, so was geht nicht. Das können wir, die wir uns andere Ziele gesetzt haben, nicht tun. Wie gesagt, ich bin oder ich möchte Vorstand aus Notwehr werden. Mit mir im Vorstand wird es keine solchen Geklüngel geben. Mit mir im Vorstand werdet ihr am Vorstandstisch mit dran sitzen. Ich nehme euch dort mit hin. Mit mir im Vorstand werdet ihr an der Meinungsfindung beteiligt sein. Ihr werdet an der Entscheidungsfindung beteiligt sein. Ihr werdet an der Entscheidung beteiligt sein. Ihr werdet mit entscheiden. Ich möchte, wenn ich im Vorstand bin, dass die Basis befragt wird. Dass wichtige Entscheidungen, das richtungsweisende Entscheidungen von der Basis entschieden werden. Ich kann euch nicht versprechen, mit welchen... Das war's, danke. Gut. Gut. Möchtet ihr, dass der Kandidat befragt wird? Hebt bitte eure Stimmkarten. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Der Kandidat wird nicht befragt. Der nächste Kandidat ist Stefan Bliedung. Bitte auf die Bühne. Stefan Bliedung hat noch nicht kandidiert und hat damit drei Minuten Zeit, sich vorzustellen. Währenddessen könnt ihr bereits eure Fragen in die entsprechende Urne einwerfen. Kommt bitte zur Ruhe, damit wir beginnen können. Dann hat Stefan jetzt das Wort. Bitte schön. Ja, hallo. Bin ich laut genug? Hört ihr mich? Nein? Noch lauter? Gut. Mein Name ist Stefan Bliedung. Die meisten kennen mich wahrscheinlich als Fu. Ich lebe in Berlin, bin 36 Jahre alt, habe in meinem Leben schon viel erlebt. Ich habe keinen normalen Lebenslauf. Ich habe teilweise auf der Straße gelebt. Ich habe erfolgreiche Jobs gemacht. Ich habe irgendwie Möbel restauriert. Derzeit bin ich Angestellter. Seit sieben Jahren in einem Laden, wo ich mich sehr engagiert einbringe, nicht viel verdiene, aber weiß, wofür ich es mache. Ich bin seit 2009 bei den Piraten, habe alle Höhen und Tiefen gesehen von 2% 2009. Parteitage in Bingen mit all ihrem Spaß, ebenso wie hier. Ich habe die 10% in Berlin erlebt. Ich habe wieder gesehen, dass wir auf 2,2% runter sind. Wir sind besser als 2009. Aber die Leute wissen immer noch nicht, wofür wir stehen. Wir haben keine Ahnung, wie wir es kommunizieren sollen. Wir kippen die ganzen Daten ins Wiki. Wir haben dort keine Struktur geschaffen. Warum ich für den Vorstand kandidiere? Ich bin seit 14 Monaten im Landesvorstand Berlin. Ich habe davor 2011 im Jahr der Abgeordnetenhauswahl im Vorstand gearbeitet, zwölf Monate lang. Und die Kandidatensituation im Wiki habe ich wochenlang angeguckt und dachte, es kann nicht sein, dass wir für dieses Amt, wo wir sonst irgendwie unzählige gute Kandidaten hatten, so wenige haben. Ich bin seit 2011 in Berlin, in der BVV, in Pankow. Mache das auch neben meiner LAFO-Tätigkeit. Und glaube, dass ich das auch im Bundesvorstand kann. Ich muss mir Stichpunkte machen. Moment. Genau, wir als Partei, wir haben eine Vision einer neuen Zeit. Wir sind irgendwie im Internet aufgewachsen. Wir haben uns 2009, die meisten von uns, zusammengefunden, hatten eine Vision gegen Zensosola, gegen Netzsperren und so weiter und haben aber einen diversen Pool, der diese Heterogenität von unserer Partei ausmacht, verschiedenste Themen zu bearbeiten und diese in diesem piratischen Ideal irgendwie zu verwirklichen. Wir schaffen es aber nicht, den Leuten zu kommunizieren. Wir haben das Dogma von Themen statt Köpfe, was dazu führt, dass niemand diese Themen vertritt, sondern wir davon ausgehen, dass wenn wir die in keinprogramm.de packen, die Leute sich das schon angucken. Das funktioniert nicht. Wenn ich auf der Straße von Leuten höre, dass sie wissen, welche SMS Johannes Pornada gekriegt hat, aber nicht wissen, was bei uns im Programm steht, dann haben wir was falsch gemacht. Dann der parteiliche Umgang. Ich weiß, dass ein Vorstandsamt, also der Grund, warum so wenig Leute kandidieren, auch damit zusammenhängt, dass wir unsere Vorstände wählen, die dann gefälligst machen sollen. Wir sind gegen Top-Down-Strukturen, verlangen aber einen Vorstand, der Regenbögen scheißt. Und wenn er das nicht tut, dann wird er halt angemordet. Das geht nicht. Krass. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Bitte hebt jetzt eure Karten dafür. Das ist mehrheitlich der Fall. Der Kandidat wird befragt. Ihr habt jetzt noch zwei Minuten Zeit, Fragen in die entsprechende Urne einzuwerfen. Und dann beginnen wir mit der Auslosung der Fragen. Wenn ihr vorhabt, noch eine Frage einzuwerfen, macht euch jetzt bitte deutlich bemerkbar und begebt euch in Richtung der Urne. So, dann sind jetzt alle Fragen eingeworfen. Da kommt noch jemand und winkt. Die Urne ist hinter dir. Und dann kommt die Urne nach vorne und wir losen die Fragen aus. So, dann haben wir jetzt die Fragen. Also kommt bitte wieder zur Ruhe. Die erste Frage lautet, wie möchtest du deinen Job im LAFO Berlin mit einem Amt im Bufo vereinbaren? Also erstmal müsste die Versammlung entscheiden, dass sie sagt, sie traut mir das zu, beides. Ich weiß, dass aktuell im Dezember im Landesverband Berlin nicht viel anliegt, weil da Weihnachten ist, danach ist Kongress. Und im Februar und Januar sind noch zwei Monate. Wir machen relativ viel im Umlauf. Wir haben jetzt Mumble-Sitzungen, die einmal die Woche stattfinden. Und wie gesagt, ich würde das auch diese drei Monate parallel machen. Ich würde aber auch zurücktreten. Ich habe mit meinen LAFO-Kollegen geredet. Und die würden das auch ohne mich weitermachen. Die nächste Frage lautet, stimmst du zu, dass AGs, die bereits einen angenommenen Antrag zum Wahl- oder Grundsatzprogramm eingereicht haben, einen Themenbeauftragten ernennen dürfen? Ich denke, dass Themenbeauftragte nach der Fähigkeit, das Themenbeauftragte, die Themen zu kommunizieren, ausgewählt werden sollten. Und nicht danach, ob er in einer AG irgendwie einen Antrag eingebracht hat. Wenn ein Antrag eingebracht und angenommen wurde, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Leute zu den Themen auskennen, sehr hoch. Die dritte Frage. Würdest du bei der Sendung Markus Lanz deinen Hut tragen? Darf ich die gesamten zwei Minuten für diese Antwort benutzen? Ich denke, ich würde ihn aufsetzen. Ja. Die vierte Frage. Machst du als Vorstandsmitglied viele spaßige Sachen oder seriösliche Vorstandsarbeit? MFG, LMV, Blume. Also die Parole wurde ja ausgegeben, Professionalität und Punkrock. Ich glaube, ich kann Professionalität und Punkrock. So dieser immer als Zeitreise, immer als Spaßantrag, gewertete Zeitreiseantrag, war ja auch eine durchaus formulierte Kritik an dem, wie wir miteinander umgehen, was wir so an Dingen machen und auch der Maßbesiedlungsantrag, den ich gestellt habe, war meiner Meinung nach eine Kritik an Verschwurbelungen in Anträgen, die wir teilweise machen, dass wir nicht klar sagen, wofür wir politisch stehen, dass wir Visionen haben und diese dann so weit rund lutschen, dass es halt irgendwie auch aus dem Programm der FDP kommen kann. Wir hatten zwei Fragen, die identisch waren, deshalb haben wir gerade nochmal eine nachgezogen, da sechs unterschiedliche Fragen gestellt werden. Die nächste Frage lautet, was sind deine Inhalte außer Zeitreisen? Transparenz in der Politik, Bürgerbeteiligung, wir müssen, also wir haben die Ideen oder die Visionen einer neuen Gesellschaft, die sich online beteiligt. Wir haben Dinge wie Liquid Friesland, die aber nicht von den Piraten umgesetzt werden, sondern von der SPD, wo Bürgerbeteiligung umgesetzt wird. Wir haben einen Basisentscheid online beschlossen, wir haben aber immer noch nichts, seit 2010 diskutieren wir darüber und haben innerparteilich nichts, um diese Beteiligung durchzusetzen. Ansonsten ist es Teilhabe, Gleichberechtigung, ja auch dieses Gender-Dings, was irgendwie manchen ganz komisch vorkommt, ich bin dafür, dass Leute teilnehmen sollen, dass keine Barrieren geschaffen werden, solange irgendwie der Rahmen des friedlichen Miteinander, der Kommunikation aufrechterhalten wird. Also so bei dieser Gender-Debatte zum Beispiel waren teilweise Kommunikationsformen unterirdisch. Ich denke, dass wir dadurch auch Leute vertreiben, dass wir sagen, wir sind eine Mitmachpartei und bestimmte Leute halt einmal zu unseren Treffen kommen, sich kurz unterhalten und dann wieder gehen. die schreiben uns aber keine Mail, die geben uns kein Feedback, die erzählen nur ihren Freunden, dass man uns vielleicht nicht wählen sollte. Die letzte Frage war unzulässig, deshalb haben wir eine neue gezogen. Die letzte Frage lautet, wie stehst du zu Stuttgart 21? Ich finde das super, dass auch Stuttgart mit diesem U-Bahn-Bau ein Projekt hat wie Berlin. Berlin hat versucht, einen Weltraumbahnhof zu bauen. Ich denke, dass solche Projekte durch transparentere Politik wesentlich besser nachvollziehbar sind, wo was falsch ist. Ich halte dieses Projekt für Wahnsinn, weil es schlecht durchdacht ist und dort auch die Bürgerbeteiligung, die Leute gehen halt auf die Straße und sagen, wir wollen das nicht und der wird halt mit der Polizei weggeräumt, anstatt sich mit den Argumenten der Leute auseinanderzusetzen, weil es halt schon geplant ist und man diesen Plan nicht mehr umstoßen kann. Das war die letzte geloste Frage. Seid ihr der Meinung, dass der Kandidat damit ausreichend befragt wurde? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich der Fall. Damit ist die Befragung beendet. Und es geht weiter mit dem nächsten Kandidat. Der nächste Kandidat ist Dennis Plagge. Dennis Plagge hat bereits für ein Amt kandidiert und hat damit noch mal eine Minute Redezeit. Also ich habe das demokratische Votum verstanden. Ich bedanke mich bei denjenigen, die mich gewählt haben und bis zum nächsten Mal. Ich ziehe die Kandidatur zurück. Dankeschön. Die Kandidatur ist zurückgezogen. Damit geht es gleich weiter mit der nächsten Kandidatin. Die nächste Kandidatin ist Christiane Schinkel. Christiane Schinkel hat ebenfalls schon für ein Amt kandidiert und hat damit noch mal eine Minute Zeit, sich vorzustellen. Dann gebe ich Christiane das Wort. Ja, ich freue mich erst mal über Thorsten als unseren ersten Vorsitzenden. Finde ich super. Und ich bin auch jemand, ich bin jemand, der auch gerne aus der zweiten Reihe arbeitet. Ich würde ihn gerne unterstützen nach innen und außen. Meine Erfahrung aus dem Wahlkampf, jetzt Bundestagswahlkampf, nach innen einbringen. Ich bin nächstes Wochenende auf dem Bundespressetreffen. Da haben wir eine Gruppe Kampagnenentwicklung. Da möchte ich mich einsetzen, dass wir aus dem Bundesvorstand so viel Unterstützung in die Partei für die Basis bringen, dass wir eine gute Kampagne erarbeiten. Und damit auch einen guten Wahlkampf machen. Das ist mein Thema. Ich sehe auch Repräsentation weiterhin als mein Thema. Da möchte ich mich gerne einsetzen und unterstützen. Ja, und ansonsten glaube ich, haben wir schon mal ein gutes Signal gesetzt für einen schönen Vorstand, für Motivation, für einfachen Zusammenhalt, den ich sehr schön finde. So, es gibt jetzt noch mal die Möglichkeit, die Kandidatin zu befragen. Möchtet ihr die Kandidatin befragen? Hebt bitte dafür die Karten. Das ist überwiegend negativ. Die Kandidatin wird nicht noch mal befragt. Dann kommen wir zur Vorstellung des nächsten Kandidaten. Das ist Paul Weiler. Paul Weiler hat bereits für ein Amt kandidiert und hat eine Minute Zeit, sich vorzustellen. Und ich erteile dir das Wort. Ja, also es geht ja hier um Themen und so weiter und Inhalte. Darum möchte ich mich da auch beeilen. Also ich finde, die Partei sollte nicht zu einer eindimensionalen Partei werden. Also nicht nur Kernthemen berücksichtigen. Abstand von Bufo-Basis soll so eng wie möglich sein. Flache Hierarchien sind einzufordern. Darum Basisentscheide, BO. Man sollte auch über dezentrale Parteitage nachdenken. Die internationale Ausrichtung der Partei ist voranzutreiben. Finde ich super wichtig. Dann vor allem kein Tafter, keine Freihandelszonen und so weiter so unterstützen. Da muss die Partei Farbe bekennen. Und zum Schluss möchte ich sagen, die Pressearbeit müsste deutlich besser werden. Ja, so dass die Basis auch da zu Wort kommt. Das war's. Dankeschön. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Bitte hebt eure Stimmkarten. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Der Kandidat wird nicht befragt. Und die Wahlleitung möchte eine organisatorische Durchsage machen. So, wir haben jetzt noch einen Kandidaten anzuhören. Das sind drei plus x Minuten. Liebe Wahlhelfer, geht schon mal in Position. Falls ihr aufs Klo müsst, tut das jetzt und kommt dann ganz schnell wieder. Liebe Bereichsleiter, falls ihr irgendwie wisst, wo eure Wahlhelfer draußen sind, rennt ihnen hinterher, dass sie dann alle rechtzeitig da sind. Danke. So, dann kommen wir zur nächsten Kandidatenvorstellung. Der nächste Kandidat ist Christoph Canhin. Er hat noch auf kein Amt kandidiert und hat damit drei Minuten Redezeit. Und ihr könnt die Redezeit auch wieder dafür nutzen, Fragen einzuwerfen. Dann erteile ich Christoph das Wort. Ja, ich habe gestern mit ein paar Piraten aus Hamburg den Deal abgeschlossen, dass ich für jede maritime Metapher in dieser Rede heute Abend ein Bier bekomme. Ich habe dann heute Nacht ein paar maritime Metaphern aus der Rede gestrichen, weil ich morgen keinen Kater haben will. Mein Name ist Christoph Canhin. Ihr findet mich auf Twitter unter dem Namen Incredible. Ich bin 32 Jahre alt und würde die Sachen mit dem Bundesvorstand nochmal machen. Diesmal als stellvertretender Vorsitzender. Der Ausgang der Bundestagswahl war für uns bitter. Wir kriegen so, wie es aussieht, tatsächlich eine große Koalition und der Koalitionsvertrag ist keine schöne Lektüre. Die SPD wollte im Wahlkampf an bis zu 5 Millionen Haushalten an der Tür klingeln, um Menschen persönlich davon zu überzeugen, sie zu wählen. Als ob das nicht aufdringlich genug wäre, will sie jetzt bei 80 Millionen Menschen, ganz ohne zu klingeln, in das Kommunikationsverhalten schauen. Die Vorratsdatenspeicherung soll wiederkommen und wenn die SPD unser Nachbar wäre, dann wäre es eine äußerst unangenehme Person, irgendwo zwischen Stalker und Paparazzi. Das ist natürlich nur die Kirsche auf dem 5-Dollar-Milchshake. Das Urheberrecht soll verschärft werden. Auf europäischer Ebene werden Flüchtlinge weiter wie Kriminelle behandelt und World Wide Web heißt demnächst wohl deutschlandweites Netz. Eine Öffnung der Ehe und ein volles Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare wird es, wenn, dann nur auf Druck des Bundesverfassungsgerichts geben. Auf dem Koalitionsvertrag steht Zukunft gestalten. Dabei sind weder SPD, CDU noch CSU in der Gegenwart angekommen. Und wir, jetzt kommt's, immer eine Handbreit Mate unterm Kiel, den Wind in den Segeln aufgeben ist keine Option. Nächstes Jahr haben wir in elf Bundesländern Kommunalwahlen. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landtagswahlen und ja, eine Europawahl. Bei der Europawahl brauchen wir drei Prozent und dann haben wir den Wind im Rücken für die nächsten drei Landtagswahlen. Zu diesem Erfolg und auch den drei darauf folgenden möchte ich im Gremium Bundesvorstand beitragen. Zuversicht, Selbstbewusstsein, Angriffslust, aber auch ein wenig mehr Entspanntheit sind Attribute, die ich mit Piraten verknüpfen möchte. Die Öffentlichkeitsarbeit des Bundes möchte ich zu einem Ort machen, wo es Spaß macht, mitzumachen. Dazu gehören klare und offene Strukturen, ein strukturierter Aufbau der Bereiche Pressearbeit, politische Bildung und politische Werbung und eine nicht nur bei Wahlkämpfen aktive strategische Arbeit, die Themenbeauftragte und inhaltlich arbeitende Mitglieder in die Pflicht nimmt. Solltet ihr mich wählen, werde ich wohl einer von vielleicht zwei Leuten aus dem alten Vorstand sein. Ich sehe mich da in der Verantwortung, angefangene Dinge weiterzuführen und zu der schnellen Arbeitsfähigkeit des Gremiums beizutragen. Danke. Danke für eure Zeit. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Ich bitte um die Stimmkarten. Das ist mehrheitlich der Fall. Der Kandidat wird befragt. Ihr habt jetzt noch zwei Minuten Zeit, eure Fragen in die entsprechende Urne einzuwerfen und dann machen wir weiter. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr einwerfen wollt, begebt euch jetzt bitte deutlich sichtbar in Richtung der Urne. Ich sehe niemanden mehr rennen, dann könnt ihr die Urne jetzt nach vorne bringen. So, dann geht es los mit den Fragen. Kommt also bitte wieder zur Ruhe. Die erste Frage lautet, willst du dieses Jahr im Bufo etwas anders machen als letztes? Ja, es fängt, also was ich selber im Wahlkampf gesehen habe, ist, dass unsere Kommunikation auseinanderfliegt. Wir machen zum Beispiel eine Pressekonferenz zum Thema Prism und am nächsten Tag passiert irgendeine lustige Aktion irgendwo. Das heißt, wir brauchen eine öffentliche, strategische Arbeit, die kopiert werden kann. Das heißt, dass wir zu jedem Thema auch überlegen, wie kommunizieren wir das, was sind die Schlüsselpunkte und das ist die eine Sache, das habe ich auch schon angefangen am Ende, dass ich irgendwie auch die Öffentlichkeitsarbeit in drei Bereiche einteile, die dann diese Strategie auch benutzen. nächste Woche ist ein Dresden WeLife-Treffen und da geht es darum, dass man wirklich sieht, dass Pressearbeit, politische Bildung und Werbung unterschiedliche kommunikative Zielsetzungen sind und dass, wenn jemand ein Anliegen hat, wenn eine AG sagt, hier, wir wollen einen Fachtext rausbringen, dass sie dann nicht zur Presse läuft, sondern zur politischen Bildung und sowas dann auf die Webseite kommt zum Beispiel. Also, dass wir mehr Möglichkeiten zum Mitmachen bekommen durch eine klare Struktur, dass jeder weiß, wo gehe ich hin, wenn ich welches Anliegen habe und genau, das ist mein Anliegen, was ich auch anders machen möchte als bisher. Die nächste Frage. Verstehst du unter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit immer noch das Verbreiten lustiger Bildchen auf Twitter? Die lustigen Bildchen. Danke übrigens ist Alf Frömer, Sieg Style, der die Motive sich immer ausgedacht hat. Das gehört zur Werbung, würde ich sagen, das ist Social Media und ich fand das eigentlich ein ganz erfolgreiches Projekt. Also, es war frech, es war angriffslustig und es hat halt in der Zeit, die wir hatten, also wir haben ja jetzt keine große Vorlaufzeit gehabt, ich bin recht spät in dieses Amt gekommen, hatten wir dann doch irgendwie so was wie eine Social Media Kampagne. Die nächste Frage. Ist dir bekannt, ob Fu mit seinem Hut Kunststücke kann? Ich glaube, das schon mal gesehen zu haben, ja. Dann kommen wir zur vierten Frage. Bist du der Meinung, dass es genügt, die Ausschreibung für das Layout einer Bundestagswahlkampagne auf eine Wiki-Seite zu kippen oder was hältst du dabei für die Mindeststandards an Transparenz? Naja gut, bei dem, da war ich ja noch nicht im Bundesvorstand, in dem zusätzlich dazu gab es ja eine Live-Survey-Umfrage, die auf diese Wiki-Seite verlinkt hat. Es gab zwei Runden auch, also ich fand das eigentlich ein gutes Verfahren. Ich meine, zufrieden ist am Ende sowieso niemand. Ne, das stimmt nicht. Es waren auch viele, wir hatten in der zweiten Umfrage dann explizit die Frage nochmal, findest du keinen Design okay? und dann waren irgendwie zehn Prozent halt, die es nicht gut fanden. Die nächste Frage. Der neue Vorstand wird aus voraussichtlich nur Kandidaten bestehen, die keine Erfahrung in dem Gremium haben. Glaubst du, dass du dort durch die Nutzung deiner Erfahrung alte Fehler ausräumen kannst? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, man muss auch in der Praxis einfach merken, sagen, was eine schöne Vorstellung ist, was man gerne hätte und wie schwer das in der Partei auch umzusetzen ist. Und dass man manchmal auch dranbleiben muss bei manchen Dingen. Viele Sachen werden halt immer wieder vorgeschlagen und ich glaube, es ist ganz wichtig, ich meine, dass die, die jetzt neu reinkommen, auch Rückendeckung haben, dass sie auch jemanden haben, der irgendwie sagt, hier, das hatten wir schon mal, bleib dran und du kriegst natürlich Gegenwind. Das wird jede Person im Bundesvorstand haben, weil jede Einzelperson in der Partei sieht sich als die Basis, aber man muss fairerweise sagen, es gibt einfach Entscheidungen, wo man Leute unglücklich macht, weil zwei unterschiedliche Positionen da sind. Das ist ganz oft so leider. Und die letzte Frage. Du warst im Bufo für die Öffentlichkeitsarbeit zur Bundestagswahl verantwortlich. Wie erklärst du dir das schlechte Wahlergebnis und was ist dein Anteil daran? Das schlechte Wahlergebnis meiner Meinung nach liegt an den auseinanderliegenden Kommunikationsstrukturen, dass wir nicht in der Lage waren, dass mal gesagt wird, okay, wir haben diese Message zu dem Thema, die auch konstruktiv ist, die nicht einfach nur aussagt, wir sind halt gegen Prissen, sondern dass man irgendwie in der ganzen Partei, so wie das Design kopiert wurde, mit dem Design wurden lustige Sachen gemacht, Social Media Motive sind irgendwo aufgetaucht. So muss eigentlich auch eine Strategie kopiert werden. Das muss so funktionieren, dass man sagt, okay, das sind unsere wichtigsten Aussagen und dann muss, und das geht halt nur mal nicht verdeckt, weil dann geht es unter, dann macht eine geheime Gruppe, bringt dann den Überraschungsschlag raus, die Überraschungsaktion. und das funktioniert bei uns, glaube ich, nicht von der Struktur. Ich bin relativ spät erst in diesen Bundesvorstand gekommen und ich glaube, der Fehler, den ich gemacht hatte, ist, ich hätte schon im Vorfeld die Strukturen, die da sind, auch mehr in der Praxis erfahren müssen. Also vielleicht einfach mal ein halbes Jahr in der Presse mitarbeiten, weil bei einigen Sachen habe ich halt gemerkt, okay, da ist noch ein gutes Stück Arbeit zu machen und meine erste Erfahrung in der Presse, erste Mammelsitzung war tatsächlich, dass ich dem Streit zugehört habe und ich glaube, ich habe jetzt halt Arbeit angefangen, die ich hoffentlich weiter voranbringen kann, weil ich einfach denke, ein halbes Jahr, also ich brauchte, das muss ich auch ehrlich sagen, erst mal zwei Monate, um mich richtig reinzuarbeiten. Das war die letzte der gelosten Fragen. Seid ihr der Meinung, dass der Kandidat ausreichend befragt wurde? Ich bitte jetzt um das Kartenzeichen. Das ist überwiegend der Fall. Damit ist die Befragung beendet und ich übergebe zur Durchführung des Wahlgangs an die Wahlleitung. So, als erstes nochmal Aufruf an die Wahlhelfer, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt an die Urnen zu gehen. Dann, defaultmäßig, also sprich im Normalfall, wenn kein GO-Antrag gestellt wird, verwenden wir immer noch das Akzeptanzwahlverfahren, auch bekannt unter dem Namen Approval. Das ist das, was wir früher immer gemacht haben. Das ist jetzt der dritte Wahlgang, aber wir verwenden dafür den Stimmzettel Nummer 1 des Akzeptanzwahlstimmzettelblocks. Der ist rot, genau. Ich halte ihn gerade hoch, ihr könnt ihn sehen. Die Wahlhelfer kreuzen auf der gelben Stimmkarte ab. Die Wahlhelfer tun das, nicht die Wähler. Die Nummer 1, rot. Alle anderen sind ungültig. So, gibt es Fragen zu diesem Wahlverfahren? Wenn ja, kommt bitte an das Mikrofon in der Mitte. Die Nummer 6 bleibt, Joachim? Ja. Die Nummer 6 bleibt in der Listung drin. Also, wir wählen dann die 7 oder die 8 oder die 9. Oder rückst du die Nummern auf? Nein, die Nummer 6 bleibt in der Listung drinnen. Wenn jemand die 6 ankreuzt, wird dadurch der Stimmzettel nicht ungültig, aber wir ignorieren es einfach. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie viele Kandidaten werden jetzt gewählt? Also, wie viele Posten sind zu vergeben? Nach der Satzungsänderung von heute Vormittag einer. Okay. Die zweite Frage ist, dass es gerüchteweise vorhin bereits Nummer 1 auf gelben Stimmkarten abgezeichnet wurden. Ist das der Fall? Und falls ja, müsste man jetzt ja eine andere Position dafür verwenden? Und mir ist kein Fall bekannt, könnte bitte die Leute, denen das passiert ist, mit den Karten wedeln. Okay, ich sehe, das sind ein Paar. Akzeptanzwahlzettel haben wir ja genug. Deshalb nehmt bitte alle den roten Zettel, reißt ihn ab. Passt auf, dass er nur einen Zettel abreißt. Und ihr könnt ihn wegschmeißen. Folglich verwenden wir jetzt den Stimmzettel Nummer 2. Der ist so ein, ich würde es Lindgrün nennen, aber vielleicht bin ich da ja nicht so genau, aber wir verwenden den Stimmzettel Nummer 2 und die Wahlhelfer kreuzen bitte an der Position 2 ab. Die nächste Frage bitte. Ich vermisse eine gewisse Kontinuität bei den Wahlverfahren. Wir haben für den ersten Vorsitzenden dieses neue Präferenzwahlverfahren genommen und jetzt wird nur Approval genommen. Irgendwie geht das in meiner Logik nicht rein, auch wenn man hier gewechselt wird. Entweder machen wir jetzt bei den folgenden Wahlgängen das gleiche wie beim Chef oder wir wählen den Chef nochmal nach Approval alleine. In der Geschäftsordnung steht drin, dass in der Normalfall das Akzeptanzwahlverfahren ist. Es kann ein Geschäftsordnungsantrag gestellt werden, das Bewertungswahlverfahren verwendet werden soll. Ein solcher Geschäftsordnungsantrag ist bis jetzt noch nicht gestellt worden. Dann werde ich den stellen. Gut. Eigentlich lasse ich während der Wahlhandlung keine Geschäftsordnungsanträge zu, aber ich bin heute großzügig und bitte die Versammlung darüber abzustimmen, ob sie Bewertungswahlverfahren haben will oder nicht. Die Bereichsleiter sollen bitte auch nochmal ihren Eindruck des Wahlergebnisses melden. Dieser Geschäftsordnungsantrag ist abgelehnt. Es bleibt beim Akzeptanzwahlverfahren. So, wir haben einige Gewinner. Ich hoffe, das ist die letzte Frage. Bitte stell sie. Ich hoffe auch. Wir haben auf dem Stimmzettel eins schrägstrich ja, zwei schrägstrich nein. Ich habe mich jetzt schon mal bei anderen erkundigt und die sagten ja und nein bitte einfach ignorieren, weil du sprachst vorhin auch von Ankreuzen, dass das vielleicht nochmal klar gesagt wird und ausgeschlossen ist, dass der eine für ja eine eins reinschreibt und für nein eine zwei. Idealerweise schreibt ihr keine Zahlen auf die Stimmzettel, sondern macht nur Kreuze. Für das Akzeptanzwahlverfahren, wie wir es jetzt anwenden, haben die beiden aufgedruckten Worte ja und nein keine Bedeutung. Danke. Ihr dürft Kreuze machen in die Felder vor den Nummern eins bis neun und in der Anzahl dürft ihr zwischen null und neun Kreuzen insgesamt machen. Jeweils nur ein Kreuz pro Feld. Bevor ich den Wahlgang eröffne, übergebe ich nochmal kurz an die Versammlungsleitung, denn ein paar Menschen werden sich bei der Kommendurchsage sicherlich freuen, mitwählen zu dürfen. So, wir haben Gewinner. Damit ihr gleich auch mit abstimmen könnt, solltet ihr da gerade mal aufpassen. Einmal die Ja-Karte von Akkreditierungsnummer 47628 und die Ja-Karte von 47849 und außerdem haben wir hier den Präferenzblock von Akkreditierungsnummer 48685. Dankeschön. Ihr habt mir vorhin nicht zugehört. Ich sehe schon wieder Schlange, aber ihr scheint drauf zu stehen. Gut. Könnten bitte die Leute, die in der Nähe der Wahlurnen stehen, ein bisschen auf Abstand gehen, damit ich sehe, was meine Wahlhelfer jetzt in den nächsten Sekunden machen. Denn die Wahlhelfer sollen jetzt bitte die Urnendeckel öffnen, die Urnen hochheben, zeigen, dass sie leer sind. Vielen Dank. Urnendeckel schließen, Urnen wieder hinstellen oder andersherum. Alle Urnen stehen wieder und damit eröffne ich diesen Wahlgang. Ich wiederhole mich. Wahlzettel Nummer 2. In Lindgrün, keine Ahnung, aber Wahlzettel Nummer 2. Irgendwie würde ich so langsam zum Ende kommen wollen. Also denkt daran, es sind schon sehr viele Urnen frei. Die winken teilweise auch schon, weil ihnen langweilig ist, zappeln sie ein wenig rum. Wenn ihr noch wählen wollt, nutzt die Gelegenheit. Der Wahlleiter bitte mal zur Bühne. Der Wahlleiter bitte. Salomon, ist die Presseurne wieder da? Ja, ist sie? Wunderbar. Damit sind alle Wanderurnen wieder im Saal. Dann ist das jetzt hier der letzte Aufruf. Bitte deutlich winken oder sonstige Zeichen geben, wenn ihr noch Wahlhandlungen vornimmt. Ach, das ist eine Wahlabstimmungshandlung in diesem Fall. Ich sehe niemanden, der Wind. Oder rennt. Gut. Damit schließe ich diese Abstimmung und bitte, um meine Helfer auszuzählen. Und die Versammlungsleitung könnte weitermachen. Gut, dann übergebe ich jetzt die Versammlungsleitung an Nora Chaudry. Guten Abend, liebe Versammlung. So, setzt euch alle mal wieder. Hier oben ist ein Geschäftsordnungsantrag eingetrudelt, nämlich der mit Raute 220. Es geht um die Wiederholung. Hört bitte zu. Es geht um die Wiederholung der Abstimmung zum Satzungsänderungsantrag 25. Das war, nochmal zur Erinnerung für euch, der Antrag von Tazun zur Abschaffung des Finanzrates. Ihr erinnert euch? Gut. Diesen Geschäfts... Innerhalb eines Geschäftsordnungsantrags kann ich leider keine anderen Geschäftsordnungsanträge annehmen. Also, bleibt bitte... Gleich. Ah, gut. Ja, ihr habt alles verstanden, ja? So, der Geschäftsordnungsantrag. Es geht um die Wiederholung der Abstimmung. Es gibt jetzt eine Gegenrede. Bitte. Oh, Entschuldigung. Aber begründete Gegenrede. Ich glaube, wir haben in Bochum gesehen, was passiert, wenn man Anträge so lange abstimmt, bis das gewünschte Ergebnis da ist. Und von daher möchte ich darum bitten, dass wir nicht Abstimmung so lange wiederholen, bis irgendeinem das Ergebnis gefällt. Vielen Dank. Auch eine begründete Gegenrede. Liebe Leute, lernt doch einfach, mit Ergebnissen umzugehen und sie zu akzeptieren. Verdammt noch einmal. Bitte lehnt diesen Antrag ab. Vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt nun zur Abstimmung dieses Geschäftsordnungsantrags. Es geht um die Wiederholung der Abstimmung zum Satzungsänderungsantrag 25. Wer dafür ist, hebt die gelbe Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Ja oder nein, bestimmt jetzt ab. Das ist überwiegend negativ. Damit ist der Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. So, vielen Dank. Wir haben jetzt fünf vor halb neun. Auf der Tagesordnung steht jetzt gerade die Wahl des politischen Geschäftsführers, der politischen Geschäftsführerin. Ich schlage euch als Versammlung vor, jetzt lieber den Schatzmeister, die Schatzmeisterin zu wählen, weil dort ein paar weniger Kandidaten sind und es nach meiner Ansicht etwas schneller gehen könnte. Und die Gebärdendolmetscher können nicht mehr länger, also bis neun und ein bisschen länger vielleicht, aber nicht mehr arg lange. Und ja, das andere Personal ist auch zeitlich begrenzt hier. Deshalb mein Vorschlag jetzt an die Versammlung, als nächsten Tagesordnungspunkt die Wahl der Schatzmeisterin, des Schatzmeisters zu behandeln. Wer dafür ist, stimmt jetzt mit der Ja-Karte. Wer dagegen ist, stimmt jetzt mit der Nein-Karte. Vielen Dank, das ist überwiegend positiv. Also kommen wir zur Wahl des Schatzmeisters, der Schatzmeisterin. So, ich eröffne hiermit die Kandidatinnenliste. Mir liegen vier Kandidaturen mit ausreichenden Unterstützerunterschriften vor. Falls ihr noch eine fünfte Kandidatur haben wollt, dann jetzt, ich gehe darüber, fange an Lose zu basteln. Wenn ich mit Lose basteln fertig bin, dann schließe ich die Kandidaten, die Liste auf jeden Fall. So, und in der Zeit könnt ihr euch mal wieder auf eure Plätze begeben und ein bisschen ruhiger sein, denn wir kommen gleich zu wichtigen Teilen dieses Tages, nämlich zur Wahl und zur Befragung der Schatzmeisterkandidatinnen und Kandidaten. So, wir losen jetzt die Reihenfolge. Gleich nachdem. So, ich schaue mal kurz rüber ans Front Office. Ist da noch eine wirksame Kandidatur eingegangen? Hallo Front Office. Nein. Das ist nicht der Fall. Damit schließe ich jetzt die Liste und wir kommen zur Auslosung der Reihenfolge der vier Kandidatinnen. So, ich lese jetzt die Reihenfolge vor und die Menschen, die ich vorlese, können gleich schon mal hier vorkommen und sich hinstellen in die richtige Reihenfolge. Vielen Dank dafür. Sebastian Krohner? Sebastian Krohner? Ja, vorlesen. Ich kann dich nicht. Sebastian Krohner? Sebastian Krohner? Svanhild Götze? Stefan Bartels? Volker Neubert? Ich wiederhole noch einmal. Sebastian. Svanhild. Stefan. Volker. Bitte kommt jetzt nach vorne. Bitte stellt euch hier vorne an die Treppe. Sebastian? Sieht jemand Sebastian? Sieht jemand Sebastian? Sebastian, bitte gleich auf die Bühne. So, die anderen können sich bitte schon mal bereit machen, ja? Stefan und Volker, ihr könnt euch schon mal bereit machen, ja? Gut. Sebastian? Svanhild Götze. Drei Minuten für dich. weil ich es nicht mehr ertragen kann, in vielerlei Hinsicht. Wir brauchen Kohle, und zwar viel, und ich werde das dafür Notwendige tun. Das ist nicht ganz so schwierig. Wir bekommen einen Bruchteil von dem, was uns nach dem Parteiengesetz zusteht. Damit sollte jetzt Schluss sein. Weder Parteiengesetz noch steuerliche Fragen stellen für mich persönliche Hürde. Was ich heute wieder gesehen habe, es gibt wieder keinen finanziellen Tätigkeitsbericht. Das hatten wir schon in Neumünster. Da gab es noch nicht mal eine Entlastung für den Vorstand. Das muss aufhören. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, transparente Finanzen. Ja, und meine Bonität ist angekratzt. Das ist auch kein Geheimnis. Das ist aber noch kein Grund, auf mich in der Art und Weise Druck zu machen, wie in den letzten Wochen. Seitdem jemand Nettes meine Kandidatur vorgeschlagen hat, bin ich wirklich sehr unschönen Maßnahmen ausgesetzt. Und ich trete auch hier an, um euch ins Gedächtnis zu rufen, dass das nicht demokratisch ist. Was meine Agenda, Geld da einsetzen, wo es benötigt wird. Politische Arbeit ist die Priorität für uns. Und da werde ich etwas genauer hinsehen. Und liebe Leute, auch ein Parteitag muss nicht 80.000 Euro kosten. Das muss mir mal erklären. Ich hätte es ganz gerne mal transparent aufgeschlüsselt. Ein BPT ist keine Luxus-Area. Wir müssen gucken, was wir uns leisten können. Wir müssen nicht gucken, was möglich ist. An der Akkreditierung steht übrigens eine Spendenbox. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht einen guten Teil unserer Ausgaben wieder reinholen könnten. Also dafür sage ich schon mal Danke. Ich werde auch für transparente Finanzen im Wiki sorgen, auch wenn es weh tut. Wir fordern von anderen Transparenz, daran sollten wir uns auch halten. Und natürlich müssen wir unsere Arbeit anders organisieren. Dieses Internet, das hat alles die Möglichkeiten, die wir brauchen. Wir verstehen die Technik. Und Online-Parteitag sind auch so ein Tool. Und um die Arbeit von Zwanel nicht zu vergessen, sie hat mit dem Desaster ihrer Vorgänge gründlich aufgeräuert. Dafür gilt ihr unser Dank. Und das meine ich wirklich ehrlich. Aber in der letzten Zeit ist überzogen worden. Und das geht gar nicht. So, ihr wollt ins Europaparlament. Dafür brauchen wir Geld. Und ich werde auch dafür sorgen, dass dafür Geld für die internationale Arbeit zur Verfügung steht. Was sonst noch, kann man nachlesen. Dankeschön. Dankeschön. So, liebe Versammlung. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Dann hebt bitte jetzt die Ja-Karte. Wenn Nein, dann hebt die Nein-Karte. Das ist positiv. Damit werden wir den Kandidaten jetzt befragen. Wenn ihr noch Fragen an den Kandidaten habt, dann werft sie jetzt bitte in die Urne. In die Frageurne. Haben alle, die ihre Fragen einwerfen wollen, ihre Fragen schon eingeworfen? Ja, es rennen noch ein paar Leute. Wunderbar. Dann warten wir noch einen kleinen Moment. Wer jetzt noch einen werfen will, bitte einmal mit dem Zettel wedeln und auf die Urne zu gehen. Wunderbar. Noch jemand mit Zettel im Raum, der noch nicht eingeworfen hat? Dann auf geht's. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Alle zufrieden? Gut, vielen Dank. Dann bitte ich, die Urne einmal nach vorne zu bringen. So. Die Urne ist hier vorne. Ja, wir ziehen sechs Zettel. Welche sind das nicht alle? Nee, das ist der falsche. Achso, Entschuldigung. Zwei. Drei. Vier. So, gebt uns einen kleinen Moment, um die Fragen kurz einmal durchzuschauen und dann vorzulesen. Datenschutzbeauftragter. Ah, alles klar. Wunderbar. So, die erste Frage lautet, wir möchten jetzt Fragen stellen. Kommt ihr bitte ein bisschen zur Ruhe, ja? Vielen Dank. Warum bist du nicht mehr Datenschutzbeauftragter? Das kann ich euch nicht erklären. Es gibt einen Vorstandsbeschluss, von dem ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr davon wisst, aber ich kann es euch nicht erklären. Ich betrachte mich auch nicht als förmlich abberufen. Aber es wird irgendjemand entscheiden und deswegen müssen wir das abwarten. Und die nächste Frage. Kennst du dich mit aktueller Finanzsoftware aus? Sage, S-A-G-E? Ja, danke. Sage kenne ich mich aus. Mit Dataf kenne ich mich aus. Ich mache seit über 20 Jahren Buchhaltung. Nein, 30 Jahren Buchhaltung. Ich kenne mich auch mit Buchhaltung als solcher aus. Ich bin auch bilanzsicher. Was konkret willst du anders? Was willst du ändern? Wir haben Auftrag. Wir haben Auftrag nach Artikel 21 Grundgesetz. Dafür bekommen wir eine staatliche Detailfinanzierung. Da bekommen wir Staatsknete. Wir haben die Pflicht, den politischen Diskurs zu führen. Und wir haben die Pflicht, ordentliche Wahlkämpfe zu organisieren. Und wir haben die Pflicht, die Finanzmittel genau dafür einzusetzen. Und ich stehe da in dieser Beziehung nicht für Top-Down, sondern die Landesverbände sind meine Kraft. Die Landesverbände wuppen das. Und wir müssen zusehen, dass wir das koordinieren als Bundesvorstand, dass wir die Landesverbände gut zusammenarbeiten, dass wir gute Wahlkämpfe machen. Kannst du bitte ein Statement zum Budgetplan 2014 abgeben? Der Budgetplan ist meiner Ansicht nach eine interessante Schätzung, basiert nicht auf Zahlen. Ich lag mit meiner Schätzung, was zum Beispiel die staatliche Teilfinanzierung anbelangt, also die Ansprüche daraus, jeweils um drei bis fünf Prozent daneben. Ich kann mir auch ausrechnen, was wir für Finanzmittel zukünftig zur Verfügung haben. Dieser Budgetplan entspricht nicht der Realität. Es ist einfach eine Schätzung aus dem Bauch heraus, meiner Ansicht nach. Liebe Versammlung, alle, die keine Lust mehr haben, keine Zeit, keine Energie und jetzt reden möchten, die gehen bitte vor die Tür. Ich danke euch. Es gibt hier Menschen, die möchten wirklich noch mitmachen, zuhören, wählen. Das ist auch Respekt gegenüber den Kandidaten. So, die nächste Frage. Wirst du hier auf dem Bundesparteitag auch die Technik einfach abbauen, wenn du nicht gewählt wirst? Danke. Ich habe weder vor noch jemals vorgehabt, in bestehende, funktionierende Dinge einzugreifen. Ich werde mir erlauben, darauf näher hinzugucken, was notwendig ist und was man optimieren kann. Ja, mir wird unterstellt, ich würde das ganze Buchhaltungsteam auseinanderreißen, das ist auch fehliger Blödsinn. Wir haben einen schweren Akt vor uns, nämlich den Rechenschaftsbericht 2012 abzugeben. Selbstverständlich muss das auch von dem Team mitgeleistet werden, was jetzt dran ist. Und es gibt überhaupt keinen Grund, auch die Technik hier abzureißen. Wo das Gerücht herkommt, weiß ich nicht. Wir brauchen Technik und wir brauchen Technik, die funktioniert. Aber ich darf da auch mal hingucken, ob die Ausgaben auch für alles gerechtfertigt sind. Aber bitte auch transparent, dass ihr das auch nachvollziehen könnt. So, jetzt die sechste Frage. Hast du im Vorfeld mit dem aktuellen Bundesverwaltungsteam geredet? Weißt du, ob dieses bereit wäre, auch unter deiner Leitung weiterzumachen? Nein, dafür war keine Zeit. Ihr wisst, dass die Kandidatur vor kurzer Zeit erst eingestellt worden ist. Ich habe abgewartet, bis genügend Unterstützer sich gemeldet haben. Das waren immerhin 62 und die möchte ich auch nicht enttäuschen. Und ich werde selbstverständlich mit allen Leuten reden, die irgendwie was tun in dieser Piratenpartei für diese Piratenpartei. Und wir können uns auch heute im Falle einer Wahl sofort zusammensetzen. Es wird sich aber mit Sicherheit in der nächsten Zeit gar nichts ändern. Wir werden mit Sicherheit auch gut zusammenarbeiten. Ich kenne fast alle aus dem Team. War es das? Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Versammlung. Der Jurist vom Dienst hat jetzt noch einmal kurz das Wort. Dankeschön. Hinsichtlich des jetzigen Kandidaten haben wir Juristen ein gewisses formales Problem. Der Datenschutzbeauftragte hat eine besondere Bedeutung und er darf nicht gleichzeitig eine Führungsposition haben. Das ergibt sich nicht aus unserer Satzung, sondern aus den entsprechenden datenschutzrechtlichen Regelungen. Demzufolge halten wir es für unzulässig, dass dieser Kandidat sich zur Wahl stellt, wenn er nicht von seinem Amt zurücktritt als Datenschutzbeauftragter. Dankeschön. Applaus Okay, netter Trick. Natürlich, ein bestellter Datenschutzbeauftragter kommt in eine Konfliktposition, wird er selber im Vorstand, das ist ja völlig klar. Der hätte dann auch sein Amt niederzulegen, wenn er gewählt wird, aber nicht vorher. Und dann wird er das natürlich auch tun, aber bitte auch nicht völlig übergangslos. Und das hat auch einen rechtlichen Grund, wie der Jurist vom Dienstgenanz genau weiß, weil nämlich hier eine Bestellungspflicht vorliegt und die ist ja keiner bestellt, haben wir ein Problem, was uns die Aufsichtsbehörde ausdrückt. Also man sollte nicht gleich die Partei sozusagen im Stich lassen. Es ist selbstverständlich zulässig, dass für Übergangsweise ein Vorstandsmitglied das übernimmt, aber es ist nicht zulässig, dass wenn ein Vorstandsmitglied ein solches ist, dass der dann bestellt wird. Aber ich bin bestellt. Danke. Liebe Versammlung, möchtet ihr die Befragung des Kandidaten fortführen? Dann jetzt die Ja-Karte, wenn nicht, dann jetzt bitte die Nein-Karte. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. So, bevor ihr jetzt das Ergebnis der Abstimmung von eben bekommt, muss ich euch noch mitteilen, dass ich sehr enttäuscht bin. Ich bin sehr enttäuscht, denn jemand hat Miss gebaut, also richtig Miss gebaut und hat sich völlig unangemessen verhalten. Jemand hat in die Wahlurne einen Zettel hineingeworfen, nämlich eine Austrittserklärung von einem Piraten, einer Piratin und hat da drauf geschrieben, ja, hat quasi Beleidigungen drauf geschrieben. Das ist nicht in Ordnung. Das ist sehr, sehr enttäuschend und absolut respektlos. Das geht nicht. Ich bitte, das in Zukunft zu unterlassen und ich bitte auch, solche Dinge nicht zu unterstützen. So, jetzt übergebe ich an die Wahlleitung, die das Ergebnis mitteilt. Ja, es geht um den Satzungsänderungsantrag 007. Es sind 669 Stimmen abgegeben, davon sind 662 gültig und das Ergebnis ist 328 Ja-Stimmen, 334 Nein-Stimmen, also 49 Prozent Ja, 50,5 Nein und damit ist der Antrag abgelehnt. Vielen Dank, liebe Wahlleitung. Wir kommen jetzt zum nächsten Kandidierenden, zur Kandidatin Svanhild Götze. Svanhild, komm bitte zur Bühne. Svanhild? Ich kann Svanhild nicht sehen. Wenn Svanhild nicht antreten möchte, dann soll sie das bitte der Wahlleitung mitteilen, denn bei der Wahlleitung hat sie sich angemeldet, dann meldet man sich auch wieder ab. So, dann machen wir jetzt erstmal mit dem nächsten Kandidaten weiter, nämlich mit Stefan. Stefan, stehst du bereit? Stefan, dann komm bitte auf die Bühne. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Bartels, wer mich kennt, der weiß, dass ich diese Situation jetzt nicht mag, nämlich hier vorne zu stehen. Svanhild tritt nicht an, da habe ich euch gesagt, dann trete ich an. Genau, das mache ich jetzt. Ich bin Landesstaatsmeister in Schleswig-Holstein, 46 Jahre alt. Ich arbeite seit über einem Jahr im Bundesstaatsmeisterteam mit. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir mehr Geld zur Verfügung haben. Ich kann euch versprechen, dass ich mein Bestes dafür tun werde. Und ich kann mit Sicherheit auch sagen, ja, das Budget ist geschätzt, aber jedes Budget ist geschätzt und es ist gar nicht so schlecht geschätzt. Ich will die gute Arbeit, die Svanhild geleistet hat, fortsetzen. Ich habe die Zustimmung auch aus dem gesamten Bundesverwaltungsteam bekommen, dass sie mich da in der Tat kräftig unterstützen. Ohne könnte ich es auch gar nicht schaffen. Da käme ich auch gleich zum Gleichen. Ich habe auch in meiner Bewerbung geschrieben, ich bin Landesschatzmeister in Schleswig-Holstein. Ich bin dort mit 100 Prozent wieder bestätigt worden dieses Jahr und ich enttäusche meinen Landesverband nicht. Ich werde das Amt auch zu Ende führen. Aber ja, ich werde auch beide Ämter führen können, weil ich weiß, mein Landesverband ist auf Vordermann und weil ich weiß, dass ich ein super Team hinter mir habe, das mich dermaßen unterstützt, dass ich da auch keine Probleme mit habe. Und vielleicht kommt ihr einfach besser mit Fragen, weil drei Minuten sind mir wirklich zu viel. Tut mir leid. Vielen Dank. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten befragen? Dann hebt jetzt bitte die Ja-Karte. Wenn Nein, dann hebt jetzt bitte die Nein-Karte. Das ist positiv. Damit kommen wir zur Befragung des Kandidaten. Jeder, der eine Frage an den Kandidaten hat, wirft sie bitte jetzt in die Urne ein. Ich gebe euch so zweieinhalb bis drei Minuten Zeit. Frage auf einen Zettel schreiben und in die Urne einwerfen. So, vielen Dank. Es läuft keiner mehr mit Zetteln durch die Gegend. Dann kommt die Urne nach vorne. Vielen Dank, Flo. Das übliche Verfahren, wir ziehen sechs Zettel und stellen dann die Fragen an den Steppern. So. Es gibt nur fünf Fragen, also stellen wir einfach die fünf Fragen, wenn es recht ist. Gut. Die erste Frage, liebe Versammlung, wir machen gerade weiter. So, die erste Frage an den Stefan. Willst du Beiträge erhöhen? Also wenn, dann will nicht ich die Beiträge erhöhen, sondern der Parteitag. Ich hätte damals in Münster für einen höheren durchaus gestimmt. Würde das auch befürworten, würde, nehmen aber immer das Votum natürlich des Parteitages, so wie es kommt. So soll es auch sein. Wie wirst du die Landesverbände in finanzielle Entscheidungen einbinden, nachdem ja der Finanzrat abgeschafft ist? Ja, es ist leider eine traurige Sache, dass der Finanzrat abgeschafft worden ist. Aber ich denke, da ist eben dann viel Kommunikation mit allen einzelnen Landesschatzmeistern vonnöten und eventuell auch da eine Möglichkeit eines quasi Finanzrates oder etwas Ähnliches in dieser Art. Hast du eine Meinung zum Budgetplan 2014 mit dem Defizit von 140.000 Euro und der Kalkulation von 20.000 Beitragszahlern? Wie ich schon gesagt habe, es ist einfach geschätzt und meiner Meinung nach zwar eine gute Schätzung, mehr kann man aus einem Budget einfach auch nicht rausholen und nein, ich habe sonst keine weitere Meinung dazu. Schleswig-Holstein hat Bezahlquoten von 44%. Wie geht es besser im Bund? Ja, über die Bezahlquote in Schleswig-Holstein bin ich auch sehr traurig. Ich habe jetzt deswegen auch gerade wieder einen Mahnlauf starten lassen. Wie geht es besser? Wie kriegen wir besser hin, die Zahlungen? Wir müssen tatsächlich mal sehen, ich weiß nicht, wie das in den anderen Landesverbänden mit den Mahnläufen ist. Wir müssen einfach da mehr und härter daran arbeiten und das auch viel regelmäßiger machen, weil wir sehen auch Landesverbände, bei denen die Quote sehr gut ist. Und da muss ich ja leider auch sagen, da ist Schleswig-Holstein auch etwas nachlässig in diesem Jahr gewesen. So, liebe Versammlung, das ist gerade vorerst die letzte Frage. Bitte hört noch einmal zu. Wirst du, falls weitere bezahlte Posten erschaffen werden, die Besetzung ausschreiben? Also grundsätzlich bin ich immer für eine Ausschreibung von bezahlten Posten, weil ich denke, da sollte jeder die Möglichkeit und die Chance haben. Es gibt manchmal Situationen, da kommt man einfach nicht drum rum, weil es schnell gehen muss, aber das sollte man verhindern, so gut es geht. Liebe Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten weiter befragen? Dann hebt jetzt die Ja-Karte, wenn Nein, dann hebt jetzt die Nein-Karte. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Kandidaten, Volker Neubert. Volker, befindest du dich hier vorne? Oder bist du zumindest auf dem Weg? Heb mal den Arm. Volker Neubert, bitte auf die Bühne. Kann jemand Volker sehen? Also ich sehe Volker nicht. Sieht jemand von euch Volker? Dann bitte jetzt einmal rufen, die Arme heben, winken. Ist er vielleicht draußen? Kann ihn jemand holen gehen? Wunderbar, danke. Jemand geht ihn draußen gerade holen. Dann haben wir in der Zeit noch ein paar Gewinner. Eine Ja-Karte mit der Nummer 47628. Eine Ja-Karte mit der Nummer 47849. Noch einmal. 47628. Und 47849. Dann haben wir noch eine Nein-Karte mit der Nummer 47973. Und eine Ja-Karte mit der Nummer 48046. Dann haben wir noch einen Stimmblock mit der Nummer 48145. Und eine Ja-Karte mit der Nummer 47793. Ist Volker jetzt auf dem Weg? Wunderbar. Nee, ist nicht da. Gut. Wenn Volker nicht da ist, dann macht er von seinem Recht, sich der Versammlung vorzustellen, keinen Gebrauch. Gut. Dann kommen wir jetzt ein GO-Antrag. Ich finde das problematisch, wenn Volker nicht wissen konnte, dass die Tagesordnung derartig umgestellt wird, dass die Wahl heute Abend statt morgen früh stattfinden soll. Ich möchte dazu eine begründete Gegenrede halten. Der Parteitag geht laut Tagesordnung bis 21 Uhr. Und wenn man vorher geht, liegt es in der eigenen Verantwortung, wenn danach was passiert, was einen betrifft. Dann übergebe ich jetzt an die Wahlleitung. So, dann bräuchte ich eigentlich den Jochen. So, ich übergebe vorher die Versammlungsleitung an Lara. Einen wunderschönen guten Abend nochmal. Es wäre schön, wenn ihr mir noch einmal zuhört. Insbesondere Wahlhelfer. Wahlhelfer, bitte auf die Position. Und zwar möglichst zügig und möglichst alle. Fragen kommen gleich. Keine Panik. Wir kommen jetzt zur Wahl des Schatzmeisters. Du bekommst gleich die Chance, eine Frage zu stellen. Einen Augenblick bitte. Gut, hier werden irgendwelche Unstimmigkeiten noch geklärt. Von meiner Sicht aus bestehen im Augenblick keine Unstimmigkeiten. Sind denn alle meine Wahlhelfer da? Liebe Wahlhelfer, wenn ihr nicht da seid, halb so wild, dann räumen wir eine Urne weg. Aber es wäre toller, wenn ihr alle da wäret. Gut, jetzt mein Plan. Wir stimmen ab. Wir stimmen ab. Einfache Wahl durch Zustimmung. Stimmzettel Nummer 4 auf dem Zustimmungswahlblock. Der ist orange. So, jetzt sehe ich, dass das Mikro wieder bedient werden kann. Und wenn ihr Fragen habt, kommt bitte an dieses Mikro hier vorne und stellt Fragen. Klaus, wenn du was willst, geh ans Mikro. Eins Mikro. Ach so, ja. Stimmzettel Nummer 4. Noch einmal. Falls es nicht alle gehört haben. Wir verwenden den orangenen Stimmzettel Nummer 4. So, mittlerweile hat sich ein Fragesteller gefunden. Bitte schön. Wählen wir jetzt nur den Schatzmeister oder wenn wir über zwei, wenn wir zwei, alles klar. Das heißt, selbst wenn zwei Leute über 50 Prozent kommen, wird das nicht automatisch der optionale Schatzmeister? Genau. Weil wir einerseits noch keine Entscheidung über den optionalen Stelf haben und zweitens in einem Wahlgang nur Ämter gleicher Bezeichnung und gleicher Wertigkeit gewählt werden können, was hier nicht vorläge. So, weitere Fragen? LeFou. Ich war gerade draußen und haben wir schon über das Wahlverfahren abgestimmt? Es wurde kein Antrag auf Bewertungswahl gestellt. Gesetzt den Fall, wir würden jetzt eine einfache Wahl per Apobel mit drei Kreuzen bei der 1, der 3 und der 4, also dieser eine Stimmzettel, wo nur Ja, Nein und Zahlen stehen und nicht der, wo Plus, Minus, 3, 4, bla, irgendwas steht. Wie genau hätte ich eine Möglichkeit, wenn ich nicht überzeugt bin, von irgendeinem der Kandidaten das darzustellen? Ich wollte es nur von der Wahlleitung nochmal erläutert haben, weil ich bei den letzten Wahlen, sowohl die mit Präferenz als auch die anderen, bemerkt habe, dass einiges an Fragen und Unklarheiten innerhalb der Versammlung ist. Und ich deswegen mehrmals immer nach vorne gegangen bin, die Versammlungsleitung und die Wahlleitung gefragt habe. Ich habe die Frage verstanden, es ist Wahl durch Zustimmung. Mir hat irgendjemand nahegelegt, ich soll das euch so erklären wie irgendwie ein soziales Netzwerk. Ihr könnt hier entweder Like drücken oder ihr könnt es sein lassen. Was anderes gibt es nicht. Noch weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Liebe Wahlhelfer, öffnet jetzt bitte die Urnen, hebt sie hoch, zeigt sie rum, dass sie leer sind. Wunderbar, vielen Dank. Ihr könnt die Urnen jetzt runtersetzen, verschließen. Nochmal der Hinweis, Wahlzettel 4, Orange. Gut, ich hoffe, jetzt sind alle Fragen beseitigt. Denn meinerseits bin ich fertig, diesen Wahlgang zu eröffnen und das tue ich hier. Mit dieser Wahlgang ist eröffnet, ihr könnt wählen. Während ihr so fleißig wählt, erzähle ich euch mal ganz kurz was, wie wir das jetzt gleich machen. Es werden heute keine Programmanträge etc. mehr abgestimmt. Es werden keine Anträge mehr behandelt. Das hat einen einfachen Grund. Bitte lasst mich erst fertig reden, ihr dürft dann applaudieren. Es hat einen einfachen Grund, es gibt Teamteile, die nur bis 21 Uhr da sind. Wenn ihr auf die Uhr guckt, ist es jetzt acht Minuten nach. Das betrifft unter anderem unsere Gebärdendolmetscher, was ich ziemlich scheiße fände, wenn wir trotzdem weitermachen. Ich werde also, ich bin immer noch nicht fertig, ihr dürft immer noch danach applaudieren. Ich werde es also so machen, wie wir das in Neumarkt am Sonntag schon gemacht haben. Alle, die da waren, erinnern sich vielleicht. Wir werden es so machen, dass ihr schön fleißig wählt. Der Wahlgang wird irgendwann dann geschlossen. Es wird ausgezählt. In dieser Auszählungspause werden wir keine Anträge behandeln. Und ich werde, sobald wir ein Ergebnis haben, was hier auch noch verkündet wird, dann die Versammlung bis morgen unterbrechen. So. Und jetzt gibt es noch eine Orga-Durchsage von Flo, eine wichtige. Ja, liebe Partei, ich habe im Vorfeld immer wieder gesagt, wenn ihr mich auf der Bühne seht, habt ihr ein Problem. Ihr seht mich auf der Bühne. Im Mietvertrag mit der Halle steht drin, dass die Halle zuständig ist für das Catering. Wir haben durchgesetzt, dass es keine Kontrollen gibt, ob wir selbst Getränke oder Essen mit reinbringen. Und wenn es weiterhin so bleiben soll, bitte ich euch, wenigstens Pizzabestellungen an dem Platz zu unterlassen. Das ist jetzt nicht lustig. Der Hallenbetreiber hat uns angeboten, den Mietvertrag nochmal nachzuverhandeln. Da haben wir alle keinen Bock drauf, weil das kann richtig teuer werden. Also bitte denkt morgen dran, wenn ihr euch Getränke oder Essen von da draußen mitbringt, macht das entweder unauffällig oder aber, wenn ihr kein Essen hier aus der Halle haben wollt, esst draußen. Vielen Dank. Okay, und weil es abweichend von dem ist, was wir heute gemacht haben, morgen, für alle, die jetzt schon aufbrechen, fangen wir bereits um 9 Uhr an. Ich wiederhole das nochmal. Wir fangen um 9 Uhr an. Und wir fangen dann wirklich an. Und zwar mit einer Wahl. Kann ich die Wahlleitung nochmal bitte kurz auf die Bühne haben? Ich hätte gerne den Herrn Bokor Junior auf der Bühne. Wir hätten gerne Volker Neubert hier vorne. Und zwar Asap. Hallo zusammen, ich bin schon wieder da. Auch wenn ihr alle schon am Aufbrechen seid und zusammenpacken. Erstens nehmt euren Müll mit. Zweitens nehmt den Pfand mit. Oder spendet ihn irgendwo, aber lasst ihn nicht einfach rumstehen. Und drittens habe ich gerade erfahren, hier vorne ist die Spendenkiste für das heute Nacht geklaute Streaming-Kit. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da gerade noch nicht mal 20 Prozent der erforderlichen Summe an Geld drin ist. Also wenn jeder beim Rausweg einfach an der Akkreditierung vorbeigeht und das Kleingeld, das er gerade in der Tasche hat, in das Spendending reinfallen lassen würde, wäre schon viel geholfen. Vielen Dank dafür. Ich möchte noch anmerken, das ist übrigens das mit dieser Solidarität. Die äußert sich diesmal in einer Spendenbox für Menschen, die bestohlen worden sind. So, wir haben immer noch einen Wahlgang am Laufen, obwohl hier alle schon weglaufen. Deshalb, ich würde ganz gern, sobald wie möglich, sprich wenn meine Wanderurnen wieder da sind, den Wahlgang schließen. So, eine Wanderurne ist wieder da, ist die andere Wanderurne auch wieder da. Ist vor allem die Presseurne schon wieder da. Salomon. Gut, dann laufe ich jetzt nochmal schnell eine Runde. Während dieser Zeit habt ihr die letzte Gelegenheit, ein paar Stimmen abzugeben, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Und ich weise noch ein letztes Mal darauf hin. Morgen geht es um 9 Uhr schon weiter. So, alle Urnen sind wieder da. Das heißt, ich will jetzt schließen. Wenn nicht jemand heftig winkt, werde ich diesen Wahlgang schließen. Ich sehe heftiges Winken. Wild zu Ende. Ihr müsst übrigens nicht anstehen. Es gibt da auch Urnen in der Nähe, die nichts zu tun haben. Ich sehe, dass die Urnen rechts vorne jetzt leer sind. Sind irgendwelche anderen Urnen mittlerweile wieder besetzt? Bitte, falls noch Wahlhandlungen stattfinden, mich darauf aufmerksam machen. Ich schaue nochmal in die Runde. Ich sehe niemanden mehr. Und damit schließe ich diesen Wahlgang und bitte meine Helfer, ein letztes Mal für heute auszuzählen. Ich habe noch eine Ansage. Und zwar, es geistern hier irgendwo zwei Menschen von der Feuerwehr rum. Die sollen bitte ins Foyer kommen für eine Chanukka-Feier. Das soll ich ansagen. Außerdem erzähle ich euch das jetzt nochmal. Es passiert heute hier nichts mehr weiter, außer dass ein Ergebnis verkündet wird. Es geht morgen um neun Uhr weiter. Und ich unterbreche die Sitzung erst, wenn ich das Ergebnis bekommen habe. Wundert euch also nicht. Das hat organisatorische Gründe, dass wir das nicht vorher machen. Und ich übergebe nochmal kurz zu dieser Chanukka-Feier. Gibt es weitere Erläuterungen? Ja, danke. Wir würden euch gerne einladen mit den jüdischen Piraten. Hier kommen gerade wie wild Ergebnisse rein. Falls jemand den Michael Ebner sieht oder der Michael Ebner mich gerade hört. Ich bräuchte... Ah... Danke. Solltet ihr noch Pfandflaschen übrig haben, die ihr nicht mitnehmen wollt. Es gibt jetzt hier vorne, direkt neben der Akkreditierung, ist dieser Infobasis-Entscheid. Da könnt ihr die Pfandflaschen hinstellen. Die laufen dann als Spende. Wir haben hier noch eine SD-Karte gefunden. Sollte jemand eine SD-Karte vermissen? Möge er bitte zu mir kommen. Ich übergebe an die Wahlleitung. Wir haben ein Ergebnis. Abgegeben wurden 697 Stimmzettel. Davon waren 638 gültig. 683. Ihr könnt besser lesen als ich. Super. Auf Stefan Bartels empfehlen 530 Stimmen. Das sind 77,6%. Stefan, kommst du bitte auf die Bühne? Stefan, nimmst du die Wahl an? Danke, ja. Ich nehme diese Wahl an. Gut, damit bin ich fertig für heute. Und zurück an die Versammlungsleitung. Das ist großartig. Ich bin damit auch fertig für heute. Ich sage noch mal ganz kurz was für die vielen, vielen VL-Helfer hier vorne an. Wir treffen uns morgen um 8.15 Uhr.